im malstrom dem dichter senon pschemüdzki gewidmet erstes kapitel janina sah falk nachdenklich an wie er sich doch in der letzten zeit verändert hatte diese unruhe als erwarte er jeden augenblick irgendein unglück dann konnte er plötzlich auf eine ganze stunde in eine sonderbare apathie versinken und alles um sich herum vergessen was fehlte ihm nur nein er war nicht offen zu ihr er machte ausflüchte er beruhigte sie mit leeren redensarten hin und wieder sah sie sein gesicht nervös aufzucken dann machte er eine heftige handbewegung und lächelte dieses lächeln dieses hässliche lächeln hatte er aus paris mitgebracht falk schien aufzuwachen er richtete sich im sofa auf nahm ein paar stücke zucker und warf sie in ein leeres glas hast du heißes wasser du solltest nicht so viel grog trinken eric du wirst davon noch unruhiger nein nein im gegenteil er schien ungeduldig zu sein janina beeilte sich das wasser zu bringen falk bereitete sich bedächtig den grog er sah sie an sie war so eifrig als wollte sie es wieder gut machen daß sie ihm zu widersprechen wagte er wurde sehr freundlich nein im gegenteil das beruhigt mich es sind meine ruhigsten stunden bei dir hier so zu sitzen und ein glas nach dem anderen zu trinken ja hier bei dir er schwieg plötzlich er schien überhaupt an etwas ganz anderes zu denken du hast dich sehr verändert seitdem du aus paris kamst findest du so warst du früher nicht du bist so unruhig geworden und so nervös falk sah sie an ohne zu antworten er trank sah sie wieder an und lehnte sich im sofa zurück es ist doch sonderbar wie gut du bist er sprach mit freundlichem lächeln mir ist so wohl bei dir ist es wahr ja ich komme ja immer zu dir zurück ja wenn du müde geworden bist o erik es war nicht gut mich drei jahre hindurch hier in dieser furchtbaren qual zurückzulassen nicht ein wort hast du mir geschrieben ich wollte daß du mich vergessen solltest dich vergessen nein das kann man nicht er sah sich schweigend an es trat eine lange pause ein sag mir nur janina er wurde plötzlich sehr lebhaft sag es nur aufrichtig ist zwischen dir und scherski nichts vorgekommen sei ganz ehrlich du weißt doch wie ich darüber denke wir waren so gut wie verlobt aber warum fragst du danach ich hab dir doch schon hundertmal dasselbe erzählt nun die ganze sache interessiert mich sehr und ich bin so vergeßlich dein bruder hat es gewünscht ja sie waren die besten freunde und du ich hatte nichts dagegen dich hatte ich ganz aufgegeben er war so gut zu mir worauf sollte ich denn warten ich hatte große achtung vor ihm wenn er nicht eingesperrt wäre würdest du jetzt eine ehrbare hausfrau sein hm hm bin wirklich neugierig wie dich das kleiden würde janina antwortete nicht sie schwiegen eine weile hast du ihn im gefängnis besucht ja anfangs ein paar mal und dein bruder ist glücklich über die grenze gekommen das weißt du ja hm 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 falk stand unruhig auf und ging ein paar mal auf und ab haben sie jemals über mich gesprochen wer nun dein bruder und scherski natürlich sehr oft du hast ja an scherski geld geschickt hast du das vergessen und wußten sie etwas über unser verhältnis nein ich habe immer getan als hätte ich dich nie gekannt ich hatte angst vor den beiden sie sind so fanatisch sie wußten also gar nicht dass du mich früher kanntest nein aber hast du nie mit meinem bruder in paris über mich gesprochen er war doch öfters bei dir walg rieb sich die stirn ja er kam ab und zu aber wir sprachen fast immer über die agitation ja doch er hat mir einmal erzählt dass er eine schwester habe und dass sie sich bald verheiraten solle übrigens folge er bald von paris weg nun lassen wir das wieder ging er unruhig herum du eric hast du dich niemals nach mir gesehnt er lächelte oh ja manchmal nur manchmal er lächelte wieder ich kam ja wieder zurück aber du liebst mich nicht ihre stimme zitterte ich liebe niemanden aber nach dir habe ich mich gesehnt er sah sie an ihr gesicht zuckte sie würde wohl jeden augenblick in tränen ausbrechen falk setzte sich neben sie hin hör mal janina ich darf nicht lieben ich muss hassen wenn ich liebe hast du jemals geliebt ja einmal und ich hasste das weib das ich lieben musste nein sprechen wir nicht darüber er wurde ernst der gedanke an seine frau quälte ihn nein nein man ist nicht frei wenn man liebt das weib drängt sich zwischen alles hinein man muss tausend rücksichten nehmen man muss sie nehmen man muss auch dasselbe schlafzimmer haben nun das ist ja nicht gerade nötig aber nun ja du verstehst mich ich muß frei sein jedes gefühl das meine freiheit beengt hasse ich oh ich kann es dir nicht sagen wie ich es hasse er nahm ihre hand und streichelte sie mechanisch es ist doch sonderbar janina daß du mich so liebst wieso ich bin ja so kalt hier hier er zeigte auf seine stirn janina schluckte die tränen hinunter du genügst mir so ich will dich nicht anders haben ich verlange nichts mehr von dir das ist gut deswegen fühle ich mich so wohl bei dir er schwieg lange dann richtete er sich plötzlich auf glaubst du daß ich lieben kann früher vielleicht aber wenn ich jetzt jetzt verstehst du jemanden liebte wenn ich ihn so liebte daß dieser mensch dieses weib mir zu einer art schicksal würde janina sah ihn misstrauisch an wenn ich dies weib also so liebte daß ich nicht einen tag ohne sie leben könnte sie schlag auf falk sah sie lang an besann sich plötzlich und lachte auf gott bist du ein kind wie du mich anstarrst janina sah ihn mit wachsender unruhe an was sagte er was wollte er erik sag mir offen was dir fehlt glaubst du ich sehe nicht daß du leidest und daß du es mir verbergen willst ihre augen füllten sich mit tränen falk wurde sehr lebhaft es sei sehr dumm von ihr daß sie sich damit quäle er habe gar nichts auf seinen herzen er sei im gegenteil lange nicht zuvor gewesen er kenne jetzt kaum was leiden heiße nein nein er habe nur vielleicht ein wenig lust andere menschen zu quälen das tue er nämlich sehr gerne er habe ein grenzenloses bedürfnis nach liebe und die empfinde er dann am intensivsten wenn er die menschen quäle er könne sie noch ganz anders auf die folterbank spannen nur um in ihrer qual diese heise hingebende liebe so ganz heftig flackern zu sehen er könne ihr dann das unglaublichste zeug verreden daß er zum beispiel verheiratet sei daß er bereits ein kind habe und daß ihr kind als bastard zur welt gekommen sei könne sie denn diese instinkte nicht verstehen im übrigen solle sie ihn nicht gar zu ernst nehmen er pflege nicht immer seine fünf sinne beisammen zu haben aber janina ließ sich nicht beruhigen nein nein lieber erik ich verstehe sehr gut was du meinst aber es ist nicht so bei dir ich kann es sehr gut unterscheiden sie dachte eine weile nach sag mal macht chersky dich so unruhig falk horchte auf chersky chersky hm ja ich werde wohl viel unannehmlichkeiten haben wieso nein nicht gerade unannehmlichkeiten aber falk brach plötzlich ab er saß wohl anderthalb jahre im gefängnis ja beinahe sonderbar daß er jetzt gerade freigelassen wurde janina sah ihn fragend an warum ist das sonderbar falk sah verwundert auf hab ich gesagt daß es sonderbar ist ich habe an etwas ganz anderes gedacht aber was ich sagen wollte er sieht wohl sehr schlecht aus nun ja natürlich hm es tut mir leid um ihn er ist ein äußerst tüchtiger kerl nur so tollkühn jetzt wurde er wohl ganz und gar anarchist das ist selbstverständlich hat er geweint nein er war sehr ruhig er sagte er war darauf vorbereitet machte mir nur vorwürfe daß ich nicht mit ihm ganz ehrlich gesprochen hätte dann nahm er das kind sah es lange an und fragte nach dem vater du hast es ihm gesagt ja natürlich warum solltest du es nicht ich brauche mich doch wohl nicht zu schämen daß ich einem braven bürger zum dasein verhalf siehst du janina ich muss manchmal zu nervös auflachen aber es kommt daher weil ich so übermüdet bin das leben ist nicht so leicht wie du es dir in deinem jugendlichen übermute denkst na lach doch über den schönen witz aber janina lachte nicht sie sah grübelnd zu boden falk wurde gereizt warum sei sie denn so traurig könne er denn wirklich nirgends hinkommen ohne dass er traurige und betrübte minen präsentiert bekommen janina erschrak über seine heftigkeit er bezwang sich und suchte einzulenken der kleine eric ist doch gesund ja selbstverständlich aber du bist wohl noch sehr schwach es ist nicht leicht ein kind zu gebären er betrachtete ein bild das über dem bette hing das bild hast du damals mit mir gezeichnet erinnerst du dich noch es war so furchtbar heiß du hattest eine ganz rote matrosenbluse an und wenn du so über dem zeichenbrette lagst damit fing es an janina sah ihn ernst an es wäre doch besser wenn ich dich niemals getroffen hätte so warum denn nein nein ich weiß es nicht ich war ja mit dir glücklich aber ich habe angst vor dir ich weiß nicht wer du bist ich weiß nicht was du machst ich kenn dich jetzt schon seit zehn jahren ja zehn jahre sind es seit ich dich zuerst sah ich war noch nicht vierzehn ich war eine zeit ja fast täglich mit dir zusammen und ich weiß nichts nichts von dir ich glaube nicht dass du offen zu mir bist manchmal ist es mir als kommen deine worte so ganz mechanisch ohne dass du genau weißt was du sprichst nein nein du bist nicht glücklich das ist das einzige was ich von dir weiß manchmal werde ich ganz rasend vor schmerz ich möchte in dich hineinkriechen um zu sehen was da in dir vorgeht du liebst mich ja gar nicht du sagst es ja auch offen und doch muss ich alles für dich tun ich weiß nicht warum ich bin wie ein kleines kind zu dir ja willenlos wie ein zweijähriges kind was ist denn an dir falk sah sie lächelnd an der stärkere wille vielleicht würdest du mich lieben wenn mein wille stärker wäre nein warum weil ich neben meinem willen keinen anderen dulde falk ging ans fenster die unheimliche stille frappierte ihn ist es immer so still hier ja in der nacht er sah auf den weiten asphaltierten hof vier stockwerke von vier seiten ein echter gefängnishof gegenüber im zweiten stock sah er ein fenster hell er ging an den tisch und goss sich frisches wasser ins glas es ist merkwürdig daß es stefan gelang über die grenze zu kommen aber der armer tscherski musste büßen bei dir war wohl auch haussuchen ja aber man ließ mich in ruhe hm hm er tut mir sehr leid er liebte dich wohl sehr janina antwortete nicht falk sah sie an trank hastig und trat wieder ans fenster nun muss ich gehen janina sah ihn flehend an geh nicht eric bleib heute bei mir bleib er wurde unruhig nein janina nein bitte mich nicht darum verlange nichts von mir es ist so schön wenn ich zu dir komme und wieder gehen kann wann ich will janina seufzte schwer auf warum seufztest du janina sie brach plötzlich in tränen aus er wurde ungeduldig setzte sich aber wieder hin sie faßte sich mühsam du hast recht geh nur geh es war im augenblick ich wurde plötzlich so unruhig tu immer was du willst ihre stimme zitterte sie schwiegen lange den kleinen kann ich wohl jetzt nicht sehen ich komme übrigens morgen oder übermorgen her er stand auf schreibt stefan dir oft selten merkwürdig daß er nichts von unserem verhältnis wußte ich meine das frühere verhältnis vor drei jahren er war ja damals in amerika richtig gott wie ich vergesslich bin na auf wiedersehen ich werde vielleicht morgen wieder kommen zweites kapitel kaum war er unten auf der straße als er czerski auf sich zukommen sah beide blieben stehen und sahen sich starr an sie kennen mich wohl nicht sagte czerski endlich ich denke sie sind czerski sehr schön sehr schön was wollen sie von mir das werden sie bald erfahren so so die nacht ist sehr schön wir können ja zusammen spazieren gehen obwohl ich viel lieber alleine gehen möchte sie gingen lange nebeneinander ohne ein wort zu sagen falk war sehr unruhig und rang nach fassung also sagen sie mir endlich was sie von mir wollen was ich von ihnen will ja sehen sie sie wissen natürlich daß ich mit janina verlobt war nein das weiß ich gar nicht ich habe heute erfahren daß sie so gut wie verlobt waren aber nicht verlobt ja meinetwegen so gut wie verlobt aber das gehört gar nicht zur sache janina hatte das recht zu wählen und sie hat gewählt ja natürlich das war ihre sache ja ja das war ihre sache wiederholte czerski zerstreut und schwieg aber sagen sie nur herr falk sie sind verheiratet falk zuckte auf und blieb stehen was geht sie das an es geht mich eigentlich nichts an oder ja doch es geht mich sehr viel an ich will nicht davon sprechen daß sie mein glück zerstört haben nein das komme gar nicht in frage aber sie haben das mädchen das ich geliebt habe geschändet ja geschändet so sind nun einmal unsere sozialen verhältnisse wie kommen sie dazu sie als verheirateter mensch dies arme mädchen zu verführen und zu schänden falk lachte zynisch wie man dazu kommt herr gott sie sind ein naiver mensch die frage die sie mir vorlegen ist so alt wie die welt wie man dazu kommt ich habe mir selbst die frage mindestens tausend mal gestellt czerski sah ihn finster an sie sind ein schmutziger mensch ein schurke sind sie falk lachte freundlich aber sind wir das nicht alle sind sie etwa kein schurke übrigens sind sie ein sonderbar unverschämter mensch ich möchte ihnen sehr gerne eine ohrfeige geben wenn ich nicht zu schlaff dazu wäre gehen sie zum teufel und lassen sie mich in ruhe lassen sie nur ihre ritterlichen anwandlungen beiseite es könnte ihnen sonst sehr schlimm ergehen aber ich habe eine moralische verpflichtung janina gegenüber und so muss ich wissen was sie nun zu tun gedenken nein es geht mich nichts an was sie tun wollen sie müssen so handeln wie ich will falk blieb stehen sah czerski mit höchstem erstaunen an und fing dann laut zu lachen an hören sie czerski haben sie im gefängnis ihren verstand verloren ich würde mich gar nicht darüber wundern ich würde es sehr begreiflich finden man muss doch sonderbar fixe ideen kriegen in dieser scheußlichen einsamkeit sie haben doch eine zelle für sich gehabt ich muss tun was sie wollen ja sie müssen tun was ich ihnen befehle so so sie fangen an gemütlich zu werden bien also was befehlen sie sie müssen janina heiraten aber sie wissen ja dass ich verheiratet bin es gibt ja ein gesetz das die bigamie bestraft wissen sie es nicht haben sie alle bürgerlichen institutionen im gefängnis vergessen sie müssen sich von ihrer frau trennen und janina heiraten falk blieb sprachlos stehen und geriet in wut sind sie denn verrückt geworden er konnte nichts mehr herausbringen nein ich bin nicht verrückt geworden aber soviel ich auch darüber nachgedacht habe finde ich keinen anderen ausweg sie müssen es tun ich werde sie zwingen dazu ihre frau wird ihnen keine schwierigkeiten machen ich glaube nicht dass sie mit ihnen weiterleben will wenn sie erfährt dass sie eine mätresse haben falk erbebte innerlich so heftig dass er mühe hatte weiter zu gehen seine knie wurden schwach er blieb stehen und starrte czerski sprachlos an dann ging er langsam weiter warum wollen sie das tun falk hustete auf und fasste sich mühsam weil es der einzige ausweg ist sie irren sich czerski ich werde nicht tun was sie wollen sie können mich auch nicht zwingen dazu falk sprach sehr ernst und ruhig alles was sie durch ihren plan erreichen ist dass sie mich und meine frau zerstören ihr ganzer plan ist darauf aufgebaut dass meine frau mich verlassen wird und das ist richtig daran zweifle ich nicht einen augenblick aber die konsequenz die sie daraus ziehen ist ganz falsch ich werde niemals janina heiraten warum weil sie nicht die satisfaktion haben sollen dass ich unter ihrem druck gehandelt habe tun sie was sie wollen es steht ihnen natürlich frei aber ich wiederhole ja ich versichere ihnen mit meinem ehrenwort dass ich janina nie heiraten werde sie erreichen nichts dadurch im gegenteil ich werde mich natürlich an ihnen rächen die mittel sind mir vollkommen gleichgültig ich halte nämlich sehr viel vom gotteswort auge um auge zahn um zahn sehen sie sie gehören der sozialdemokratischen partei an aber man traut ihnen nicht sie gelten eigentlich als anarchist und sie wissen dass für die sozialdemokraten jeder anarchist ein polizeispitzel ist dass sie im gefängnis waren oh gott das hat nichts zu bedeuten um die logischen konsequenzen einer solchen lapalie kümmern sich die sozialdemokraten nicht chaski sah ihn gespannt an falk lachte boshaft aber innerlich kochte es in ihm vor rauserei und unruhe sie wissen dass ich der vorsitzende des zentralkomitees bin sie wissen auch dass man zu mir ein unbegrenztes vertrauen hat aber man weiß sehr wenig von ihnen sie haben sogar einen mächtigen feind in der partei der sie verleumdet und verdächtigt ja es ist kunicki sie wissen es ja sie waren so unvorsichtig seinen ausschluss aus der partei wegen der duellgeschichte zu beantragen nun hören sie falk blieb stehen sie scheinen sehr gespannt zu sein ja ich verstehe es also ich könnte ein wort sagen wenn man mich nach ihnen fragt nur ein wort eigentlich kein wort ich brauchte nur die brauen hochzuziehen mit den achseln zu zucken den kopf bedenklich zu schütteln sie wissen dass so etwas im parteileben eine kolossale bedeutung hat das wäre eine schurkerei schrie tscherski in höchster Wut warum denn falk sah ihn kalt an ich kenne sie nicht ich habe ihnen allerdings oft geld zur agitation geschickt aber auch darin spricht der schein gegen sie alles mißlang ihnen sie wollten den büchertransport über die russische grenze leiten die bücher wurden aufgegriffen sie waren auch so unvorsichtig die arbeiter einmal zu gewalttätigkeit zu reizen was ja sonst nur ein agent provokateur tut schaski schien sich auf falk losstürzen zu wollen falk lächelte lassen sie das lieber schaski ich habe zu ihnen ein unbedingtes vertrauen ich kenne keinen menschen dem ich mehr vertraue ich will ihnen nur klar machen dass ich mich auf jeden fall rächen würde sie sind eine schurke schrie tscherski heiser ja das haben sie schon einmal gesagt und ich habe ihnen darauf geantwortet dass ich diesen ehrentitel auch ihnen beilege übrigens ereifern sie sich nicht sonst ziehen sie den kürzeren ich war eine zeit fassungslos dass ich glaubte ich würde in die knie sinken jetzt bin ich ganz ruhig und überlegen sie sind auch unvorsichtig mit den worten sie sprachen von befehlen und zwingen das war zu hoch gegriffen sie wussten ja sehr gut dass ich nicht gezwungen werden kann gehen sie doch nicht wir können ja sehr ruhig sprechen für mich ist die geschichte mindestens ebenso wichtig wie für sie ich kann sie ja ebenso gut ein stück begleiten ich will nichts mit ihnen zu tun haben sagte tscherski finster blieb aber stehen sie standen dicht unter einer laterne falk wurde sehr ernst hören sie tscherski sie sind es mir schuldig mich jetzt anzuhören ich habe ihnen ja gesagt was ich tun will aber verstehen sie nicht dass es wahnsinn ist sie sehen übrigens ganz krank aus ich habe sie vor zwei jahren auf dem kongress gesehen verstehen sie nicht dass es wahnsinn ist sie erreichen nichts dadurch gar nichts sie zwingen mich zu einem verbrechen ha 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 nein scherski sie sind ein schlechter psychologe sie sind eigentlich ein wenig befangen mir gegenüber wir hatten zu viel miteinander zu tun glauben sie nur nicht dass ich sie bitten will lassen sie sich nur ja nicht hören in ihren entschlüssen sie sind übrigens ein dummer mensch nun fing er an boshaft zu lachen und stellte sich ganz breit vor tscherski hin der ihn mit eigentümlich abwesenden augen anstarrte sie kamen da über eine ganz plumpe geschichte in aufregung plump unerhört plump glauben sie wirklich daß ich imstande wäre sie als einen unsicheren menschen zu denunzieren er wurde wieder ernst und plötzlich sehr matt übrigens bin ich gar nicht das zentralkomitee eure ganze partei ist mir ebenso gleichgültig wie sie mit ihren knabenhaften vorsätzen scherski schrak plötzlich hoch also sie lieben gar nicht janina falk sah ihn erstaunt an nein hören sie falk sie haben schwurgenhaft gehandelt ich hätte es nie von ihnen geglaubt ich hatte eine grenzenlose achtung vor ihnen sie waren der einzige mensch neben janinas bruder er brach ab und grübelte weiter falk wurde sehr erregt es tut mir leid dass ich auf diese weise in ihr leben eingreifen musste scherski unterbrach ihn plötzlich und sie wollen mit dieser lüge weiterleben wollen sie weiter ihre frau belügen falk sah ihn erstaunt an lieber scherski sie wollen sie nun plötzlich zum richter über mich aufschwingen das ist ganz lächerlich ich schulde keinem menschen rechenschaft über das was ich tue am wenigsten ihnen übrigens haben wir genug gesprochen tun sie was sie wollen sie sind ein braver mensch er war wie gelähmt die künstliche fassung verschwand plötzlich und die unruhe wuchs so stark da sein herz sich wie in einem krampfe zusammenschnürte und kalter schweiß ihm auf die stirne trat dann ging er schneller und schneller bis er ganz erschöpft wurde nein wie das alles ekelhaft ist wie ekelhaft nein zum donnerwetter das ist ja unerhört idiotisch sein ganzes leben für ein paar sekunden tierischen genusses einzusetzen das ganze leben er lachte höhnisch nein zum teufel man setzt ja nur ein paar sekunden für ein paar neue sekunden aufs spiel ein weib löst das andere ab wie fleurin er blieb auf einer brücke stehen und starrte vor sich hin er war wie blind geworden aber nach und nach sah er eine ungeheure schwarze masse wuchtig und majestätisch über den ganzen himmel emporwachsen und nach und nach erkannte er die gewaltigen vornen des bahnhofs hin und wieder hörte er einen schrillen pfiff der lokomotive die unter der brücke rangierte er ging auf die andere seite der brücke vor ihm dehnte sich das weite terrain der bahnhofsanlage er sah die ungeheure anzahl von lichtern an den schienen entlang er sah die verschiedenen farbigen signallaternen er starrte hin bis alle lichter in einen großen zitternden regenbogen nein eine große tausendfarbige lichtsonne zusammenflossen drittes kapitel als falk nach hause kam saß isa halb ausgekleidet auf ihrem bette und las endlich bist du gekommen sie kam ihm entgegen o wie ich mich nach dir gesehnt habe falk küßte sie und setzte sich auf den schaukelstuhl o wie ich müde bin wo warst du denn ich war mit iltis zusammen hast du was neues gehört nein nichts von bedeutung du bist zu blass erik ich habe ein wenig kopfschmerzen isa setzte sich neben ihn auf einen stuhl nahm seinen kopf in beide hände und küßte ihn auf die stirn du bleibst jetzt immer so lange weg erik es ist zu unangenehm den ganzen abend allein zu sitzen falk sah sie an und lächelte ich muss mich jetzt allmählich von dir emanzipieren warum nun wenn du mir plötzlich weglaufen solltest o du sie küßte ihn noch heftiger falk stand auf ging nachdenklich im zimmer auf und ab blieb dann vor ihr stehen und betrachtete sie lächelnd worüber denkst du so nach du bist doch sehr schön isa hast du es nicht früher gesehen ja natürlich aber es ist doch seltsam dass ich dich nach vierjähriger ehe noch immer so schön finde wie am ersten tage isa sah ihn glücklich an du isa wir haben doch sehr glücklich zusammen gelebt oh ich war so glücklich und ich bin so glücklich ich habe ein so starkes ein so frohes bewusstsein von glück manchmal bekomme ich angst dass es nicht lange dauern soll dieses große glück aber das ist natürlich lächerlich so ein weiber aber glaube ich weiß ja dass du mich immer lieben wirst und dann brauche ich nichts mehr dann kann ich mich ja nie unglücklich fühlen selbst wenn du so nervös bist wie jetzt und ganze tage aus bleibst macht es nichts es ist eigentlich so schön so zu sitzen und an unsere liebe zu denken sie schwieg einen augenblick falk ging herum und sah sie von zeit zu zeit unruhig an und deine liebe ist so schön so schön ich denke so oft daran dass ich die erste bin die du geliebt hast ich weiß auch dass kein anderes weib für dich existiert und das macht mich so stolz du verstehst vielleicht nicht dieses gefühl ja ja ich kann es mir denken sie sah ihn lächelnd an nicht wahr erik du hast noch nie seitdem du mich getroffen hast ein weib so angesehen so wie sie lachten sich beide an nun so wie ich es glaube im neuen testament steht von dem blicke der beräter wie worte begehren kann haha waren die herren vom neuen testament erfahren aber warum frage ich dich danach ich weiß es ja bist du so sicher falk setzte eine geheimnisvolle mine auf ja nichts ist für mich so sicher hm hm du musst doch ein unglaubliches vertrauen zu mir haben ja das habe ich sonst könnte ich nicht so glücklich sein falk sah sie aufmerksam an aber was würdest du sagen wenn ich dich doch betrogen hätte sie lachte du kannst es ja nicht aber wenn ich es doch getan hätte nein du hast es nicht aber setzen wir es voraus ich hätte es unter ganz besonderen umständen getan unter umständen für die kein mensch verantwortlich ist sie wurde ein wenig unruhig und sah ihn an sonderbar wie du so etwas voraussetzen kannst falk lachte natürlich habe ich es nicht getan aber wir können ja doch einen solchen fall rein psychologisch nehmen ich habe heute so viel darüber nachgedacht es interessiert mich nun ja also siehst du isa ich kann dich zuweilen hassen das habe ich dir oft gesagt ich kann dich so intensiv hassen dass ich ganz von sinnen bin ich hasse dich weil ich dich so lieben muss weil alle meine gedanken sich auf dich beziehen weil ich nirgends hingehen kann ohne dich beständig vor den augen zu haben aber das ist ja ebenso schön sie küsste ihn auf die augen nein lass nur isa höre weiter ich hasse dich zuweilen und liebe dich gleichzeitig mit einer solchen unruhe dass ich davon ganz krank werden kann ich versuche dich loszuwerden es ist kein glück so zu lieben falk stand auf und redete sich immer heftiger hinein nun siehst du man bekommt so eine rein physische sehnsucht diese unruhe diese qual zu vergessen man sehnt sich nach einem ruhekissen ha ha ruhekissen das ist das richtige er lächelte mit einer eigentümlich schiefen grimasse nun kennt man ein weib von früher her ein weib das in ihrer liebe so aufgegangen ist dass sie nur um dieser liebe willen lebt man geht zu ihr ohne sich etwas dabei zu denken man geht ganz mechanisch weil man sich plötzlich erinnert dass das weib doch noch existieren müsse ja sie ist da und ist verrückt vor glück ha 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 du bekommst einen so sonderbaren zug um den mund wenn du so gespannt zuhörst ganz wie kleine mädchen in der schule wenn sie recht aufmerksam sind aber höre nur ja richtig iltis weißt du der versteht sich darauf er sagt einmal daß es einen moment gibt in dem jedes weib schön wird und er hat recht nun denkt ihr das weib wird ganz verklärt sie wird so neu so seltsam schön sie hat aufgehört sie selbst zu sein es erstrahlt in ihr etwas von der ewigkeit des naturzwecks falk fach plötzlich ab und sah sich forschend an na und und du weißt ja was im menschen geschehen kann ohne dass man sich dessen recht bewusst wird er stand wieder auf und sprach sehr ernst der mensch ist ja so wenig über das tier hinaus gegangen das bisschen bewusstsein ist ja nur dazu da um etwas geschehenes zu konstatieren es kann so eine kleine empfindung sein so ein winziges pünktchen in der seele man wusste früher nichts davon gar nichts aber so wird diese empfindung diese winzige losgelöste empfindung wach mit einem ruck kann sie zu einer riesigen maniacalischen idee auswachsen es ist vielleicht die empfindung von einem tropfen blut nicht wahr und irgendeinem umstand kann man die sehnsucht bekommen blut zu sehen nein nicht mehr blut ein mehr von blut eine pfütze von zerfleischten auseinandergerissenen gliedern weiß gott was alles er sah plötzlich isa an und lachte auf du hast wohl angst isa nein nein aber du bist zu ernst geworden und wenn du sprichst so weit sich deine augen als ob du selbst angst hättest angst ja ich habe angst vor diesem fremden menschen in mir aber hör nur man sieht das weib urplötzlich in dieser verklärten schönheit in diesem augenblick taucht etwas wie neugierde auf eine brennende neugierde eine gier das weib in ihren urgrunde zu fassen und ja man vergisst alles man gehört sich nicht mehr etwas arbeitet ganz spontan in der seele es tut alles auf eigene faust man nimmt das weib ist es nicht furchtbar fragte er plötzlich ja furchtbar was würdest du nun sagen wenn mir so etwas passiert wäre nein erlke sprich nicht zu ich will nichts davon hören ich habe einmal darüber nachgedacht falk sah sie erstaunt an wann hast du darüber nachgedacht nein nein ich habe eigentlich nicht gedacht es flog mir nur so plötzlich durch den kopf einmal wann wann als du bei deiner mutter warst und krank wurdest du weißt damals hat sich gerade das mädchen erträngt aber du bist ja so blass und deine augen werden so groß sonderbar wie deine augen groß sind falk sah sie unverwandt an was hast du da gedacht ich bekam jetzt plötzlich einen so schmerzhaften ruck von angst falk ermann sich und suchte zu lächeln wir erzählen uns ja auch schöne schauer geschichten aber was hast du damals gedacht ich saß neben deinem bette ich war so müde und schlief ein als ich aufwachte waren deine augen weit aufgerissen und starrten mich ganz unheimlich an davon weiß ich nichts nein natürlich nicht ich bin auch nicht sicher ob das alles nicht ein traum war aber da fuhr es mir mit einem mal wie ein blitz durch den kopf gott wenn das mädchen deinetwegen ins wasser gegangen wäre was meinst du sie war ja im bad ertrunken wie kamst du auf die idee ich weiß nicht wie ich darauf kam ich war so nervös und so übermüdet und da erzählte deine mutter dass du sehr viel mit ihr zusammen warst falk wurde unruhig sonderbar was du für ideen bekommst ich konnte diese gedanken nicht loswerden ich habe so fürchterlich gelitten weil ich wußte daß ich dann gleich so gleich von dir gehen müßte nicht eine sekunde würde ich dann bei dir bleiben können falk blickte sich da an es wurde mir jetzt mit einem male so unendlich klar daß du dann gehen würdest nicht wahr sofort ja 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 so etwas versteht man in einer sekunde es lag da in der art wie du sprachst so etwas unheimliches was meinst du sei noch nicht so ängstlich falk lächelte aber es kam mir so vor als ob mein schicksal gesprochen hätte dein schicksal ja verstehst du du brauchst eigentlich nichts zu sagen was du meinst ja sieh nur du hast mir anfangs nie gesagt dass du mich liebtest wir waren uns noch ganz fremd aber ich hörte es an deiner stimme du sprichst nämlich ganz anders wie alle anderen menschen jetzt habe ich es wieder gehört ich meine ich weiß nun so sicher was dann kommen würde ich weiß nicht woher ich diese sicherheit habe aber was sprechen wir darüber was macht mein großer sohn er war sehr unruhig heute lief und schrie und als ich ihn fragte warum er so schreie antwortete er ich muss ich muss sonderbar falk ging nachdenklich auf und ab das kind ist doch ganz merkwürdig nervös ja er wird sicher ein genie werden alle genies haben heiße köpfe und kalte füße ihm müsste wohl auch eine kleine hirnpartie ausgeschnitten werden ich glaube jeder mensch hat eine partie die beseitigt werden müsste ja ja dann würden wir alle sekudeus werden aber sag mal lisa so ein genie ist doch ein sonderbares tier so wie ich zum beispiel sie mich daran bin ich nicht etwa ein genie nun ist die menschliche rasse so degeneriert auf 500 millionen sind 499 kretans und idioten sollte da nicht ein genie die verpflichtung haben die rasse zu verbessern wodurch nun natürlich dadurch dass er möglichst viele kinder mit möglichst vielen weibern zeugt aber du hast ja gesagt dass die kinder von genies idioten werden falk lachte ja du hast ein fabelhaftes gedächtnis aber interessant wäre es für unseren janex später einmal an lebenden exemplaren die eigenschaften zu studieren die sein großartiger herr papa hatte in den eventuellen hundert kindern die ich an eventuellen hundert stellen haben könnte müssten sicher die hundert liebenswürdigsten eigenschaften denen ich mich erfreue vererben nun faselst du lieber erik isa gleitete sich langsam aus und machte sich das haar auf nun gute nacht isa ich will noch heute arbeiten erik ich habe angst geh noch nicht sei doch kein kind ich habe ja nur darüber gesprochen weil ich es vielleicht schreiben werde denk an mich dann wirst du die angst vergessen komm küsse mich nein ich will dich nicht küssen du bist so verwirrend schön und ich muss arbeiten gute nacht ende von abschnitt dreizehn abschnitt 14 von homo sapiens romantrilogie von stanislaw pszczepiszewski diese librivox aufnahme ist in der public domain teil drei im mahlstrom viertes kapitel falk trat in sein arbeitszimmer setzte sich vor den schreibtisch hin stützte seinen kopf in beide hände und stöhnte laut auf seine ganze ruhe die er so mühsam isa gegenüber bewahrt hatte war verschwunden und wieder fühlte er das pochen und bohren seiner qual die unruhe ringelte sich wie ein spitzer schafer trichter in seinen rückenmark hinein ein gefühl als müsse er nun auseinander fallen blub schäumend in ihn empor er sprang auf setzte sich wieder hin er wußte sich keinen rat es war ihm als müsste nun alles um ihn her einstürzen zusammenbrechen einsinken er fühlte eine orgie von zerstörungs und untergangsextase um sich her und die schwüle hitze der sommernacht erdrückte ihn breitete sich stickig in seine lungen er wurde so empfindlich dass er kaum atmen konnte er riß das fenster auf und fuhr fast entsetzt zurück der himmel der himmel so hat er ihn nie gesehen es war als hätte er plötzlich die astronomische distanz wahrgenommen er sah die sterne als wären sie in eine millionenmal weitere entfernung gerückt größer feuriger wie riesige gangrenöse brandflecken und der himmel kam ihm so entsetzlich lebendig vor schweiß trat ihm auf die stirn und die augen fühlte er schmerzhaft hervorquellen da fasste er sich wieder und in einem moment stürzte auf ihn sein ganzes leben mit einer visionären deutlichkeit eine periode wickelte sich nach der anderen mit rasender schnelligkeit ab all das furchtbare entsetzliche seines lebens ein untergang nach dem andern eine zerstörung nach der andern so hatte er sein leben nur einmal gesehen ja damals als er das arme kind diese taubenseele von marit zerstört hatte puh marit das war das scheißlichste diese zwecklose zerstörung dieser mord er kam plötzlich zum bewusstsein und lachte boshaft zum teufel bin ich denn senil geworden was geht mich ein mord an den die natur begeht ha 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 dass sie die liebenswürdigkeit hatte sich zufällig meiner wenigkeit als eines mordinstrumentes zu bemächtigen dafür sollte ich nun leiden nein nein das geht nicht er kam in hitze verehrtes und von mir speziell hoch geschätztes publikum beiläufig gesagt hätte ich keine übel lust euch allen auf die köpfe zu spucken aber das darf ich nur in parenthese gott wie geschmackvoll also unglaublich hochgeärtes publikum ich lehre euch einen neuen kniff einen ungemein nützlichen kniff es ist eine entschleierung ein desser wo man ein neues testament ein neues erlöser heil am anfang war die pfiffige boshafte teuflische natur man hat euch gesagt sie sei gewaltig unbekümmert kalt und stolz sie sei weder gut noch schlecht sie sei weder dreck noch gold lüge verehrtes publikum empfahene lächerliche lüge die natur ist boshaft raffiniert boshaft verlogen hinterlistig das ist die natur ha 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 natürlich sperrt das verehrte publikum seine kaufwerkzeuge auf als ob ein vier spänniger heuwagen einfahren sollte ein geriebener schlaumeier ist die natur ein boshafter schurgischer teufel was bin ich weißt du es weiß er es natürlich die individualisten die klugen leute die sich da in die brust werfen und schreien ich bin ich oh die wissen es die individualisten falk lachte höhnisch auf ich bin nichts ich weiß auch nichts oh es ist furchtbar furchtbar ist es nicht wahr isa du bist die einzige die das furchtbare zu würdigen versteht ich sehe dass ich meine bewegungen zu handlungen kombinieren ich höre mich reden ich fühle gewisse vorgänge in den geschlechtsorganen und eine tat ist vollbracht was ist geschehen ein unglück ist geschehen hi 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 hört ihr den teufel grinsen wer hat das gemacht ich ich wer bin ich was bin ich er kam in ein verzweiflungsfieber ich habe es nicht gemacht mein gott wie kann ich etwas hindern das schon lange in mir vorbereitet war und nun auf eine gelegenheit wartet um hervorzubrechen und unter seiner lava alles zu begraben wußte ich etwas davon kann ich hindern daß ich ein blick in meine seele senkt und dort kräfte wachruft kräfte von deren existenz ich keine ahnung hatte und dafür daß etwas unbekanntes in mir ein unglück angestiftet hat soll ich büßen dafür soll ich von meinem gewissen gefoltert werden liebe natur versuch deine boshaften tückischen kunstgriffe an anderen menschen ich kenn zu gut deine kniffe und schliche nein mich zu quälen gelingt dir nie nie er schenkte sich ein großes glas cognac ein und lehrte es auf einen zu wie wundervoll der die sache ausgeglücklich hatte er wird zu meiner isa gehen und einfach sagen gnädige frau ihr mann ist ein schurke er hat mit einem fremden weibe den anstoß zu einer neuen genealogischen linie zu einer unechten fallklinie gegeben sie gnädige frau werden sich natürlich von ihm scheiden lassen damit ihr gemahl das mädchen heiraten kann und durch beide linien eine genealogische einheit erlangen aber lieber czerski es fällt mir gar nicht ein zwei echte linien zu haben nun dann werde ich es trotzdem ihrer gemahlin sagen denn ich will sie von der lüge befreien ich bin ein tollste ein björns djörne björnsson ich kämpfe für die wahrheit aber lieber czerski verstehen sie nicht dass die beiden herren senile philosophen sind verstehen sie nicht dass die wahrheit zu einer blödsinnigen lüge wird sobald sie menschen zerstört verstehen sie nicht dass es mir ein unendliches glück wäre zu isa zu gehen und ihr alles zu sagen verstehen sie nicht dass mir diese lüge eine unendliche qual bereitet aber die wahrheit mir noch eine tausendmal größere bereiten und außerdem noch isa zerstören würde verstehen sie nicht dass wahrheit in diesem falle eine idiotie ein blödsinn eine ekelhafte grausamkeit wäre das verstehen diese bornierten gehirne natürlich nicht und das unheil wird kommen isa ja isa wird gehen das ist sicher sie wird einfach verschwinden nein sie wird mir noch die hand zum abschied reichen nein vielleicht nicht weil ich sie durch die andere beschmutzt habe ja ganz so wird sie sagen aber was dann was dann er zerbrach sich den kopf als müsste er notgedrungen den stein der weisen finden seine kniee waren schwach geworden er fiel erschöpft auf das sofa hin es war zweifellos das andere in ihm hatte ihn zugrunde gerichtet er fühlte sich endlos erschlafft schwach und machtlos die macht der umstände haben den wissenden herrn falk vernichtet eben weil er wissend war aber wenn er falk zugrunde geht so ist es doch ganz anders wie wenn zum beispiel sich eine kleine marit ins wasser wirft weil sie sich nicht dazu hergeben wollte mutter einer falkschen seitenlinie zu werden es ist drogedacht sehr roh aber diese roheit tut weh und das ist dein genuss aber ja geht falk zugrunde so kann er es kontrollieren den zusammenbruch von etappe zu etappe verfolgen notieren registrieren die natur hatte er nun gründlich entschleiert das gewissen hatte er auch gänzlich überwunden wollen sie wissen weswegen sie wahrheitsfanatiker sperren sie nur ihre ohren gut auf damit sie den unsagbaren umfang ihrer dummheit einigermaßen übersehen hören sie nur auf meine gründe auf die gründe des wissenden der die natur entschleiert hat die natur zerstört gut sehr gut um zu zerstören bedienen sie sich verschiedener mittel und zwar erstens der sogenannten naturgewalten in diese kategorie entfallen ihre gemütsblödigkeiten in form von blitzen stürmen wasser und windhosen und so weiter und so weiter zweitens hat sie sich als ein ganz hervorragend wirksames mordmittel die bazillen auserkoren eine prachtvolle und unglaublich schurgische erfindung drittens nein kein drittens ich bin kein klassifikator ich bin philosoph folglich überspringe ich eine niedliche anzahl von den niedlichsten mord und morderwerkzeugen wogegen die krampfhafteste erfindungssucht der inquisition zahm und vor gott wohlgefällig erscheinen muss und gehe sogleich zu menschen über der mensch erlauben sie nur dass ich tief atem schöpfe meine trockene kehle mit konjak erfrische und ein wenig nikotin meinem magen zuführe also der mensch homo sapiens in der lineischen systematik ein selbstständiger apparat versehen mit einer registrierungs und kontrolluhr in form des gehirns wunderbar jetzt bitte hören sie nur gut zu ich setze mein evangelium fort mein großes erlösungswerk die natur hat sich ihrer ewigen zwecklosen morde geschämt die natur ist verlogen und feig sie wollte die schuld für ihre zwecklosen morde von sich abwälzen und hat dem menschen ein gehirn gegeben wissen sie was ein gehirn ist ein sehr schlecht ausrangierter unbrauchbarer apparat denken sie sich einen schlecht funktionierenden blutwellenschreiber er wird das steigen und das fallen des pulses natürlich aufschreiben aber falsch ganz falsch man wird nur daraus ersehen dass ein senken und fallen vorhanden ist aber nichts weiter sehen sie auf diese weise erfährt auch das gehirn dass etwas in der seele vorgeht aber was darüber erfährt es nichts kurz gesagt wenn auch der vergleich hinkt und durchaus keinen anspruch auf exaktheit erhebt das gehirn wird betrogen und belogen und erfährt erst später nachdem es geschehen es summiert hat dass es betrogen wurde aber damit ist die raffinierte grausamkeit noch nicht zu ende mit dem schlecht funktionierenden gehirn ist noch ein niedliches zeug von gewissen verbunden jahrtausende lang daraufhin dressiert qual zu verursachen für die sünden die die natur begeht ein ganz unglaubliches raffinement aber auch damit ist die sache nicht zu ende durch einen eigentümlichen kniff hat es die natur dem tölbel von menschen eingebläut daß es ein gewaltiger vorzug sei gehirn und gewissen zu haben denn was unterscheidet den menschen vom tier der mensch weiß was er tut falk furchte wird ihn nicht bald einen lachkrampf überwältigen der mensch hat das gehirn bekommen auf daß er den gott silizit die natur erkenne ihm für seine wohltaten danke nein ich muß aufhören sonst lauf ich wirklich gefahr lachkrampfe zu kriegen potz tausend ist das ein raffinierter schelmenstreich sich für das gehirn bedanken zu lassen und noch obendrein für das gewissen diesen schönen misthaufen auf dem die natur ihre schurkereien abladet nein nein ich bedanke mich für das gehirn das gewissen und des gleichen wissens aber ratet o ich will lieber zum bazillen hinabsteigen er zerstört ohne qual und ohne gewissensbisse der kluge herr professor der dem menschen den übermenschen beibringen wollte nun der müßte ja schon am zweiten tag an seinem überfluß von gehirn und gewissen zugrunde gehen falk sah sich tatsächlich auf einer bühne das fand er durchaus nicht sonderbar im gegenteil sehr angenehm er liebte es bemerkt zu werden er hatte dann die pose eines bedeutenden menschen nein keine pose nur ein ganz natürliches auftreten von einem bedeutenden menschen ganz so wie das publikum einen bedeutenden menschen zu sehen wünscht übrigens verehrtes publikum begehe ich den blödsinn die natur zu personifizieren und das ist der erste schritt zur bildung eines gottes er kicherte des gottes den das liberale freisinnige bürgertum abgeschafft hatte das freisinnige publikum o gott ich ersticke der deutsche freisinn mit zwanzig plätzen im reichstag nein wie er sich köstlich amüsieren konnte er schrak plötzlich zusammen sonst pflegte er sich durch dergleichen selbstgespräche zu beruhigen zu vergessen aber diesmal gelang es ihm nicht im gegenteil die unruhe packte ihn von neuem überraschend hinterrücks mit neuer heftigkeit aber zum teufel was denn was wird was kann denn geschehen er musste es absolut verhindern er durfte nicht zugrunde gehen noch nicht nein er musste czerski zurückhalten ihm die ganze sache ausführlich klar machen mit gründen belegen mit unbesiegbaren argumenten auseinandersetzen dass er sich völlig im urtum befinde wenn er ihn verantwortlich machen wolle das sei lächerlich wolle er die lüge strafen so müsse er auf irgendeine weise der natur beizukommen suchen und sie schädigen ja er müsse den dummen czerski überzeugen dass er allerdings als ein wissendes werkzeug gehandelt habe aber durchaus ohne jede verantwortlichkeit sei etwa wie ein bazill oder sowas ähnliches ja klar machen überzeugen etwa in folgender weise falk hustete auf er sah sich deutlich czerski gegenüber sonderbar dies halluzinatorische seiner gedanken das ist natürlich der anfang vom ende diagnostisch sehr wertvoll diese ausgeprägten halluzinationen die durchaus nicht beunruhigen sehen sie lieber czerski ich bin jetzt tausendmal ruhiger wie vor ein paar stunden ja natürlich wieder trank er ein volles glas sie sind ungeduldig czerski nun wir können anfangen ich beeile mich nicht weil ich gewisse intime dinge berühren muss an die zu denken durchaus kein vergnügen ist sie runzeln ihre stirn aber mein gott haben sie denn gar kein interesse an psychologischen analysen bedauere bedauere ich bin ein ganz engagierter seelenforscher ich glaube ich habe alle meine gemeinheiten wie sie meine handlungen zu benennen blieben aus einer gewissen psychologischen neugierde begangen einer neugierde die zum beispiel den lustren geist des liberalen bürgertums herrn hypolitain auszeichnete sie wissen ja der herr der eine destille für tugenden errichten wollte prachtvolle idee tugenden in denselben massen zu produzieren wie vitriol so sind die liberalen geister oh oh was sie nicht alles wissen und können aber bitte setzen sie sich sonst werden sie ihre knie lösen wie homer sagt eine zigarette gefällig vielleicht ein glas cognac sie trinken nicht ja natürlich sie sind ein menschenfreund und als solcher wandeln sie auf den höchsten menschheitstönen verschmähen also die leiblichen genüsse nun entschuldigen sie nehmen sie es nur nicht übel ich kann noch nicht verstehen wie ein mensch der gehirn hat ohne alkohol auskommen kann sie verletzen eine natürliche kompensationspflicht wieso wieso aber das ist ja ganz klar der urmensch der gehirnlose mensch also ein humo der noch nicht sapiens ist und infolgedessen seine gefühle zu regulieren nicht im stand ist unterliegt spontan gewissen gefühlsausbrüchen die man begeisterung ekstase suggestibilität und so weiter nennt es ist ein prozess der gewisse ähnlichkeit mit sogenannten pathologischen vorgängen hat also eine manie zum beispiel etwas ergreift mit furchtbarer gewalt das gehirn macht blind für alle gründe unfähig einer jeden berechnung man wird wie ein stier dem eine scheuklappe vorgebunden wurde aber diese ekstatische blindheit gibt eine unerhörte kraft die eigentlich unsere zivilisation geschaffen hat sehen sie diese fanatische gradlinische blindheit hat die massen nach jerusalem getrieben sie hat die religionskriege entfacht sie hat bastien gestürmt konstitutionen errungen sie hat barrikaden errichtet und straflosigkeit den bübischen presspiraten zugesichert das ist die begeisterung der wut die einem samsern die kraft gab mit einem eselskindbacken ein ganzes heer von filistern in die flucht zu schlagen und andererseits den herrn rafascholl auf die idee brachte fromme bürgerseelen in den abrahams schoß zu befördern die bürger lieben ja den allmächtigen herrn sie sollten sich bei rafascholl bedanken dass sie so urplötzlich das gottes antlitz in freude schauen dürfen oh oh sie lachen herr czerski man hat sie nicht umsonst anarchistischer liebhabereien verdächtigt diese begeisterung also ist ein äußerst wichtiger faktor in dem hause der natur aber wir sind ihrer nicht mehr fähig der nüchterne verstand des freisinnigen bürgertums hat sie getötet aber wir ja wir haben die verpflichtung hüter dieser heiligen begeisterung zu werden aber wie sie erzeugen wenn sie nicht da ist natürlich durch alkohol sehen sie suvarov der hat es verstanden seine herrscharen bekamen vor jeder schlacht so viel zu saufen wie sie nur wollten deswegen haben sie die wunder von tapferkeit verrichtet das preußische kriegsministerium sollte mal diesen umstand in erwägung ziehen ich schwarze sagen sie das ist sehr dumm gesagt sie sind wohl auch so ein liberales gehirn denen die kleinen dinge lächerlich erscheinen aber wir kamen ja von unserem hauptthema ab also herr teyn nicht wahr er hat ganz dieselbe psychologische neugierde wie ich wissen sie wie er die sache anstellt er ist in einer gesellschaft er sieht einen menschen der einen charakterkopf hat charakterkopf lese ich nämlich zweimal täglich im berliner tageblatt das organ des liberalen bürgertums sagt es von jedem minister daraus gesetzt dass er einem schaf ähnlich ist sonst heißt es nur scharf geschnittenes profil wie aus marmor gehauen zuweilen auch antik und dergleichen herr teyn sieht das schafsgesicht er wird augenblicklich zerstreut er wandelt herum wie ein lunatiker bis er plötzlich den betreffenden charakterkopf auf die füße tritt aber man weiß dass es herr teyn ist und man ist darüber sehr erfreut herr teyn notiert in sein notizbuch erste eigenschaft große sanftmund eigentliches milieu ende des 18 jahrhunderts das langweilt sie herr tschersky nun ich wollte ihnen nur nachweisen dass meine psychologische methode sich wesentlich von der teynischen unterscheidet ich bin also ein verheirateter mensch glücklich nein unglücklich nein was dann aber wollen sie denn wirklich nicht ein glas konjak trinken es ist gut wenn man nervös ist das dämpft die depressiven zustände erhöht die lebensenergie macht den ganzen organismus leistungsfähiger sie wollen nicht nun dann ihr wohl falk trank hm hm wie soll ich noch anfangen er ging auf und ab haben sie schon jemals über dies furchtbare rätsel über den menschen nachgedacht nein natürlich nicht sie sind ein anarchist also streng genommen ein erbe des freisinnigen gehirns das den materialismus und die euthiemonistische ethik hervorgebracht hat ja sie sind der erbe einer weltauffassung die aber kennen sie diese eine herrliche stelle aus den geständnissen des heiligen augustinus hören sie nun da gehen die menschen hin und bewundern hohe berge und weite meeresfluten und mächtige brausende ströme und den ozean und den lauf der gestirne vergessen sich aber selbst daneben ja sehen sie das bourgeoisie gehirn hat den menschen vergessen er muß jetzt von neuem entdeckt werden aber um ihn zu entdecken muß man die lächerliche überschätzung des idiotischen makrokosmos die staunenswerten errungenschaften der naturwissenschaften erst verlernen man muß den kindlichen sinn wiedergewinnen der das furchtbare und geheimnisvolle die untiefen und den abgrund zu sehen vermag nicht nur zu sehen aber an zu staunen angst und schreck und verzweiflung vor alledem zu empfinden ha ha ich idiot ja sie haben recht dass sie dies überlegende lächeln aufsetzen ja natürlich ihr ihr ja was seid ihr eigentlich anhänger der materialistischen weltauffassung ihr habt ja natürlich alle rätsel gelöst nun nichts für ungut ich verstehe sehr gut dass ihre weltumfassende menschheitsideale ihnen nicht zeit lassen sich in eine solche baguette wie der mensch liebevoll zu versenken der ausdruck stammt vom berliner tageblatt ihre durchgreifende tatkraft der ausdruck ist von derselben quelle erlaubt es ihnen nicht ihre zeit nutzlos zu vergeuden ha ha wollen sie wirklich nicht trinken schade sehr schade ich kann eigentlich die menschen nicht leiden die nicht trinken aber neugierig scheinen sie zu sein sie möchten wohl gerne etwas persönliches über den geheimnisvollen herrn falk erfahren da ihnen geld zu sozialer agitation broschüren und proklamationen zur aufreizung einer klasse gegen die andere geschickt hat ha 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 aufreizung nicht wahr so heißt es offiziell aber ich will gar nicht von mir sprechen ich will nur über objektive fragen reden ha 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 sehen sie das ist zum beispiel sehr interessant wie sich ein mensch unter dem einfluss einer bagatelle verändern kann bagatelle sage ich ihnen lächerliche kleinigkeit ich war gestern bei iltis ich studiere ihn nämlich er hat sich verheiratet seine frau ist die wunderbarste frau unter der sonne ganz außerordentliche frau nun sehen sie sie hat wohl unmöglich früher riechen können dass sie in zwei jahren meinetwegen seine frau werden sollte nicht wahr so etwas kann man auf die distanz von großen zeitabschnitten nicht riechen ja also damals als sie iltis noch nicht riechen konnte hat sie sich verliebt ja natürlich warum sollte sie sich nicht verlieben sie hat sich auch dem manne hingegeben den sie liebte das ist ja natürlich sie nehmen es ihr nicht übel dass sie nicht erst die staatliche konzession dazu erwartet hatte aber ich will nicht logisch urteilen denn sonst würde ich es nur schön finden da nun aber das weib immer in bezug auf den letzten mann existiert und der letzte mann solche früheren eingriffe in seine prioritätsrechte nicht schön zu finden pflegt so ja meinetwegen sage ich dass es von iltis frau nicht schön war so voreilig zu handeln also iltis nein ich weiß nicht genau ob es iltis ist nein mein kopf ist ein wenig verwirrt es ist wohl jemand anderes nennen wir ihn sartang das klingt sogar sehr schön ich bin ganz entzügt über diesen prachtvollen einfall denken sie nur sartang dieser sartang also verliebt sich in das weib das die für züchtige jungfrauen verbotenen paradiesäffel bereits gegessen hat und heiratet sie natürlich hat sie ihm alles gestanden aber er herrgott über solche laparien wird er als ein moderner mensch und das frühere haupt der wüstesten bohemen sich doch nicht aufregen interessant nicht wahr aber nachträglich besinnt er sich in seiner seele öffnet sich eine kleine winzige lücke die ein seltsames gefühl von unbehagen ausströmt satan setzt sich hin oder nein er legt sich auf sein ruhesofa verschränkt die arme unter seinem kopf und grübelt es war schon einer da der des weibes saß das ist doch sonderbar dieselben schmeichelnamen die sie ihm sagt hat sie schon einem anderen ins oberfluss sie lag auch schon einem anderen um den hals ein anderer hatte bereits diesen körper an sich gedrückt aber zum donnerwetter was ist das satan springt ganz erschreckt auf es kommt ihm vor als ob die kleine lüge eigentlich eine kleine wunde wäre die sich entzündet und nun eine unerhörte qual verursachte aber lächerlich satan ist ganz wütend dass er sich über solche natürliche ja durch den geheimen naturzweck geheiligte selbstverständlichkeit aufrecken kann ja er legt sich die sache sonnenklar auseinander und vergisst sie er ist sogar sehr froh dass er diese posthume forderung seines sexuellen organismus so energisch zurückgewiesen hat er reckt sich trellert ein schäferliedchen ach wie idyllisch aber mit den bösen mächten na sie kennen doch ihren schiller wird von neuem unruhig eine gewisse quälende neugierde überkommt ihn er geht zu seiner frau ist unglaublich liebenswürdig er küßt ihr die hände schäkert mit ihr redet über dies und jenes dann fragt er plötzlich so ein person mit der unschuldigsten gleichgültigsten miene der welt du wie war eigentlich dein erster mann blond oder schwarz das wort mann spricht er ohne zu wissen mit einer sonderbaren betonung es ist hast wut neugierde alles was sie noch haben wollen ja er war schwarz hatte aber merkwürdigerweise blaue augen satan zog unwillkürlich er ist so gereizt dass er nicht weiter darüber sprechen kann er ist ganz außer sich er kann ja gar nicht verstehen was vor sich geht ha 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 armer satan ich will zugeben daß er unglaublich lächerlich ist aber so ist nun einmal der dumme kerl geschaffen er will auch nicht weiter darüber nachdenken nein er mag nicht er hat die ganze sache ein paar tage vergessen aber da plötzlich kommt es wieder nur heftiger schmerzhafter es ist fast wie lust sich selbst zu quälen sich die wunde ganz brutal aufreißen zu lassen ich will die frage offen lassen in welchen physischen und psychischen ursachen diese selbstquälerische neugierde begründet sein mag aber sie ist eben da er muss seine frau ausfaschen natürlich mit dem nötigen psychologischen taktgefühl nur um sich nicht anmerken zu lassen als wäre ihm etwas vorangelegen er fragt also so beiläufig nur des psychologischen interesses wegen nach den näheren umständen er bekommt sie zu wissen natürlich warum denn nicht er hat ja so schön und so begeistert zu ihr über freie liebesverhältnisse gesprochen ha ha sie sind auch beide sogenannte moderne menschen die über dergleichen lächerliche vorurteile längst hinausgekommen sind ob sie ihn geliebt hat sie denkt ein wenig nach oh ja sie hat ihn geliebt sehr geliebt sie hat er gezittert und sucht sich zu beherrschen die näheren umstände mein gott die sind ja immer dieselben und sie lacht er lacht natürlich auch aber sie solle ihm ja nur recht umständlich erzählen es sei so ungemein interessant und sie komme ihm dadurch so nah wenn er ihr leben in den geringsten geheimen winkel genau kennenlernen sie sträubt sich aber gibt schließlich nach der schwarze hat sie gebeten ihm ihre liebe zu beweisen merken sie nur auf herr czerski wie ich nun alles umschreiben werde sie selbst habe es auch verstanden dass dies verstehen sie dies geheimnisvolle dies der einzige beweis der liebe sei aus der gurkel des anderen satan kommt plötzlich ein sonderbarer pfiff den er durch nachträgliches husten eifrig ungeschehen macht er hat sie also gebeten um dies dies sie sollte sich nur recht gut bedenken denken sie nur was für ein ausbund von weißem edelmut dieser schwarze herr sein musste du hast natürlich während der ganzen zeit in der du über diese entscheidungsvolle dies nachdenken solltest nicht ein einziges mal daran gedacht satan ist nämlich ein psychologe nein ich fühle nur dass es so kommen musste ich konnte ich brauchte nicht darüber zu denken es war notwendig für dich oder für ihn satan rast nämlich vor boshafter wut er hat eine fabelhafte lust aufzubrüllen dass seine lungen bersten müssen warum weiß er nicht sie hat nicht ganz gut verstanden was er mit seiner zynischen frage meinte und sieht ihn mit großen augen an sie wissen mit augen die eigentlich nur ein brennendes misstrauisches ein klein wenig verächtiges fragezeichen sind satan kommt sofort zu sich beinahe der ihr misstrauen erweckt er wird nun sehr vorsichtig nun fragt er mit einer gewissen nonchalanten bonomie weiter und erfährt nach und nach so ziemlich alles wissenswerte die dynamische mechanik der liebe ist ja fast immer dieselbe es sind gewisse unverbrüchliche momente ha 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 aber nun fließt es in den dummen sardin über er kann nicht weiter hören er hat eine maniakalische unbezwingbare lust das weib zur erde zu werfen und sie mit seinen fäusten tot zu prügeln tut er es ach wo wo denken sie hin hat scherski dazu ist der jordan viel zu wissen ha ha ja so ich habe sie falsch verstanden sie als menschheitsfreund fragen natürlich warum er das tun wollte warum das weiß er nicht das wäre alles unglaublich lächerlich wenn es nicht so fatal wäre die kleine winzige lücke erweitert sich mit rapider schnelligkeit es ist wie ein gewächs mit langen fortsetzen die in jede pore seiner seele hinein kriechen sich in jede öffnung mit wachsender wut hineinzwängen und das furchtbare gift in den ganzen organismus verschleppen ha 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 warum ich so hässlich lache zum donnerwetter mensch ist das nicht zum lachen aber so geht es weiter die fantasie ist einmal in bewegung gesetzt sie wird plötzlich so üppig wie ein urwald scharf und giftig wie ein indianer pfeil erfinderisch wie edison grübelnd und ausdauernd im denken wie sokrates der bekanntlich die ganze nacht vor seinem zelte stand ohne zu merken dass ein fuß tiefer schnee gefallen war glauben sie nicht dass der alte herr ein wenig posierte nun die fantasietätigkeit des sartén ist ja auch sehr interessant er sucht sich die beiden vorzustellen sie saßen im zimmer er hat es vorsichtig zugeregt sie hat langsam die haare aufgemacht dann ihre taille aufgeknüpft er stand inzwischen da heiß zitternd und fraß an ihr mit gierigen blicken niedliche bilder was oder er sieht sein kind an es fährt ihm plötzlich durch den kopf durch welches wunder es verhütet wurde daß sie nicht früher mit dem andern ein kind bekommen hat diese frage und die möglichkeit daß sie es eigentlich hätte bekommen sollen macht ihn ganz toll oder er liest eine gleichgültige geschichte von zwei liebenden ha ha warum war er nicht der erste und diese frage macht ihn ganz rasend vor verzweiflung oder er bekommt eine ihrer jugend fotografien zu sehen war es vorher oder nachher ja natürlich vorher er sieht die fotografie an er macht eine schmerzhafte wissenschaft daraus er liebt sie da liebt sie mit einer schmerzhaften qual und verehrt sie in einer agonie von wut und verzweiflung warum 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 hat sie sich nicht so so rein so unwissend für ihn erhalten aus allem was ich ihnen hier anführte werden sie wohl den genügenden eindruck bekommen haben von dem seelischen zustand unseres sartans er verliert das gleichgewicht er versucht noch das wuchernde unkraut herauszureißen die wurzeln des giftigen übels abzuschneiden aber es ist zu spät er wird die vision nicht mehr los in seiner seele kocht die wut der hass benimmt ihn dem verstand er kann sie nicht anrühren ohne an den anderen zu denken er kann sie nicht ansehen ohne an ihn erinnert zu werden seine seele bekommt runzeln und graue haare und doch schleppt er sich hinter seiner frau her wie ein kranker hund er kann sie nicht entbehren er liebt sie tausend mal mehr als früher in dieser raserei dieser kochenden wut und diesem hass können sie das verstehen falk schrie können sie das verstehen das ist wahnsinn das ist kein schmerz das ist das ist er bekam plötzlich angst vor sich selbst und ein wilder wutanfall backte ihn gegen den menschen der ihn zwang dies alles wieder durchzuweben die alten rinden aufzureißen er ging suchend im zimmer herum mit geballten fäusten er war ganz von sinnen warum ich schreie weil ich herzkampf habe kolik habe ich stiche ringsherum in der ganzen brust wo hätte ich dich hier du verfluchter satan mit deiner wahrheitsforderung deinen heiratsanträgen ha 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 ich janine heiraten die kräfte verließen ihn er setzte sich ans fenster er trocknete den schweiß von der stunde und wurde mit einem male ruhig er verfiel in ein schweres brüten nun wird er wohl verstehen wie man dazu kommt ein mädchen zu verführen selbstverständlich wird er es verstehen er saß und saß wiederholte unablässig seine gedanken daß der czerski es nun endlich verstehen müsse und wachte wieder auf er war wohl eingeschlafen und wieder sah er auf den himmel auf die dunkle kranke schwermut des himmels und dann fühlte er wie die räume sich zu weiten und mit dem ungestüm eines wilden gerolls zu fliehen begannen er horchte gespannt auf es war ihm als ringelten sich die abgründe der ewigkeit in noch tiefere tiefen als formte sich die ruhe zu einem unendlichen trichter der alles verschlang und zeit und ton und das schwermutslicht der stelle es war ihm als wäre er eingehüllt in dunkle dumpfe fernen alles war verschwunden nur eins blieb der weite kranke himmel über ihn in diesen himmel hatte er mit seinen augen gezeugt mit seinen armen hatte er seine wölbung über das erdenall geworfen er sprang auf es kam ihm vor als hätte sich die tür geöffnet und jemand wäre hereingekommen nein es kam ihm nur so vor und wieder ging er auf und ab furchtbar furchtbar daß einem so etwas die seele zerstören kann warum er wurde rasend bin ich dazu da um alle rätsel zu lösen hab ich nicht genug in meiner seele gewühlt hab ich nicht mit der größten peinlichkeit jeden winkel meiner seele durchstöbert aber kann ich das begreifen was unter meinem bewusstsein liegt was sich jenseits von dem lächerlichen gehirn leben abspielt kann ich das verstehen sie nicht sie dummer mensch daß man unter gewissen umständen dazu kommen kann seine frau zu betrügen verstehen sie nicht daß es momente gibt in denen man ein weib so intensiv so unerhört hassen kann daß man es durch den umgang mit einem anderen weib beschmutzen muss aus wut aus schmerz aus raserei aus einem kranken oder bedürfnis falk schüttelte sich verlangen aus rache weil das arme weib fünf jahre früher ja bevor sie mich traf mich nicht gerochen hat falk lief umher die unruhe wuchs dass er glaubte sein kopf müsste bersten und jetzt gerade jetzt wo die qual sich legte wo die wunde zu vernarben begann jetzt wird man isa von ihm losreißen sie wird natürlich gehen er suchte sich das vorzustellen nein unmöglich er war an sie gefesselt sie war für ihn alles er konnte ohne sie nicht leben er war mit ihr verwachsen er wurzelte in ihr eins wurde ihm klar er musste czerski loswerden aber wie wie ein gefühl von verzweifelter ohnmacht befiel ihn er wurde schlaff und resigniert was konnte er machen jetzt musste alles über ihn hereinbrechen da plötzlich schoss ihm ein gedanke durch den kopf olga muss die ganze sache ordnen das war der einzige ausweg er wurde froh dass er daran nicht früher gedacht hatte mit fieberhafte eile schrieb er einen langen brief steckte papiergeld hinein siegelte das kuvert zu lehnte sich in den stuhl zurück und starrte gedankenlos vor sich hin plötzlich fuhr er auf jetzt hasste er sie wieder ja sie war daran schuld dass er so zerrissen so elend wurde dass er jeden glauben verloren hatte dass er kein ziel und keinen zweck im leben sah sie sie war daran schuld dass er in seinem gehirne nur die eine große kranke idee hatte die eine wut den einen rasenden hass dass er nicht der erste war isa isa wenn das nicht beschehen wäre ja natürlich hat scherski natürlich habe ich gesagt natürlich nichts ist natürlich alles ist ein rätsel alles ist ein abgrund und alles eine qual und eine blödsinn es war doch am ende besser dass nun alles zu ende ging und die qual legte sich auf sein herz und schnürte es fest und bis sich hinein mit feinen langen spitzen zählen die nacht war so schwül und so weit und so dunkel er sank in sich zusammen die welt geht zugrunde die welt geht zugrunde ende von abschnitt 14 abschnitt 15 von homo sapiens romantrilogie von stanislaw pszczepiszewski diese librivox aufnahme ist in der public domain teil 3 im malstrom fünftes kapitel sind sie krank scherski olga war sehr beunruhigt scherski sah sie starr an es war als hätte er erst jetzt gemerkt dass sie da war nein ich bin nicht krank aber was führt sie zu mir wollen sie eine agitationsreise unternehmen scherskis gesicht belebte sich plötzlich daran denke ich seit drei tagen ich habe geld für sie und die anweisung dass sie sofort reisen sollen er wurde missmutig ich will keine anweisungen haben ich reise wann ich will das geld ist ihnen aber nur unter der bedingung zur verfügung gestellt dass sie sofort reisen sollen warum denn sofort es ist ein großer büchertransport an der russischen grenze den sie spätestens in zwei tagen nach russland schaffen müssen drüben wartet man schon einen monat darauf ich will keine dienstleistungen für irgendeine partei verrichten ich habe mit einer partei nichts zu tun ich bin selbst eine partei olga sah ihnen nachdenklich an sind sie wirklich nun ganz und gar ein anarchist geworden ich bin weder ein anarchist noch ein sozialist weil ich selbst eine partei bin aber sie haben doch anschauungen die von der anarchistischen partei geteilt werden das geht mich nichts an dass gewisse anschauungen mich zufällig dieser oder jener partei nahe bringen aber deswegen will ich gar nicht zugeben dass mich diese oder jene partei als ihr mitglied reklamiert er schwieg nachdenklich sie wollen also nicht sind an das geld noch sonst irgendwelche bedingungen geknüpft nein er bedachte sich nun ich kann meinetwegen den krempel hinüberschaffen aber ich wiederhole dass ich mich um keine anweisungen kümmere dass ich keinem befehlen gehorchen will dass ich außerhalb jeder partei stehe und kein programm anerkenne es sind eigentümliche eröffnungen die sie mir machen aber ich soll ihnen das geld unter allen umständen ausliefern czerski sah sie misstrauisch an sagen sie fräulein das geld hat feil geschickt woher wissen sie es ich habe ihn gestern gesprochen sie haben ihn gesprochen ja er dachte lange nach falk liebt seine frau wohl sehr ja wie kann es nur kommen dass er gleichzeitig eine maitresse hat ich habe mir darüber die ganze nacht den kopf zerbrochen olga sah ihn ein wenig erschrocken an sollte sein verstand wirklich gelitten haben eine maitresse sagen sie das ist doch wohl nicht möglich ja eine maitresse meine frühere verlobte fräulein krug ja er hat mit ihr einen sohn sie ist gerade vom wochenbett aufgestanden olga wurde sehr verwirrt sie sah ihn erschrocken an merkte dann plötzlich ihre erregung suchte sie zu verbergen ihre hände zitterten und sie fühlte wie ihr das ganze blut zu herzen floß schien nichts zu bemerken er ging auf und ab und grübelte nun das überwindet man sagte er endlich das ist ein schmerz ein großer schmerz aber man überwindet das anfangs als sie ihre besuche im gefängnis einstellte habe ich sehr gelitten ja sehr gelitten wiederholte er nachdenklich aber ich habe es überwunden es ist auch gut so es steht jetzt nichts mehr zwischen mir und der idee er schwieg eine weile als ich vor drei tagen freigelassen wurde da überkam es mich wieder gestern packte mich plötzlich eine raserei gegen falk ich wollte ihn beleidigen und beschimpfen aber da bekam ich mit einem ruck die angst dass etwas zwischen mich und die idee treten könnte und ich habe es wieder überwunden es ist gut so sehr gut falk will mich wohl loswerden er sollte wirklich keine angst vor mir haben beruhigen sie ihn wenn sie ihn treffen er richtete plötzlich seine augen scharf auf olga glauben sie dass falk das geld geschickt hat um mich loszuwerden wann haben sie ihn gesprochen gestern na dann glaube ich es gar nicht er wartete übrigens nur darauf dass sie freigelassen werden er schätzt sie ungemein er ist aber ein schurke ja er ist ein schurke nein das ist er nicht er ist es ebenso wenig wie sie Olga sprach kalt und abwehrend Chaski sah sie eine weile aufmerksam an antwortete aber nichts er ging wieder nachdenklich auf und ab die gefälschte bulle von papst pius für die agitation auf dem lande hat fall geschrieben fragte er plötzlich ja sehr gut gemacht sehr gut aber ich glaube nicht dass es ihm ernst ist er spielt mit der idee er experimentiert er will wohl ästhetische sensationen haben nicht wahr sie kennen ihn doch sehr gut sehen sie sie antworten nicht sie schweigen er sucht die gefahr ich kann mir denken dass er mit freuden ins gefängnis wandern würde nicht weil er an die sache glaubte sondern weil er darin eine sühne für seine sünden zu finden gedächte Chaski belebte sich immer mehr ich habe briefe früher von ihm bekommen viele briefe er ist scharf und geschickt er hat hass und viel vielleicht sehr viel liebe ich habe ihn verehrt aber ich sehe jetzt dass das alles nur verzweiflung ist er will sich retten er sucht krampfhaft nach rettung aber er kann an nichts glauben ja er ist sehr geschickt ich wollte ihn gestern beleidigen ich zwang mich ihn zu beleidigen aber er ist geschickt und boshaft ja boshaft Chaski brach plötzlich ab wollen sie tee haben gerne er bereitete nachdenklich den tee haben sie fräulein krug in den letzten tagen gesprochen ja gleich als ich aus dem gefängnis kam ging ich zu ihr sie weiß nicht dass er verheiratet ist nicht olga fuhr erschrocken auf nein er hat gelogen sein ganzes leben ist nur eine kette von lügen olga kam in eine große unruhe es wurde ihr schwer länger bei Chaski zu bleiben sie stand auf ich kann doch nicht auf den tee warten oh bleiben sie ein wenig ich war anderthalb jahre allein es ist mir so lieb einen menschen um mich zu wissen er sah sie bittend an olga fasste sich und setzte sich wieder hin sie sind sehr betrübt fräulein ja wir haben alle etwas anderes von ihm erwartet hm eigentlich ist es ja gut dass er das geld schickte wie viel ist es denn 500 mark das ist viel sehr viel damit kann man viel ausrichten sie schwiegen eine weile ist es wahr was kunitzki behauptet daß sie zusammen mit stefan kruck die stadtkasse hier in der nähe erbrochen haben vollkommen wahr sie erprobieren also die anarchistische praxis wenn es die idee erfordert sind alle mittelheilig das ist durchaus keine anarchistische erfindung übrigens haben wir das geld nicht gestohlen sondern rechtmäßig an uns gebracht und das ist ein großer unterschied wir haben im vollen bewusstsein der rechtmäßigkeit unserer tat gehandelt sie sagen also daß man stehlen darf sobald es die idee erfordert nicht stehlen nein das habe ich nicht gesagt sie kommen da auf den juristischen begriff des verbrechens aber sobald ich sage ich tue recht und sobald ich den glauben und die heilige überzeugung habe dass ich recht tue verstehen sie einen glauben der auch nicht den geringsten zweifel zulässt dann ist der diebstahl eben kein diebstahl kein verbrechen mehr sie meinen daß das einzige kriterium des verbrechens das böse gewissen sei ja sie werfen aber dem staate verbrechen vor glauben sie nicht daß der staat alles was er tut mit gutem gewissen tut glauben sie nicht daß er sich berechtigt fühlt den arbeiterstand der ausbeutung des kapitalismus preiszugeben folglich ist der staat kein verbrecher weil das kriterium des bösen gewissens fehlt subjektiv ist der staat kein verbrecher vorausgesetzt daß er von der rechtmäßigkeit seiner handlung überzeugt ist woran ich nicht glaube aber er wird es objektiv weil die folgen seiner handlungen verbrecherich sind aber wenn die motive gut sind so kann ja der staat für den schaden nicht verantwortlich gemacht werden deswegen muß er beseitigt werden ganz so wie man ersinnige beseitigt die ohne es zu wissen verbrechen begehen über das verbrechen entscheiden nur die schädlichen folgen ja aber gesetzt daß sie um der idee willen eine fabrik in die luft sprengen und dadurch hunderte von familien ins unglück stürzen dann begehen sie doch ein verbrechen weil die folgen verbrecherich sind nein denn dadurch bringe ich meine idee ihrer verwirklichung näher und bringe millionen das glück als christus seine lehre ausbreitete wußte er sehr gut daß tausende von seinen anhängern würden geopfert werden er hat sie also dem sicheren verderben preisgegeben um millionen das heil zu bringen sie glauben an gott fragte olga zerstreut jaski kam plötzlich in eine große aufregung ich glaube an jesus christus den gottmenschen aber unterbrechen sie mich nicht ich habe das recht dazu die natur hat es mich gelehrt was entscheidet über das angenehme eines gefühls doch nicht daß es an sich angenehm ist die gewöhnung an das opium ist anfangs sehr schmerzhaft wird erst in der länge zumindest über das endgültige wesen des gefühls entscheidet also nur die dauer desselben es ist selbstverständlich daß die ersten folgen einer fabriksprengung unangenehm sind aber sie werden also vor keinem verbrechen zurückschrecken nein kein verbrechen er unterbrach sie eifrig ich werde vor keiner handlung zurückschrecken die meiner idee n sieg garantiert und wenn ihre idee falsch ist sie ist nicht falsch denn sie ist auf der einzigen wahrheit aufgebaut den wir haben der liebe aber wenn ihre mittel falsch sind sie können nicht falsch sein denn ihre motive sind die liebe übrigens will ich gar nicht zu diesen mitteln greifen selbst dann nicht wenn ich es für nötig halten sollte ich habe kein programm wie die anarchisten ich will keine gewalttat begehen um nicht einer partei welche die gewalttat in ihrem programm hat zugezählt zu werden aus eitelkeit nein aus vorsicht nur aus vorsicht dass nicht die anarchisten also eine partei das recht zu bekommen glauben meine tat als die folge ihres programms aufzufassen sie sind ehrgeizig nein aber ich bin nur in meiner tat ich habe nur ein recht und das ist zu sein und mein sein ist meine tat ja ich habe einen ehrgeiz wenn sie es so wollen zu sein durch meine tat zu sein ich bin nicht sobald ich fremde befehle ausführer das sind alte gedanken lieber czerski ich weiß nicht ob sie alt sind ich habe sie im gefängnis bekommen und so sind sie meine eigenen ich habe sie mit großer mühe ausgedacht ich war nicht gewohnt zu denken solange ich in der partei war jetzt habe ich mich von allem gelöst um allein zu sein und meine tat mit eigenen gedanken zu bestimmen und wenn sie das geld von falk nicht bekommen hätten hätten sie es sich genommen ja und was wollen sie jetzt tun ich will die menschen lehren sich aufzuopfern olga sah ihn fragen dann sich aufopfern können das ist die erste bedingung jeder tat ich werde die begeisterung des opfers lehren aber um sich zu opfern muss man erst an den opferzweck glauben nein nicht aus dem glauben entspringt das opfer sondern aus der begeisterung das ist es eben sehen sie alle bisherigen parteien haben glauben aber keine begeisterung nein sie haben keinen glauben sie haben nur dogmen die sozialdemokratie ist dem dogmatischen glauben erstorben die sozialdemokratie ist das was jede religionsgenossenschaft ist sie ist gläubig ohne begeisterung gibt es einen menschen der für seinen gott ins feuer ginge nein gibt es einen sozialdemokraten der sich wegen seiner idee ins verderben rückhaltlos ohne bedenken stürzte nein sie alle haben die ruhige behäbliche gewissheit des glaubens ihre dogmen sind ehrende wahrheiten und deren willen man weiß gott sich nicht aufzuregen braucht ich will aber den feurigen glühenden glauben schaffen einen glauben der kein glauben mehr ist weil er keinen zweck hat einen glauben der in der begeisterung des opfers sich aufgelöst hat er kam plötzlich in einen ekstatischen zustand seine augen glänzten und sein gesicht verklärte sich eigentümlich sie spekulieren also auf den fanatismus des hasses bei der masse fanatismus der liebe sagte er strahlend fanatismus der liebe zu der unendlichkeit des menschengeschlechtes der liebe zu der ewigkeit des lebens der liebe zu dem gedanken dass ich und die menschheit eins untrennbar eins sind er variierte den gedanken in den verschiedensten ausdrücken ich werde nicht sagen opfert euch damit ihr und eure kinder glücklich werden ich werde das glück des opfers an sich wieder neu lehren die menschheit hat eine unerschöpfliche fähigkeit sich zu opfern aber das hat die fette kirche und der fette sozialismus zerstört die menschheit hat das glück des opfers vergessen in dem fetten ekelhaften dogmen glauben das letzte mal hat sie es in der großen revolution gekostet in der kommune zwecklos nur aus liebe zum opfer um das unendliche glück der zwecklosen selbstlosigkeit noch einmal zu genießen und ich werde dies glück wieder in erinnerung bringen durch meine tat er stützte plötzlich unser augen misstrauisch an sie glauben wohl ich bin ein irrsinniger phantast es ist schön sehr schön was sie da sagen ich verstehe sie sagte sie nachdenklich er schwieg lange ja sie haben recht dass das alte gedanken sind sagte er plötzlich sie berühren sich vielfach mit dem was falk auf dem kongress in paris ausgesprochen hat ich hätte ihm damals die hand küssen mögen er wurde mit einem mal sehr unruhig aber es wurde ihm nicht zur lebenssache sein gehirn hat es ausgeklügelt sein herz hat kein feuer gefangen nein nein wie ist es nur möglich solche gedanken zu haben und nicht vor scham zu vergehen daß man das alles galt und ruhig sagen kann sehen sie das ist die schamlosigkeit seines gehirns das ist dabei nicht zu erschauern vernarrt sein gehirn ist schamlos er ist ein ein böser mensch er ist nicht rein genug für seine ideen man muß christus sein ja jesus christus der gott der menschen die heilige quelle der opferfreulichkeit sie haben sich sehr verändert tscherski ich habe sie übrigens nicht gekannt kunitzki hat sie verleumdet ich will viel darüber denken was sie gesagt haben olga stand auf und sah ihn scheu an über seinem gesicht lag ein verklärter glanz nie hatte sie etwas ähnliches gesehen schonen sie sich tscherski sie sehen sehr krank aus nein ich bin nicht krank ich bin glücklich er dachte lange nach ja ja sagte er plötzlich gestern noch war ich ein kleiner mensch aber jetzt ist es vorbei es ist vorüber sechstes kapitel falk hörte mit nervöser in ruhe olga zu sie erzählte ihm trocken beinahe geschäftsmäßig von ihrem besuch bei tscherski tscherski ist ein fantast sagt er endlich in seinem kopf wirbelte alles durcheinander ich glaube er will gar foyerische phalansterien errichten ha ha bakunin hat ihm ganz und gar den kopf verdreht ich glaube nicht dass er ein utopist ist sprach olga trocken und kalt sein ideengang ist ein wenig konfus aber originell und wie ich denke nicht ohne aussicht auf erfolg falk sah sie von der seite an so so glaubst du das wirklich meinetwegen mir ist es ja außerordentlich sympathisch dass er mit dem bürgerlichen gesetzbuch kollidiert aber sag mal was ist denn zwischen ihm und kunicki kunicki hat vor zwei jahren in zürich einen russen im duell erschossen im duell ja sonderbar genug daraufhin hat tscherski ihn in einer versammlung ohrfeigt warum denn tscherski sagte er ohrfeige nicht kunicki sondern seinen verstoß gegen das oberste prinzip der partei falk lachte höhnisch wunderbar und was hat kunicki gesagt was sollte er tun er konnte doch tscherski nicht ermorden sonderbarer fanatiker aber jetzt will er nichts mehr von der partei wissen nein falk sang lange nach meine tat ist mein sein nicht wahr so hat er gesagt olga sah ihn forschend an du falk sag mal ist es dir wirklich ernst mit unserer sache warum fragst du danach weil ich es wissen will olga schien ungewöhnlich gereizt und erregt zu sein weil du es wissen willst nun meinetwegen ich meine gar nichts mit eurer sache was habe ich mit einer sache zu tun menschheit wer ist menschheit was ist menschheit ich weiß nur wer du bist und meine frau und mein freund und noch einer aber menschheit menschheit das kenne ich nicht damit habe ich nie etwas zu tun gehabt was meinst du damit dass du fast alle proklamationen und flugschriften selbst geschrieben hast dass du dein geld für die agitation gibst dass du er unterbrach sie heftig aber das tue ich doch nicht der menschheit wegen oh wie du naiv bist verstehst du nicht dass es mir ein wahnsinniges vergnügen macht den menschen da unten ein bisschen die augen aufzumachen ist das nicht ein unerhörtes vergnügen zu beobachten wie der arme lohn sklave plötzlich sehend wird nun dir brauche ich wohl nicht aufzuzählen was alles der arme sklave da unten zu wissen bekommt ist das nicht herrlich anzusehen wie sich so ein sklave unter dem einfluss von so viel licht entwickelt und dies göttliche schauspiel wie die herrschenden vor wut und angst den himmel um rache anschreien und umsturz gesetze machen sieh mal hier hier habe ich eine wunderbare liste von den enormen verlusten welche die gruben bei dem letzten streik gehabt haben ich habe mein ganzes vermögen oder besser das vermögen meiner frau ruiniert bei diesem streik aber dafür diese unerhörte satisfaktion die theodosius grube hat bankrott gemacht die etruria kann sich kaum mehr halten ich kenne ihn den besitzer er ist ganz grau geworden versorgen dieser ekelhafte arbeitskraft fuhrer he he nie habe ich ein so intensives gefühl der befriedigung gehabt als wie ich ihn da sitzen sah ich habe ihn ruiniert nicht weil er mich etwas angeht oder weil ich an eure sache glaube nur lediglich aus persönlichem interesse an diesem grandiosen schauspiel he he der arme kerl schrie nach militär er wollte alle arbeiter wie hunde niederschießen lassen er drohte dass er die regierung stürzen würde oh das war unendlich großartig anzusehen und um dies zu sehen sollte ich nicht den letzten pfennig geben er wurde ganz heißer vor aufregung olga sah ihn lange lange an und lächelte schmerzhaft wie du dich belügst denn mich willst du doch nicht belügen er blieb erstaunt stehen lachte plötzlich auf blieb aber mit einem male sehr ernst du glaubst also an edlere motive bei mir sie antwortete nicht glaubst du das fragte er heftig aber sie schwieg du musst es mir sagen er stampfte mit dem fuß beherrschte sich aber augenblicklich nein ich glaube nicht sagte sie endlich ruhig daß du in einer so kleinlichen boshaften rache genugtum finden solltest du lügst vollkommen zwecklos ich weiß ja gut daß du das geld zum streik gabst weil das consortium 25 prozent dividende austeilte und gleichzeitig unter den groben arbeitern der hungertyphos ausgebrochen war das waren sekundäre gründe nein nein das ist nicht wahr du findest seit einiger zeit ein vergnügen darin dich selbst zu verleumden und schlecht zu machen chersky sagt es ja gut daß du mit freuden ins gefängnis gehen würdest wenn du nur darin eine sühne für deine sünden finden könntest ha 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 ihr seid ja ganz ungewöhnlich scharfsinnige psychologen er lachte mit einem gezwungenen hässlichen lachen du glaubst also an hochherzige motive bei mir ha 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 weißt du weswegen ich chersky das geld geschickt habe er stutzte plötzlich sie sah ihn bleich und verwirrt an du lügst weißt du weswegen sie wurde ungewöhnlich erregt und sprang auf sag dass du lügst falk setzte sich hin und starrte sie an ist es wahr fragte sie heiser sie beugte sich über ihn nieder und sah ihn unverwandt mit weit aufgerissenen augen an wolltest du ihn wirklich loswerden nein schrie er plötzlich auf du bist nicht feig nein sie atmete tief auf und setzte sie wieder hin sie schwiegen lange was willst du nun mit janina machen falk wurde sehr blass und sah sie erschrocken an hat chersky dir das auch erzählt ja er ließ den kopf sinken und starrte auf dem boden ich werde das kind adoptieren sagte er nach langer pause es ist furchtbar was du für einen dämon in dir hast warum musst du dich und andere unglücklich machen warum du bist ein sehr unglücklicher mensch falk meinst du es er warf es zerstreut hin ging ein paar mal auf und ab und blieb vor ihr stehen hast du auch nicht eine sekunde geglaubt dass ich chersky aus feigheit loswerden wollte nein er fasste ihre hand und küsste sie ich danke dir sagte er trocken er fing wieder an auf und ab zu gehen es entstand eine lange pause wann wird chersky fahren heute nacht er blieb vor ihr stehen ich glaube an deine liebe sagte er langsam ich liebe deine liebe du bist das einzige wesen und dessen gegenwart ich gut bin sie stand verwirrt auf sprich nicht davon warum denn darüber sprechen dir stehen jetzt schlimme dinge bevor wenn du mich nötig hast ja ja ich komme zu dir wenn das gebitter vorüber ist komm wenn nichts anderes für dich bleibt ja sie ging plötzlich lief falk ihr nach wo wohnt chersky sie gab ihm die adresse willst du zu ihm gehen ja ende von abschnitt 15 abschnitt 16 von homo sapiens romantrilogie von stanislaw pschibyszewski diese librivox aufnahme ist in der public domain teil 3 im malstrom siebendes kapitel als es abend wurde setzte sich falk in eine troschke und fuhr zu chersky er war nicht ganz wohl er fühlte fieber und hatte angst dass es wieder ein fieberanfall sei der ihn manchmal befiel und der längere zeit andauern konnte diese periodischen fieberanfälle waren wohl die überbleibsel einer überstandenen pleuritis oder irgendeiner krankheit er dachte nach über alle krankheiten die er gehabt hatte jedenfalls wohl eine lungenaffektion die verschiedensten fiebertheorien gingen ihm durch das gehirn aber seine aufmerksamkeit war ungewöhnlich zerstreut und er konnte bei keiner einzigen verbleiben das schlimme war nur daß er bei jedem solchen anfall irgend eine dummheit anrichtete doch darum handelte es sich ja jetzt nicht die hauptsache die große hauptsache war es daß er jetzt zu chersky mußte um ihm ganz offen seine feigheit einzugestehen das war er sich selbst und allen die noch an ihn glaubten schuldig die fahrt wollte kein ende nehmen seine gedanken sturben auseinander er wiederholte einzelne sinnlose sätze und sonderbar je sinnloser ein satz war desto öfter mußte er ihn wiederholen er sah auf die uhr es war schon acht also hatte er zeit chersky wird wohl nicht vor mitternacht fahren schließlich kam er vor dem haus an wo chersky wohnte er blieb ratlos stehen auf welcher etage wohnt er denn eigentlich natürlich auf der obersten das ist ja klar er ging in den hausflur hinein es war stockfinster er tappte sich vorsichtig vorwärts und erschrak heftig er stieß auf einen menschen verzeihung tut nichts der unbekannte wurde plötzlich wütend es sei eine unwirzeihliche nachlässigkeit vom wirt kein licht anzuzünden er werde ihn sofort anzeigen falk kam die stimme sehr unangenehm vor er wollte ihn eigentlich fragen ob er nicht wüsste wo chersky wohnte aber er besann sich dass er wohl einen spitzel vor sich habe können sie mir nicht sagen ob hier ein herr geißler wohnt fragte er plötzlich wie heißt der mann herr geißler nein ich weiß nicht nun ging falk die treppe lärmend hinauf und klingelte auf der zweiten etage er fragte wieder sehr laut nach dem herrn geißler worauf zur antwort die tür wütend zugeworfen wird falk lächelte zufrieden er ging nun leise auf den zähnen die übrigen treppen hinauf er war ungemein vergnügt über seinen anfall der spitzel da unten glaubte natürlich daß er herrn geißler auf der zweiten etage gefunden hatte wo nun rechts oder links er klopfte aufs geradewohl allein falk machte die tür auf und trat ein er sah chersky auf dem sofa sitzen sonderbar daß chersky gar nicht erstaunt war er schien nicht einmal die geringste notiz von seiner anwesenheit zu nehmen er warf nur falk einen gleichbildigen blick zu und starrte wieder vor sich hin falk sagte kein wort setzte sich chersky gegenüber auf einen stuhl und fing an ihn mit großer aufmerksamkeit zu betrachten chersky schien ganz stumpf zu sein ja er sah furchtbar aus seine augen waren glanzlos und tief eingefallen plötzlich fiel es falk ein daß er noch kein wort gesagt habe er war selbst überrascht guten abend chersky chersky sah ihn an mit einer ungewöhnlichen ruhe falk wurde unheimlich berührt was wünschen sie herr falk ich ich wünsche eigentlich gar nichts ich will auch gleich gehen sofort ich weiß auch nicht weshalb ich hergekommen bin er verwirrte sich immer mehr aber plötzlich kam er zur besinnung ja richtig ich bin gekommen um ihnen zu sagen das heißt klar zu machen dass ich das geld geschickt habe um sie loszuwerden ich bereue das jetzt ich will nicht mehr in der lüge leben ich brauche sie auch nicht mehr was wollte ich doch sagen ja sie sollen nämlich gar nicht fahren sie haben vollkommen recht dass sie die lüge abschaffen und bestrafen wollen ich werde ihnen außerordentlich verpflichtet sein wenn sie jetzt zu meiner frau gehen und ihr alles sagen ich selbst kann es nicht ich bin es nicht imstande ich kann nicht die qual ertragen sie wissen nicht wie ich gegen die qual empfindlich bin schon als kind mein vater hat einmal meinen hund totgeschossen und im todeskampf sah mich der hund an seit dieser zeit kann ich keine qual sehen es ist auch mein prinzip meine finger nicht in das rad des schicksals hineinzustecken und es scheint nötig zu sein dass ein anderer es meiner frau sagt ich will nicht vorgreifen sie sind so feig dazu ja sie haben vollkommen recht ich bin feig sehr feig und ich will meine feigheit mit dem glauben an die determination bemändeln ich glaube aber an keine determination weil ich an nichts glaube es ist ganz seltsam wie feig ich bin und ja es tut mir unendlich leid dass ich ihnen diesen schmerz bereitet habe ich habe schon gestern gesehen wie ungewöhnlich schlecht sie aussehen falk merkte plötzlich zu seinem schrecken daß sein fieber große fortschritte machte aber er faßte sich es war ihm als wäre ein weiterer nebelstreifen von seinem gehirn geschwunden scherski sah ihn aufmerksam an sie haben fieber falk sie sollten nach hause gehen falk wurde gereizt woher wissen sie ob ich nicht zufällig eine komödie spiele das verstehe ich nämlich ganz ausgezeichnet können sie sicher sein ob ich nicht zufällig durch verwirrte redensarten ihre aufmerksamkeit auf meinen seelischen zustand im allgemeinen richten will also ha 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 auf indirekten wege einen beweis liefern will dass ich zu zeiten unzurechnungsfähig bin und für meine handlungen nicht so ganz und gar verantwortlich gemacht werden kann scherski antwortete nicht falk kam in wut sie scheinen nicht zu hören sie hören absichtlich nicht sie wollen mich beleidigen sie wollten mich auch gestern beleidigen das habe ich verstanden sie haben sich da einem plumpen befehl ausgedacht um mich wütend zu machen ich verstehe ganz ausgezeichnet sie haben noch ein wenig achtung vor dem falk der so viel für die sache getan hat es war viel selbstüberwindung in dem was sie sagten nicht wahr sie mussten doch etwas in sich überwinden bevor sie mir zurufen konnten ich befehle ihnen oder sie sind ein schurge sagen sie mir offen haben sie nicht mit sich selbst kämpfen müssen bevor sie so etwas zu mir sagten scherski sah ihn mit einer eigentümlichen ruhe an und sagte dann fast feierlich ja falk wurde erstaunt sagten sie ja haben sie das gesagt ich erwartete es nicht aber verstehen sie nicht was ich sage ich habe ihnen das geld geschickt unter der bedingung daß sie sofort reisen sollen ich wußte daß sie eine solche bedingung ohne weiteres erfüllen würden weil für sie die sache über jeder persönlichen frage steht ich habe auch heute früh meine frau weggeschickt um sie zu verhindern ihr ihre entdeckungen mitzuteilen scherski lächelte plötzlich aber ich wollte ja gar nicht zu ihrer frau gehen wollen sie es nicht wirklich nicht falk grübelte ich dachte daß sie es tun wird ich habe gehört daß sie ungemein rachsüchtig und rücksichtslos sind ich glaubte sie wollten mich zerstören und wie kann man mich zerstören wenn man mich nicht von meiner frau trennt er stützte plötzlich und sah scherski fast erschreckt an sehen sie sagte er plötzlich jetzt hat mein gehirn gelogen es sucht gründe für die tatsache daß ich bereits zerstört bin die gründe liegen woanders ganz woanders meine frau ist bei mir und ich bin dennoch zerstört wissen sie was ein malstrom ist natürlich wissen sie es ein strudel ein wirbel ein das wasser türmt sich zu einem berg auf und wirbelt sich wieder in einen abgründigen trichter hinein und wissen sie wie es ist wenn man hineinkommt ich habe es gesehen ja sonderbar auf meiner hochzeitsreise habe ich es gesehen der malstrom saugt auf und schleudert mit sich herunter wirft wieder empor dann wird man von neuem hinuntergerissen und wieder hinaufgeschleudert so ist es bei mir ich bin jetzt rettungslos in einen solchen strom hineingerissen ich kann noch tausendmal emporgeschleudert werden aber ich komme aus dem bereich dieses grässlichen wirbels nicht hinaus und jedes mal wenn ich hineinkomme bekomme ich fieber ha ha es ist sonderbar er trocknete sich die stirn ja ich bin bereits zerstört missverstehen sie mich nicht ich spreche von zerstörung nicht als wäre etwas tragisches dabei nein ich spreche von zerstörung wie man von einem mauerwerk spricht das unter dem zahn der zeit wie man sich in der zeitungssprache ausdrückt zerbröckelt ich spreche von zerstörung ganz objektiv wie wenn ich von einem stück fleisch spreche das in der hitze verfault also in diesem sinne bin ich zerstört weil das gehirnleben in der hitze auch verfallen kann und weil ich zerstört bin so bitte ich sie mich zu erlösen sie glauben natürlich dass ich fieber habe ich selbst dachte an ein körperliches fieber das ich einer früheren pleuritis zugeschrieben habe aber mein fieber ist kein physisches ich kann doch logisch sprechen und ein mann der fieber hat wirkliches fieber der kann es nicht nicht wahr also sehen sie sie werden mich von den menschen erlösen die mich lieben und jeder mensch der mich liebt ist mein feind die menschen die mich lieben quälen mich so entsetzlich ich muss lügen beständig lügen um nicht die qual der enttäuschung bei ihnen zu sehen sie lieben mich weil sie glauben dass ich groß bin aber ich bin eine laus kann ich ihnen das sagen sie glauben nicht an meine wahrheit und daher kommt meine scham und meine verzweiflung habe ich jemanden vermehrt gut zu sein aber man erlaubt mir nicht böse zu sein und ich bin böse und feig kein mensch hat mich so gequält wie olga sie glaubte nicht dass ich sie aus feigheit loswerden wollte und als ich anfing offen zu werden da sah ich diese furchtbare qual in ihren augen aber warum lachen sie schrie er müdend auf aber chaske lachte nicht ich lache nicht ich verstehe nur nicht was sie von mir wollen sie sind übertrieben offen und ich weiß nicht was sie damit bezwecken was ich damit bezwecke gott sind sie naiv ich will sie natürlich in die irre führen ich will mit meiner offenheit sie zu meinem gunsten umstimmen ich bin offen weil es ein vergnügen ist sich das sünden zu bezichtigen die man nicht hat um nur andere und tausendmal schlimmere zu verdecken ha 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 dass sie das nicht verstehen chaske lächelte aber in seinem lächeln war ein solcher schmerz dass falk unwillkürlich sein lachen abbrach das ist ja nur geschwätz nichts weiter ein leeres geschwätz mich werden sie nicht in die irre führen übrigens habe ich ja nina und sie und ihre frau ganz vergessen ich habe gestern eigentlich nicht das gemeint was ich sagte ich war nur neugierig was sie sagen würden und sie haben recht ich wollte sie beleidigen falk riss die augen weit auf sie sind erstaunt über mich sie haben sich für mir eine andere vorstellung gemacht nun ja was sollen wir darüber sprechen ich habe das alles vergessen ich sehe sie an ich höre ihre sprache ich fühle ihre verzweiflung ich bedauere dass sie so zerrissen sind und ich muss lachen über sie und ihren kleinen schmerz ebenso wie ich jetzt über mich und meinen kleinen schmerz lachen muss nun laufen sie herum ruhe los zerrissen und warum weil sie in unangenehme sexuelle konflikte kamen lieber falk es gibt einen ganz anderen schmerz den sie nicht fühlen und den nur derjenige fühlt der mit dem ganzen all eins wurde dem das ganze sein mit einer hölle von schmerz durch die adern fließt er schwieg plötzlich ich weiß sagte er nach einer langen pause daß für euch der begriff menschheit nicht existiert eure seele ist zu klein um die ganze welt zu fassen euer herz schlägt nur für eure weiber und eure kinder ihr seid spezialisten in der liebe ja spezialisten jeder von euch hat ein kleines engels spezialfach der eine hat die familie der andere das bordell und worin unterscheidet ihr euch von einander worin doch nur darin dass der eine es wagt das gesetz das eure kleine liebe und eure kleine begierde ordnet und regelt zu überschreiten der andere nicht alles ist schmutzig und klein an euch worin erschöpft sich euer gesetzbuch du sollst nicht deines nächsten weib begehren und du sollst nicht raubmord begehen wozu dient eure religion um euch nach dem leben der gesättigten begierde im jenseits einen ruhigen verdauungsplatz zu sichern was ist eure philosophie ich habe euren stirner und nietzsche gelesen das ist alles lüge alles kleine lüge das hohe das mühsame wurde wegdisputiert damit eure verdauung nicht gestört werde das opfer wurde lächerlich gemacht weil es so unendlich schwer ist sich zu opfern weil es so viel kampf und verzweiflung kostet ihr sagt ich aber was ist euer ich ist es nicht etwa ein gegengift gegen das böse gewissen euer ich ist ja nur dazu da damit ihr das kleine gesetz das eure kleinen begierden regeln überschreiten könnt sie sie falk sie sind trotz ihres selbstherrlichen individualismus ein kleiner mensch worin hat sich ihr leben erschöpft wenn nicht in ausschweifung und geschlechtlicher begierde nun ich tue ihnen unrecht sie haben viel getan aber war es nicht weil sie darin eine art zühne fanden sagen sie falk war es nicht um das böse gewissen zu beruhigen er blieb fast drohend vor ihm stehen setzte sich aber sofort wieder hin was gehen sie mich eigentlich an ich habe mit ihnen nichts zu tun ich sitze hier zehn stunden und denke darüber dass ich mit euch allen nichts mehr zu tun habe ich habe nichts persönliches mehr in mir meine seele hat sich geweitet unendlich geweitet ihr wisst natürlich nicht was menschheit ist weil euer verlogenes gehirn dies schmiegsame instrument im dienste eurer verdauung von der menschheit einen begriff gemacht hat ja einen begriff um ihn bequem zu legen zerfasern und weg disputieren zu können ich kenne diesen begriff nicht aber ich kenne die menschheit als die wurzel meiner seele ich fühle sie mit jedem schlag meines herzens als das grundgefühl dass das opfer das ich millionen aus meinem selbst bringe etwas anderes ist als das kriechen und schwitzen und rennen hinter einem weibel aber jetzt gehen sie falk ich möchte vor meiner abreise alleine sein denken sie nur daran dass sie ein kleiner mensch sind und sie sollten doch einer der größten sein sie ja sie 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 sollten es geworden sein falk fühlte sich tief erschüttert aber im selben lu überkam ihn eine zynische scham daß er sich erschüttern ließ es war ihm als grinste sein gehirn über seine hilflosigkeit essen sie opium fragte er halb unbewusst czerski sah ihn ernst an ihr gehirn ist schamlos sagte er langsam und fast feierlich schamlos falk duckte sich unter diesen blick in diesen worten er starrte czerski beschämt an er fühlte deutlich zwei seelen sich aneinander hochrecken ja mein gehirn ist schamlos aber sofort gewann er seine überlegenheit wieder die zynische seele siegte er setzte sich zurecht lächelte höhnisch und sagte es ist ja sehr schön was sie da sagten ihre kritik an unserer gesellschaft war sehr gut obwohl sie über das was nietzsche in seinem zarathustra sagt nicht hinausgegangen sind ja der nietzsche den sie so verachten er schwieg einen augenblick um zu sehen wie das auf czerski wirken würde aber czerski schien gar nicht auf ihn zu hören er drehte ihm den rücken zu und sah zum fenster hinaus falk wunderte sich gar nicht darüber er grübelte sogar nach daß er sich nicht darüber erregte er wurde plötzlich traurig und ernst als er wieder anfing zu sprechen so war es nur um sich sprechen zu hören sie haben recht mein gehirn ist schamlos weil es nicht begreifen kann daß ihr gefühl menschheit keine ursachen hat keine ursachen die nicht in irgendeinem erlebnis begründet waren aber so ist nun einmal mein gehirn es nimmt ihren seelenzustand um die lupe und analysiert ihn sie saßen im gefängnis das weib das sie liebten hat sie treulos vergessen ihre einsamkeit ihre erbitterung ihr schmerz und ihre verzweiflung haben schließlich die selbstlose äußerung hervorgebracht ist nun etwa ihre menschheit nicht eine lüge eine große lüge um sich vor verzweiflung zu retten ist das nicht etwa eine lüge um den schmerz zu brechen da diese furchtbaren qualen verursachte eine lüge ihrer nach ruhe und erholung bedürftigen füßes sie sind nun glücklich mit ihrer großen lüge und ich bin unglücklich weil meine lüge klein ist aber was heißt groß was klein mein gott mir sind die begriffe verloren gegangen ich urteile ja auch gewöhnlich nicht von einem logischen standpunkt aus ich weiß ja sehr gut dass die seele sich nicht nach logischen grundsätzen richtet aber was ich doch nur sagen wollte ja richtig schaske drehte sich plötzlich um wollen sie tee haben ja geben sie tee viel tee ja sie verurteilen mich sie nannten mich einen schurken nicht wahr sie taten es deswegen nannten sie mich so weil bei meinen zerstörungen das geschlecht ein motiv war ich spreche zerstörungen weil der fall mit janina nicht der erste ist nein er trank hastig den tee das fieber fing an ihn zu beherrschen das geschlecht war das motiv gut aber wieder verlor er den gedankenfaden er dachte lange nach dann fuhr er plötzlich triumphierend auf sehen sie sich napoleon an er ist ja für alle solche fälle ein klassisches beispiel sein gesicht strahlte sie lächeln nein doch ich will mich ja gar nicht mit napoleon vergleichen ich wäge nur motive gegeneinander ab was waren seine motive die einen sagen er war wie das gewitter das die luft reinigt aber es ist ein lächerlicher vergleich dass das gewitter reinigt ist ja nur zufällig wäre es das nicht so müssten wir eine vorsehung eine restabilierte harmonie voraussetzen ha ha das sind nur falsche schlüsse geben sie mir ein glas tee napoleon musste aber doch motive haben nun ehrgeiz per examen aber was ist ehrgeiz sie glauben noch nicht dass ehrgeiz eine tatsache ist aber interessiert sie das sprechen sie nur das scheinen sie zu beruhigen ja sie haben einen prachtvollen psychologischen blick es beruhigt mich tatsächlich also ehrgeiz ist etwas enorm zusammengesetztes ein tausendfaches kräfteparallelogramm wenn sie es so wollen es ist kein grundtrieb wie es der hunger und das geschlecht ist es ist etwas was aus den grundtrieben sich entwickelt hat alle diese motive haben die gemeinsame wurzel in den grundtrieben sie sind eine ableitung entwicklungs- und differenzierungsphänomene falk lachte nervös auf also sehen sie sehen sie alle gefühlsmotive haben biologisch und psychologisch denselben wert weil sie aus derselben wurzel stammen das sind ja spezielle theorien sie brauchen ja gar nicht zu stimmen ich wollte ihnen nur nachweisen dass meine handlungsmotive denen napoleons im werde durchaus nicht nachstehen in den meisten fällen sind aber die motive unbekannt man weiß nicht weswegen man dies oder jenes tut nun ja falk hatte große mühe sich zu konzentrieren er litt förmlich an gedankenflucht ja also die motive aus denen napoleon zerstört hätte können ja auch nur abgeleitete geschlechtstriebe sein nicht wahr das können wir als wahrscheinlich voraussetzen aber so werden sie sagen es ist ein großer unterschied eine welt zu erobern und ein mädchen unglücklich zu machen sie machen mir also zum vorwurf dass ich ein zu kleiner verbrecher bin denn um eine welt zu erobern muss man eine welt zerstören und ich habe nur ein paar mädchen zerstört nun werden sie natürlich sagen napoleon hat eine welt glücklich gemacht aber in seinen gedanken lag weiß gott nicht die absicht eine welt glücklich zu machen er tat alles weil er es tun mußte in dem psychischen tatbestand liegt gar nicht das zweckbewußtsein dieses lügt erst nachträglich das gehirn hinzu aber sie kämpfen ja mit windmühlen glauben sie daß napoleon für mich ein großer mensch ist das ist er für euch weil er euch gezeigt hat mit welcher rücksichtslosigkeit und brutalität man verfahren darf wenn es gilt seine gier zu sättigen balk starrte ihn mit fiebernder spannung an aber er fasste nicht was der andere sagte und plötzlich sah er tscherskis gesicht als hätte er es nie vorhergesehen sonderbar sonderbar murmelte er tscherski unausgesetzt anstarrend er rückte ganz nah an tscherski heran und sprach ganz leise sehen sie sie werden verbrechen begehen nein nein empören sie sich nicht verstehen sie mich recht ich meine das was unsere gesellschaft verbrechen nennt ich kenne es ich habe es jetzt plötzlich gesehen ich glaubte sie seien krank oder sie äsen opium nun weiß ich es woher plötzlich urplötzlich alle politischen verbrecher bekommen den selben ausdruck ich habe padlewski in paris gesehen sie wissen er hat den russischen gesandten ermordet ich habe ihn drei stunden vorhergesehen falk setzte sich wieder hin es wurde ihm einen augenblick ganz dunkel vor den augen es ging aber sofort vorüber wenn sie morden werden so haben sie natürlich motive dazu ja ich weiß sie haben die große liebe und das große mitleid und worin stecken die wurzeln ihres großen mitleides doch nur in der gier den zweck den sie vor augen haben zu realisieren inwiefern unterscheidet sich ihre gier von der meinigen sie hören ja gar nicht darauf was ich sage ihr blick ist tausend meilen von ihr entfernt sie brauchen ja gar nicht darauf zu hören aber sagen sie nur worin sich denn ihr verbrechen von dem meinigen unterscheiden wird dadurch dass mein verbrechen straflos bleibt und sie mit dem tod bestraft werden aber ich habe die qual und sie haben das glück des opfers ja des opfers schrie falk auf jaski schlag hoch was sagten sie jetzt das glück des opfers haben sie und ich habe die qual falk fiel erschöpft in den stuhl zurück natürlich werden sie sagen ich habe das alles von nietzsche geholt aber das ist nicht wahr das was nietzsche sagt ist so alt wie das böse gewissen alt ist er richtete sich wieder auf sein zustand grenzte an ekstase sie sagten daß sie auf das alles spucken sagten sie nicht so nun ungefähr so und ich gebe ihnen recht dies mit dem übermenschen nietzsche lehrt daß es kein gut und kein böse gibt aber warum soll denn plötzlich der übermensch besser sein als der letzte mensch warum ist der verbrecher schöner als der märtyrer der aus mitleid zugrunde geht woher denn plötzlich die wertung zwischen schön und hässlich warum ich liebe die große leidende schönheit ich liebe die asketische schönheit haha ich liebe janina vielleicht weil sie so ungemein mager ist was weiß ich alles ist blödsinn ich spucke auf das alles ich spucke auf den übermenschen und auf napoleon ich spucke auf mich und auf das ganze leben er sah sich verwirrt um und wurde plötzlich sehr ernst aber dann fing er wieder an zu reden schnell hastig er überstürzte sich es war ihm als könne er nicht genug sagen ich habe das niemandem gesagt was ich zu ihnen sage ich bewundere sie ich liebe sie wissen sie weshalb sie sind der einzige der aufgehört hat selbst zu sein ja sie und olga ihr beide ich liebe euch beide um eurer liebe willen und ich liebe die große liebe das ist das einzige gefühl das ich liebe und bewundere hören sie nicht wie meine schläfen klopfen aber um zu lieben muss man euren glauben haben ja den glauben der keinen zweck hat nur liebe 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 ist haha ich liebe ich bewundere ich krieche auf meinen knien vor dieser liebe die der große glaube ist es ist so sonderbar dass gerade ihr ihr nivellierer ihr mitleidigen die übermenschen seid der glaube die liebe macht euch so gewaltig und so stark ich bin der mensch auf dem aussterbeetat ich bin der letzte mensch sehen sie in dem polynesischen archipel gibt es eine wunderbare menschenrasse die in dreißig fünfzig jahren nicht mehr existieren wird sie stirbt aus an der physischen schwindsucht meine rasse stirbt an der physischen disses die lunge des gehirn der glaube ist verfault zerfressen falk fing plötzlich an zu lachen ich hatte einen freund er war auch so ein übermensch wie ich er war nicht so stark wie ich und so starb er an den ausschweifern als er gestorben war ging ich in ein café um über den tod nachzudenken und mir klar zu machen dass er wirklich gestorben sei ich traf dort einen dicken und fetten mediziner der mit uns zusammen geludert hatte ich sagte zu ihm gronski ist tot er dachte ein wenig nach dann sagte er das konnte ich mir denken warum sagte ich man muss prinzipien haben war die antwort grundsätze muss man haben hat man grundsätze so geht man nicht zugrunde aber um grundsätze zu haben muss man glauben glauben er richtete sich plötzlich auf und blieb lange fast besinnungslos stehen es ist meine verzweiflung die durch mich spricht sagte er endlich sie haben recht scherski das ganze leben dieses ekelhafte leben des wurmes der ein mehl frisst das leben der kleinen liebe sie sind der erste den ich gesehen habe der das weggeworfen hat der das vergessen hat für sie gibt es nicht diese gebote und deren willen ich leide weil sie zu groß sind dazu falk ergriff plötzlich seine hand und küsste sie scherski zuckte heftig auf und entriss ihm die hand falk sah ihn lange an ohne ein wort zu sagen dann setzte er sich wieder hin es war ihm als wäre das fieber von ihm plötzlich gewichen er wußte auch nicht recht genau was er gesagt oder getan hatte war ungewöhnlich blass warum kamen sie her seine stimme zitterte falk sah ihn ruhig an sie sahen sich wohl eine minute lang in die augen ich schwöre ihnen sagte er endlich daß ich aus keinen kleinen motiven hergekommen bin ist es wahr ja es ist wahr ging unsicher ein paarmal auf und ab ich widerrufe alles unangenehme was ich ihnen sagte seine stimme war sehr leise er schien große mühe zu haben seine erregung niederzukämpfen sie sind kein schwurkel falk verzeihen sie mir daß ich sie beleidigen wollte er ging ans fenster es trat eine lange pause ein plötzlich drehte sich scherski um ich kannte sie nicht sagte er hart ich glaubte sie seien gewissenlos ich habe an janinas bruder alles geschrieben weil ich ihm versprochen hatte über sie zu wachen und ich habe jetzt dann etwas anderes zu denken sie haben an stefan krug geschrieben ja falk sah ihn teilnahmslos an vielleicht haben sie ganz gut getan aber jetzt leben sie wohl scherski ich freue mich dass wir nicht als feinde scheiden er ging mechanisch herunter abschnitt 17 von homo sapiens romantrilogie von staniswav pschibischewski diese librivox aufnahme ist in der public domain teil 3 im mahlstrom achtes kapitel im flur erinnerte er sich plötzlich daß er vorhin einen spitze getroffen hatte er zündete ein streichholz an sah sich überall herum aber er konnte niemanden entdecken vielleicht hatte er sich geirrt oder ja vielleicht fing sich ein verfolgungswahnsinn anzuentwickeln er fühlte kalte schauer über den rücken laufen das war wohl wieder das fieber er ging und ging ohne zu wissen wo er eigentlich hin wollte er dachte nach nach hause wozu um menschen zu sehen die ihn durch ihre liebe quälten nein er wollte keine liebe mehr haben das war ihm zuwider das konnte er nicht sehen alles kam ja nur davon daß er geliebt wurde er hatte das verfluchte kleine mitleid mit den paar menschen die ihn liebten sein herz war eng seine interessen waren kleinlich und er war doch zu etwas großem geboren deswegen richte sich jetzt seine andere seine große seele die einem czerski in entzügen die hand küsst natürlich nur um den kleinen falk zu beschämen aber er ließ sich nicht beschämen worüber sollte er sich denn eigentlich schämen ha 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 da befiel ihm eine dumpfe krankeschwermut er blieb stehen und sah nachdenklich zu boden ein neues leben nein dazu hatte er keine kraft mehr es würde wohl auch nicht besser werden wie es jetzt ist nein nein besser dass es zu ende ging jeser jeser zwischen ihnen und sie stellte sich ihr vorleben der andere der sie trennte war ja immer da er stöhnte auf und wie viel glück hätte sie ihm geben können nein unsinn lächerlich daß er darin einen grund suchte es ging einfach auseinander seine seelische konstitution war für alle diese erlebnisse nicht berechnet sie war zu fein und zerbröckelte unter all dieser brutalität was wollte er eigentlich noch im leben seine kunst ich war ja ein künstler ich musste schaffen weil ich eben musste und ich schuf aber plötzlich mitten im schreiben überkommt mich die idee wozu denn ich sehe die menschen vor mir ich sehe die ganze welt die ich entstehen lasse und ich finde plötzlich das alles so furchtbar lächerlich und ich bitte sie lieber czerski wie kann man dann schaffen dazu braucht man ja auch glauben und vielleicht noch einen anderen glauben den glauben an die nachwelt er lachte laut auf er wolle die nachwelt samt der ganzen mitwelt dem ersten besten knecht für sein bisschen tierisches glück mit vergnügen schenken ja die ganze welt das kommende und das vergangene und noch ein stück dazu die menschheit sie glücklich zu machen aber dann muß man sie ja auch gleichzeitig wissend machen warum denn nicht lieber den menschen zum tier zurückkehren lassen der wissende mensch kann nicht glücklich werden eine prachtvolle replik das soll die czerski geantwortet haben wieder blieb er stehen was sagt er doch er habe an stefan geschrieben ein lähmender schreck vor ihm durch die glieder an stefan geschrieben er hatte es anfangs nicht verstanden er hörte nur die worte er fühlte jetzt eine unerhörte lust zu czerski zu gehen und ihn mit seinen fäusten zu zertrümmern ihm den hals umzudrehen aber im nächsten moment hatte er seine wut vergessen nur ein gefühl von zitternder angst peitschte ihm das blut in das herz zurück er atmete schwer und wurde sehr schwach er ging weiter aber es lastete etwas schwer auf seiner brust als wäre eine welt auf ihn heruntergefallen so konnte es weiß gott nicht weitergehen das würde ihn ganz und gar zerstören und er mußte leben er mußte um isa willen glücklich werden eine sonderbare energie ergoss ich in sein herrn er fing an mit großen schritten zu gehen und dachte an ihre herrlichkeit ja sonnenhafte herrlichkeit oh hätte er millionen jahre gelebt wären sie doch in diese kunde zusammengeschrumpft in der er ihr zum ersten mal in die augen sah so wäre er über die ganze welt gebreitet so hätte er sich doch in diesen einen blick verkrochen denn einen langen blick ihrer liebe ha ha das war sehr schön gedacht sehr schön er schrack auf das ekelhafte bild stieg wieder in ihm auf sie in einer fremden umarmung er kroch ängstlich zusammen nur das nicht nein nein er ertappte sich dabei dass er eine gastenmelodie zu pfeifen begann er mußte ruhig werden ja ganz ruhig richtig eine zigarette natürlich natürlich er blieb stehen wie spät konnte es wohl jetzt sein nun noch nicht halb elf ja dann er zündete sich bedächtig die zigarette an dann könnte ich vielleicht zu elka gehen bisschen schwatzen über menschheit über ideale sie ist so gut und ich brauche so viel güte plötzlich setzte sich in seinem gehirn eine seltsame idee fest er fühlte sich von detektiven umgeben vielleicht schon im nächsten moment würde er arretiert werden seine angst wuchs schäumend er war so benommen von ihr daß er nicht denken konnte er wurde plötzlich so sicher die gewissheit daß er im nächsten augenblick verhaftet werde brachte ihn zur verzweiflung er sah sich vorsichtig nach allen seiten um es war dunkel auf der straße er konnte nicht gut sehen da plötzlich nicht weit von ihm stand ein mann falk zitterte fasste sich aber sofort und fing zu überlegen an selbstverständlich war es ein detektiv wie sollte er ihn nur los werden er drehte sich um ging an ihm vorbei und sah ihn scharf in die augen der andere schien falk nicht zu bemerken und ging weiter falk lachte höhnisch dieser lächerliche kniff natürlich nur um mich in sicherheit einzuwiegen und plötzlich im entscheidenden moment aufzutauchen was sollte er nur machen sich in eine droschke setzen aber was würde das helfen er trat in ein restaurant bestellte bier und nahm eine zeitung vor unmittelbar nach ihm trat ein mann ein setzte sich ihm gegenüber und beobachtete ihn wie es falk vorkam mit einer sonderbaren frechheit falk sah ein paar mal von seiner zeitung weg aber jedes mal begegneten sich ihre augen es war unausstehlich eine wilde verzweiflung bemächtigte sich seiner er warf die zeitung weg setzte sich breit hin und fing an den fremden höhnisch zu mustern plötzlich blieb sein herz stehen der fremde erhob sich und ging auf ihn zu falk sprang auf aber der mensch sieht ja gar nicht aus wie ein spitze er ist ja ganz ängstlich und demütig fuhr es ihm durch den kopf ich habe die ehre mit herrn falk zu sprechen wollen sie mich verhaften dann nicht hier kommen sie auf die straße falk zitterte und stützte sich auf den tisch der fremde sah ihn erstaunt an ihre augen begegneten sich in einem langen fragenden blick ich habe sie nicht verstanden sagte der fremde endlich falk kam zur besinnung und rieb sich die stirn verfolgen sie mich nein ich traf sie zufällig ganz zufällig ich wohne hier in der nähe ich habe sie allerdings gesucht ich wollte mit ihnen sprechen log der mann wollte er ihnen eine falle locken sie haben also keinen direkten verhaftungsbefehl nun wenn sie mit mir sprechen wollen so kommen sie zu mir falk lachte höhnisch für derartige unterredungen bin ich jetzt nicht aufgelegt nicht wahr sie möchten etwas über meine beteiligung an dem streik erfahren ha ha kommen sie zu mir dann werden wir darüber sprechen falk musste sich setzen sein herz schlug so heftig sein kopf war zum zersprengen voll von blut der fremde sah ihn mit wachsendem erstaunen an falk aber stand auf bezahlte und ging auf der straße atmete er auf die ganze szene kam ihm plötzlich in seinen gedanken ein paar jahre entfernt vor es war ihm als hätte er eine gefahr überstanden das war seltsam aber alles im leben ist seltsam was ist nicht seltsam fragte er mit einem kranken lächeln er fühlte seine gesichtsmuskeln sich verzerren was ist nicht seltsam ha ha die angst die der mann vor mir hatte natürlich war es kein spitzel durchaus kein spitzel vielleicht ein mensch den ich irgendwo einmal in der gesellschaft gesehen mit dem ich sogar duzbruderschaft ertrunken habe vielleicht habe ich ihm gesagt dass er der prachtvollste mensch auf der erde sei vielleicht habe ich ihm gesagt dass er mein einziger freund sei der erste mensch den ich in meinem leben getroffen habe falk lachte lange fast verkrampft wem habe ich das nicht gesagt ist ein einziger mensch da dem ich das nicht gesagt habe jetzt wird der kerl in der ganzen stadt herumlaufen und erzählen dass er den falk in einem ganz verwahrlosten zustand getroffen habe falk sei ganz verwirrt gewesen und habe irre redensarten geführt er erinnerte sich plötzlich dass er zu olga gehen wollte er war ganz in der nähe neuntes kapitel olga war sehr verwundert als falk eintrat ja siehst du lieber olga was zum teufel hat dich verleitet über einer restauration zu wohnen man kann ja zu jeder tages- und nachtzeit zu dir kommen ohne die hilfe eines nachtwächters zu beanspruchen und unten können die detektive ihr lager aufschlagen haha ich habe ein wenig verfolgungswahnsinn plötzlich glaube ich in jeden menschen einen polizeiagenten zu sehen er lachte nervös ich glaube sogar dass ich irgendeinen menschen der mich fragte ob er die ehre habe mit falk zu sprechen denk nur die große ehre mit falk zu sprechen er stutzte plötzlich du olga ich bin wohl wirklich krank denk nur ich habe den menschen gefragt ob er mich verhaften wolle olga lachte auf sah dann aber beunruhigt falk an du bist wirklich krank mach dir wieder deine brust schaffen falk dachte tief nach ich war nämlich bei czerski sagte er plötzlich und sah sie an was du bei czerski das wundert dich haha das war aber deine schuld hast du vielleicht nicht geglaubt dass ich das geld schicke um ihn loszuwerden und wenn du das glaubtest so musste erst recht er daran glauben und so bin ich zu ihm gegangen um zu bitten dass er sofort zu isa gehe um mich von der lüge zu befreien wir gingen übrigens als freunde auseinander die ganze zeit haben wir sehr schön über den übermenschen philosophiert und da habe ich herausgefunden dass du und er die einzigen übermenschen seid vielleicht gibt es noch einige andere ein paar mediziner mit grundsätzen bist du gekommen um mich zu verhöhnen sie sah ihn traurig an übrigens habe ich nicht eine sekunde daran geglaubt dass du das geld aus feigkeit schicken könntest und ich danke dir auch für die ehre dass du mich für einen übermenschen hältst ich brauche es nicht ich will nur mensch einfach mensch bleiben wunderbare antwort prachtvolle antwort nein wirklich im ernste das hätte ich auch werden sollen ich habe nicht gesagt werden sondern bleiben er sah sie ernst an ja du du und chersky aber ich ich müßte erst mensch werden um mensch zu bleiben olga sah ihn fast zornig an ich finde deine selbstanklagen und deine krankhafte lust dich zu demütigen und zu verleumden ganz unausstetig es kommt mir beinahe vor als wäre dir die liebe die man dir entgegenbringt widerlich und als wolltest du sie auf diesem wege zerstören ja das will ich schrie er plötzlich rasend auf das will ich ihr hindert mich daran das zu sein was ich bin ein schurke ein halunke ha 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 nein zum donnerwetter kein schurke lächerlich ihr hindert mich daran böse zu sein ja groß im bösen zu sein zu schaffen durch das böse ich verachte eure schaffende güte weil sie doch immer den weg ins böse nimmt ja jetzt fühle ich erst wie verächtlich eure güte eure liebe ist und ich dummer esel ich laufe bei euch allen umher und flehe euch um verzeihung an warum er fiel erschöpft hin und starrte olga an warum siehst du mich so erschrocken an ich bin wütend auf mich selbst weil ich bei chersky zu viel geschwätzt habe ich habe mich vor diesen menschen gebeugt aber es kam noch so im fieber wenn ich nass gesund werde ich habe einen höllischen plan ausgedacht du sollst sehen der ganze plan ist bis in das feinste detail ausgedacht und ausgearbeitet ich schwöre dir dass ich den ganzen bergwerk verbannt ha ha es ist eine gesellschaft von zwanzig millionen in spätestens zehn monaten ruinieren werde er fuhr plötzlich triumphierend auf das werde ich mit chersky zusammen machen wir sind jetzt freunde er ist der einzige mensch mit dem zusammen ich es machen kann er hat gerässlich gelitten ich untersuchte ob er nicht weiße haare bekommen hatte das bekommt man nämlich wenn man zu viel leidet aber weißt du olga geh herunter und hol eine flasche kognak ich bin ein wenig krank geh geh hier hast du geld ich will mit dir sehr lange sprechen ich will ein neues leben beginnen ich werde chersky folgen chersky ist ein christus er ist der reinste mensch ja er und du falk fiel ins sofa hin und grübelte olga erholte den kognak er trank ein glas voll sonderbar wie das hilft es ist wirklich keine einbildung aber auf meinen organismus wird kognak ungemein stimulieren ich werde wohl gar nicht sterben können denn ich überwinde jede krankheit mit kognak er schwieg und vertiefte sich in gedanken du olga du hast dich wohl meinetwegen sehr gequält fragte er plötzlich sie antwortete nicht es ist schlecht von mir dass ich dich in meiner nähe behalte aber ich kann deine liebe nicht entbehren es kommt mir vor als würd ich in deiner gegenwart ein neuer mensch und doch suchst du diese liebe zu zerstören nein nein du irrst dich sagte er ich bekomme nur eine solche angst dass ich sie verlieren könnte und dann werde ich so verzweifelt ja wirklich verzweifelt fügte er langsam hinzu sie schwiegen lange er erhob sich in plötzlicher unruhe und ging auf und ab sag mal olga hast du jemals das gefühl gehabt dass die welt zugrunde gehe ich habe nämlich jetzt plötzlich das gefühl es ist nicht das erste mal es kommt oft und immer öfter ja seit einem jahre vielleicht es ist möglich dass es nur eine lächerliche suggestion ist von irgendwoher ich habe zu viel elend gesehen in der letzten zeit das kann man nämlich wirklich durch suggestionen bekommen meine ich es liegt in der umgebung in der luft man liest es ab auf irgendeinem gesicht als ich noch student war kamen mehrere von uns öfter zusammen wir waren wohl sechs menschen es waren scheußliche ausschweifungen wir tranken auch sehr viel da plötzlich bekam ein mensch mitten im trinken furchtbare krämpfe nun denkt ihr war da ein kerl ein jurist stark wie eine fichte im urwald aber er sieht den daß sich in krämpfen binden er bekommt einen wahnsinnigen schreck und fällt selbst in krämpfe ein dritter fängt an in todesagonie zu schreien nicht wie ein mensch nein es waren gräßliche tierische schreie die die nerven aus dem leibe rissen ich weiß nicht was geschehen wäre wenn ich die leute aus dem ganzen hause zusammen gelaufen wäre falk trocknete sich den schweiß von der stirne und wurde blass wie ein toter hör olga dir muß ich das erzählen es quält mich und ich habe keinen menschen dem ich das sagen könnte ich weiß eigentlich nicht warum ich dir das erzählen soll er sah sich schweigend an sie fasste seine hand er schien grässlich zu leiden ja sag es mir vielleicht wird es dich erleichtern falk sah zu boden ich habe nämlich ein kind getötet was fuhr olga auf ja ein mädchen von sechzehn jahren ich habe sie nicht direkt getötet aber er sah olga star in die augen eine lange pause sag sag alles olga raffte sie auf wirst du mich nicht verachten nein sagte sie hart eine ganze woche habe ich an der zerstörung dieser weißen reinen seele gearbeitet und du warst verheiratet ja er schwieg und sah sie widerstarr an der schweiß trat ihm wieder auf die stirne und seine lippen bebten es war ein gewitter sie war allein zu hause und da hat sie sich mir gegeben ich weiß da nicht mehr viel ich weiß nur dass ich in unsagbarer qual nach hause ging dass blitze um mich her einschlugen ich erinnere mich an eine weide die plötzlich in flammen stand und auseinander fiel dann war ich krank und lag lange zeit wissnungslos dann hast du es wohl im fieber gemacht nein ich bekam das fieber nachher und sie sie hat sich tags darauf ertränkt als ich ihr sagte dass ich verheiratet sei es entstand eine lange peinliche pause ich habe nicht viel darüber nachgedacht ich erinnere mich dass ich ein ganzes jahr nach ihrem tode sehr wenig daran gedacht habe aber plötzlich als ich vor einem jahre von paris hierher kam traf ich ihren vater auf der straße er fuhr wahrscheinlich mit seiner kranken frau ins bad damals waren sie nämlich auch im bad und da habe ich die kleine marit verführt falk bekam einen anfall von quälender angst sein atem stockte und das fieber fing wieder an in ihm zu rasen er sprach schnell und leise ich traf ihn plötzlich auf der straße da bekam ich einen ruck als wäre ich vom blitz getroffen ich blieb wie angenagelt stehen ich hätte mich nicht rühren können wenn auch der himmel über mich einstürzen sollte er lachte heiße auf ja natürlich dann erst recht nicht aber ich sah den alten mann er starrte mich an als wollte er mich mit dem blick töten ich wollte wegsehen aber ich konnte nicht ganz weiß war er geworden falk atmete schwer dann hörte ich ihn laut schreien mörder und in dieser sekunde habe ich verstanden daß ich ein scheußliches verbrechen begangen habe in demselben moment trat er auf mich zu ich sehe seine hand sich ausstrecken zur rechten zeit fing ich sie auf und stieß ihn mit der faust so heftig zurück daß er taumelte und fiel seit dieser zeit ist es gekommen falk sprach fast unhörbar olga wurde von einem unheimlichen gefühl ergriffen fast unbewußt packte sie seine beiden hände hielt sie fest drückte und schüttelte sie und sah ihn mit wachsender angst an warum warum musst du so unglücklich sein falk überkam plötzlich ein gefühl daß er sich diesem weibe zu füßen stürzen müssen es zwang ihn etwas nieder mit aller macht er fasste sich mit großer mühe du du stammelte er aber plötzlich zog er seine hände weg und lachte mit einem kurzen heißeren pfiff sie mich nicht so an tu es nicht das berührt mich so unheimlich er wurde von einem taumel erfaßt er sprach schnell und lachte beständig es gibt nämlich hier in der stadt ganz sonderbare stellen wo man plötzlich temporäre wahnsinnsanfälle bekommen kann ja dann an einer solchen stelle ich glaube es war im afrikanischen keller saß ich mit einem freund den ich bis zur verrücktheit liebte hahaha auch ein übermensch er hat hier einem maler die frau entführt und ist mit ihr durchgegangen seitdem ist er verschwunden ich hasse ihn ich hasse ihn schrie er plötzlich auf ich darf gar nicht mit ihm zusammen sein er hasst mich auch jetzt ja wir saßen damals ganz still und tranken aber plötzlich begegneten sich unsere augen ganz zufällig ja zufällig und sie blieben aneinander kleben ich wollte sie losreißen aber es war unmöglich unsere augen waren ineinander verwachsen und da fängt er plötzlich an zu schreien in einem so tierischen angstgefühl daß mir der kalte schweiß über den ganzen körper ran es ist etwas in der seele das nicht berührt werden darf sonst geht der mensch auseinander hahaha siehst du der alte hat es in meiner seele aufgerissen und seitdem blutet es unaufhörlich der verfluchte alte das ihn der teufel hole hahaha das ist etwas was jenseits vom gehirne liegt ganz ganz jenseits der größte der heiligste verbrecher auf der erde napoleon ja napoleon dieser große heilige verbrecher bekam krämpfe als er den herzog von angiang töten ließ ich habe illustre vorbilder das habe ich sehr lang und breit schärs geerklärt hast du jemals davon gehört daß die römer so ein heiliges bacchusherz bei den saturnalien herumtragen ließen wer es zu sehen bekam der mußte sterben haha die alten wußten es die wußten es sehr gut und sie wußten viel mehr als in eurem kommunistischen manifeste steht plötzlich sah ich olga ihn mit unaussprechlicher angst anstarren er wurde augenblicklich ruhig dann lächelte er verlegen ja du hast wohl ein wenig angst vor mir er setzte sich hin hast du vielleicht etwas zu essen ich habe heute noch nichts gegessen sie schafft ihm brot und butter er rührte es aber nicht an er schien ganz in einem tiefen brüten aufzugehen ein namenloses mitleid erfasste olga mit dem manne den sie so grenzenlos mit ihrer starken seele liebte sein fieber teilte sich ihr mit ein wilder taumel fing an in ihrer seele zu wirbeln es war als wäre etwas in ihr aufgesprungen und die heiße glutquelle unaufhaltsam heraus sie fühlte ihren ganzen leib sich aufbäumen und in heißem schauer aufzucken sie wurde von sinnen eine rasende wut packte sie einen verlangen riß an ihr nach diesem mann sie fühlte daß sie nun aufschreien müsse hier nimm mich doch nimm aber in demselben nu erblickte sie falks augen die mit einem seltsamen ausdruck sie anstarten olga ich quäle dich ich werde gehen sie zuckte heftig auf der mann schien jeden gedanken in ihrer seele zu lesen sie wurde so verwirrt daß sie ihn nur sprachlos anstattet aber falk schien sie schon wieder zu vergessen er verfiel in sein früheres brüten plötzlich lachte er mit einem seltsamen lachen auf ich habe nämlich auch einen freund in den tod getrieben er war der verlobte meiner frau aber sein tod berührte mich nicht im mindesten er ist mir so gleichgültig wie einer kuh die medizäische venus das kommt wohl aber daher daß sein tod notwendig war und einen zweck hatte übrigens könnte ich ihn wenn er wieder auflebte zum zweiten male töten holger du glaubst nicht wie krankhaft spröde meine seelische konstitution ist isa hatte mich lange zeit zusammengehalten ich hatte nämlich ein gefühl der liebe zu ihr so unerhört stark dass meine ganze seele davon erfüllt wurde aber da bekam plötzlich diese wunderbare synthese einen riss einen tiefen riss durch ganz sonderbare und ekelhafte empfindungen nun ja hast du vielleicht nicht auch solche kleinen würmer in deinem herzen ich habe irgendwo gelesen wie ein kerl sagt wenn er vor dem allmächtigen richter erscheine dann werde der ganz erstaunt sein über den umfang der leiden die sein edles herz beherberge prachtvoll gesagt prachtvoll er schwieg olga stützte den kopf in beide hände und sah ihn stumm an hast du vielleicht tee da sah er große tränen in ihren augen er sah sie still und unaufhaltsam über ihre backen rennen es sah furchtbar aus das gesicht war wie erstarrt im schmerz nicht ein muskel zuckte es war für ihn ein gefühl von schreck und grässlicher qual er konnte es nicht ansehen er stand auf und ging auf den zehen unhörbar zur tür hinaus ein nie gekanntes gefühl von scham wirkte ihn nie hatte er es früher empfunden nur nicht nach hause nur nicht nach hause er wiederholte es unaufhörlich er lief die straße entlang dann um die ecke und blieb plötzlich stehen ein riesiges glas schild in dem inwendig gas brannte zur grünen nachtigall las er er kam in einen zustand von entzückter seligkeit hier war er mit isa an dem tage als er sie kennen lernte nur einen augenblick sich hinsetzen und noch einmal alles durchleben die rathaus uhr fing an zu schlagen es war zwei uhr dann hatte er ja zeit genug um nach hause zu kommen er trat ein ende von abschnitt 17 abschnitt 18 von homo sapiens romantrilogie von staniswav chypiszewski diese liebgewirksaufnahme ist in der public domain teil drei im malstrom zehntes kapitel in dem kleinen zimmer der grünen nachtigall saß nur ein mann er hielt den kopf in beide hände gepresst und brütete falk schlag heftig auf herr gott war es nicht wie war er denn her gekommen er musste ja doch in der schweiz sein und allein er wurde unruhig und sein herz schlug heftig er setzte sich an den tisch und betrachtete ihn stunden aber grozki schien nicht zu wissen dass sich jemand in seiner nähe befand nun schläfst du falk stieß ihn ungeduldig an er fühlte sich mit einem male gereizt ohne zu wissen warum grozki sah ihn ohne seine stellung zu verändern ruhig an mit glanzlosen starren augen dann fing er an aufmerksam sein glas zu betrachten kannst du denn nicht ein wort sagen schrie falk ihnen zornig zu grozki sah ihn wieder an und wächelte bosamt falk wollte etwas sagen aber in demselben augenblick bemerkte er dass grozki ganz unheimlich verändert war sein gesicht war totenblass die augen eingefallen und eigentümlich starr bist du krank grozki schüttelte den kopf was fehlt dir denn hm du möchtest wohl wieder deine experimente über dekadanz und degeneration mit mir anstellen nun die zeit ist vorüber wo ich wie ein medium deinem einfluss unterlag falk schien alles zu überhören sonderbar dass ich heute gerade über dich gesprochen habe über deinen wahnsinnsanfall in dem afrikanischen keller ganz lächerlich hast du das damals benommen falk wurde wütend sag doch jetzt endlich warum hast du damals so geschrien was übrigens ist es mir sehr unangenehm dich hier zu treffen grozki sah ihn wieder an und lächelte mir auch sagte er ich hätte eigentlich wissen sollen dass man in den nächsten dich überall antreffen kann er lachte boshaft auf hast du deine ausschweifungen noch nicht eingestellt falk zuckte verächtig die achseln und bestellte wein er fühlte wieder die fieberschauer es brannte ihm im schlund und manchmal wurde es ihm schwarz vor den augen aber es ging gleich wieder vorüber er wischte sich den schweiß von der stirn du hast nur fieber fragte kotzki lächelnd falk wurde ganz hilflos ja ja ich bin wohl ein wenig krank ich weiß nicht eigentlich das geht vorüber aber ich bin zu unruhig er fühlte plötzlich das verlangen viel zu sprechen er wollte auch kotzki über vieles fragen aber er vergaß vorüber eigentlich nein nein es hat nichts zu bedeuten ja richtig ich habe dich so lange nicht gesehen seit deiner skandalgeschichte nicht mehr ich habe jetzt auch oft fieberanfälle er besann sich ja deine skandalgeschichte du bist doch mit der frau wie ist sie doch nur weggefahren wie bist du denn wieder hier warum bist du hier wo ist sie denn sie ist wohl tot sagte kotzki nachdenklich tot tot nein erlaube mal ich habe dich nicht verstanden sie ist wohl tot sagtest du ja ich weiß nicht genau kotzki sprach ungewöhnlich langsam ich weiß wirklich nicht genau ich habe ihr gesagt sie sei mir eine last und so ist sie gegangen ich habe dann kurz nachher mein bewusstsein verloren weil ich ein starkes gehirnfieber bekam und da konnte ich nicht mehr meine visionen von der wirklichkeit unterscheiden man sagte mir nichts weil ich niemanden gefragt habe man hat mich wohl auch schonen wollen übrigens bin ich gleich weggefahren mehr kann ich dir nicht sagen fügte er nach einer pause hinzu nun es ist mir auch gleichgültig ich bin damit fertig geworden falk starrte ihn ängstlich an ist das wahr ich weiß ja selbst nicht ob es wahr ist es interessiert mich auch nicht die wahrheit zu erfahren sie schwiegen beide saßen wohl zehn minuten ohne zu sprechen du falk glaubst du an die unsterblichkeit der seele ja wie stellst du dir das vor der glaube stellt sich nichts vor übrigens glaube ich gar nicht daran ich glaube weder dass sie sterblich noch dass sie unsterblich ist ich glaube an nichts aber weißt du wirklich nichts mehr von ihr von wem von ihr nein der glaube der glaube ich glaube eigentlich auch an nichts aber ich habe doch eine sonderbare angst Angst ja großangst man denkt niemals ernsthaft daran das leben ist ja so lang aber wenn man sterben will so denkt man beständig an das was dann kommen könnte ich will nämlich jetzt mit dem leben ein ende machen sagte er nach einer pause mit einem sonderbaren lächel so so du willst sterben das ist sehr vernünftig das ist das beste was du tun kannst falk beobachtete ihn neugierig es ist eigentlich keine Angst nein etwas ganz anderes im Momente wo ich es tun will verliere ich plötzlich das bewusstsein ich kann nicht denken ich kann nicht genau kontrollieren was ich tue ich bekomme Fieber und ich möchte bei vollem kaltem Bewusstsein sterben das scheint sehr schwer zu sein es gibt zwar eine Methode nämlich urplötzlich in dem Momente wo man sagt dass man es nicht tun will abzudrücken also sich selbst zu überrumpeln so tun es wohl die meisten aber ich will mich nicht überrumpeln ich will mit willen sterben falk sah ihn unverwandt an er wunderte sich eigentlich darüber dass Grotzkis Rede auch nicht den geringsten Eindruck auf ihn machte ihn interessierte nur sein Gesicht es war das Gesicht einer Maske namentlich das Lächeln war sonderbar die Lippen verzogen sich langsam und ganz mechanisch ohne dass auch nur ein Muskel daran teilzunehmen schien er dachte nach was ging mit Grotzki vor was wollte er nur warum willst du dich eigentlich töten er fühlte sein Herz heftig und unruhschlagen warum warum mit demselben Rechte könnte ich dich fragen warum du noch weiter leben willst das ist doch noch viel sonderbarer ich habe dich jetzt erst verstanden ich habe sehr viel über dich nachgedacht du hast ja eine große Rolle in meinem Leben gespielt warum willst du noch leben mit deiner Verzweiflung und deinem bösen Gewissen er lachte lautlos alles was du tust tust du aus deinem bösen Gewissen und wenn du jemanden verdirbst so tust du es um Mitschuldige zu haben um auch andere leiden zu sehen du hast nicht stolz genug um allein leiden zu können du leidest übrigens zu viel ist das nicht so sie sahen sich lange an Falk fühlte plötzlich eine rätselhafte Raserei gegen diesen Menschen die sich auch Grotzki mitzuteilen schien denn er sah wie seine Augen sich zu beleben anfingen und ihn mit einem wütenden Ausdruck des Hasses anstarten sie bohrten sich ineinander mit ihren wütenden Augen Falk fühlte dass sein Gesicht zu zucken anfing er stand unglückwürdig auf und setzte sich wieder hin es war ein Moment in dem er auf den anderen losspringen wollte dann hatte er Lust aufzuschreien er fühlte dass er jetzt seine Augen nicht losreißen konnte da plötzlich brach der Bann Grotzki lachte heiße auf du bist jetzt unschädlich lieber Falk es fehlt dir an Kraft Böses zu tun es sind nur noch Trümmer von dir übrig geblieben ich habe dich einmal sehr geliebt mehr als du es dir denken kannst im selben Nu wurde sein Gesicht ernst Falk starrte unaufhörlich dieses Maskensicht an er hörte kaum was Grotzki sprach er fraß mit den Augen an diesem Gesicht um etwas aus ihm herauszulesen ein Geheimnis das da drin stecken musste ja ich habe dich sehr geliebt in meinen Augen warst du ein Gott aber jetzt sehe ich dass du auch nur ein Mensch bist es ist mir als wäre ich jetzt plötzlich aus einem hypnotischen Schlaf erwacht nur ein Mensch sagte er nachdenklich eine höhere Gattung vom Affen ein Schurke ein kleiner Schurke bist du nein ich liebe dich nicht mehr ich habe eigentlich keinen Grund dazu ja doch ich liebe niemanden ich habe auch sie nicht geliebt du wirst das vielleicht selbst einmal erleben wir können nicht lieben das ist alles nur Selbstlüge nein dich habe ich ja auch immer viel mehr gehasst als geliebt ich habe mich eigentlich immer gehütet vor dem dummen Kniff der Natur den Menschen durch Liebe ans Leben zu fesseln er schwieg eine Weile ja Falk du bist ein kleiner Mensch was gehst du mich übrigens an er sah Falk starr in die Augen und spielte mechanisch mit dem Weinglas ich habe dir auch nichts mehr zu sagen es ist ein dummer Zufall dass ich dich getroffen habe er lächelte boshaft vielleicht ja vielleicht würde ich Achtung vor dir bekommen wenn du mit deinem erbärmlichen Leben auch ein Ende machen wolltest ich will ja gar nicht den scharfsnecken Psychologen spielen aber es gibt Momente wo man so deutlich so klar in der Seele des Anderen lesen kann ich sehe so deutlich deine Verzweiflung deinen Lebensekel aber es geht mich ja im Grunde nichts an wiederholte es nicht so oft sonst werde ich das Gegenteil glauben versetzte Falk boshaft Grotzki wurde plötzlich sehr unruhig und schien selbst nicht zu wissen was er sprach er vergaß was er vor einer Weile sagte nein ich meinte nur oder du wirst meinen dass man so etwas nicht wollen kann du kannst es tun weil du es musst es kommt ja auf dasselbe hinaus ob man es will oder muss warum soll man nicht dem Gehirn die stolze Satisfaktion lassen dass es einmal ein einziges Mal etwas gewollt hat warum nicht man braucht sich auch gar nicht zu wundern dass es nur ein einziges Mal etwas gewollt hat es ist ungeheuer schwer etwas zu wollen ich wollte es gestern tun und ich habe mich vor Angst und Verzweiflung in den Finger gebissen ohne dass ich es wüsste es sträubt sich etwas furchtbar gegen den Tod es quält so wahnsinnig es leidet so unerhört dass die Haare zu mir bestehen es hilft nichts mein Gehirn hat einmal etwas gewollt und es will den Tod er schwieg wieder Falk sah ihn mit steigender Angst und Entsetzen an nur darf man es nicht in Verzweiflung tun Kotzki sprach halblaut mit sich selbst so macht es jeder Knecht der beim Militär schlecht behandelt wird nein in Ruhe in vollkommener Ruhe muss man es tun er sah wieder mit weiten ausdruckslosen Augen Falk an ich habe ein Bild gesehen ein Mann geht in Lackschuhen und aufgekrempelten Hosen in das Reich des Todes der Mann geht St. Peer mit Schick zwei Lilien wachsen zu jeder Seite unten gehen der Tod die ganze Sache ist für den Tod langweilig und die dummen Menschen machen so viel Wesens daraus und das Bild hat damals einen großen Eindruck auf mich gemacht verstehst du den blasierten Tod verstehst du was es bedeutet ein Tod für den der Tod gleichgültig und langweilig ist er schwieg lange ich habe auch keine Angst ich hätte absolut keine Angst wenn ich mich ins Gehirn schießen wollte aber ich will mit Anstand und in Schönheit sterben ich will nicht dass mein Gehirn nach allen Seiten herumspritzt nun siehst du ich habe Angst vor den paar Sekunden da mein Gehirn noch leben wird nachdem das Herz schon tot ist mein ganzes Leben werde ich in diesen paar Sekunden durchleben noch einmal durchleben eine entsetzliche Lebensbrunst die Angst wird mich befallen es wird mir alles so schön vorkommen was ich erlebt habe eine unerhörte Verzweiflung ins Leben zurückzukommen wird mich packen eine rasende Angst dass diese paar Sekunden bald zu Ende gehen dass ich in einer Sekunde vielleicht nicht mehr denken kann jeden Grashalm werde ich sehen jedes Blatt über mir werde ich zählen an tausend kleine Sachen werde ich denken um das Gehirn wach zu erhalten die Gedanken werden sich immer mehr verwirren in den letzten Sekunden tausendstel werde ich noch an sie denken noch ein furchtbarer Ruck durch den ganzen Körper dann fängt ein feuriger Kreis vor meinen Augen an zu tanzen ein Kreis in einer wüsten wirbelnden Bewegung ich werde ihn anstaun wie er schwindet und zusammenschrumpft jetzt so groß wie ein Teller jetzt wie ein kleiner Ring noch ein grässlicher Ruck der Angst dass er nun sofort verschwinden soll aber jetzt ist er nur ein winziger Punkt ein lachender Punkt im Glutauge des Nichts Grotzki lächelte irrsinnig dann ist es vorüber ein entsetzliches Angstgefühl wirbelte im schmerzhaften Schauer über Falcks ganzen Körper aber nur einen Augenblick er wurde mit einem Schlag ruhig gleichzeitig fühlte eine quälende Neugierde sich regen und wachsen er möchte sich jetzt in ihn hineinsaugen es war da ein Geheimnis das er nicht kannte das ihm vielleicht die letzten Gründe des Daseins klar machen könnten aber sein Gehirn war wie benebelt jeden Augenblick wurde es ihm schwarz vor den Augen und jedes Mal griff er nach dem Mainglas plötzlich sah er wieder mit unheimlicher Deutlichkeit Grotzkis Gesicht er prägte sich unwillkürlich die Züge ein so also sieht einer aus der in der nächsten Stunde sterben will sonderbar nein nicht sonderbar das Gesicht flich vollkommen einer Totenmaske nicht ein Muskel rührte sich in ihn es war erstarrt er beugte sich weit über den Tisch und fragte geheimnisvoll wirst du es wirklich tun? ja heute heute ja sie starrten sich eine Zeit an aber Grotzki schien nichts mehr zu sehen er war ganz geistesabwesend nein nicht abwesend er dachte überhaupt nicht mehr plötzlich rückte Grotzki Falk ganz nahe und fragte mit geheimnisvollem Eifer glaubst du nicht dass der heilige Johannes sich geirrt hat als er sagte am Anfang war das Wort Falk sah ihn erschreckt an Grotzki schien plötzlich verwirrt zu sein seine Augen waren unnatürlich geweihtet sie glichen zwei schwarzen glühenden Kugeln das ist Lüge das Wort ist erst eine Emanation das Wort wurde vom Geschlecht geschaffen das Geschlecht ist die immanente Substanz des Daseins sie in mir haben sich die Bogen seiner Evolution gebrochen ich bin der Letzte du bist nur Übergang ein kleines Glied in der Kette aber ich bin der Letzte ich stehe tausendmal höher als du du bist entwicklungstum und ich bin Gott Gott? fragte Falk in wachsenden Entsetzen ich werde gleich Gott Gott ist das Letzte des Nichts der Schaum den das Nichts aufgeworfen hat ich bin mehr denn ich bin die Letzte Wurge des Seienden er reckte sich hoch ein stolzer Triumph gott sich über sein Gesicht Gott ist das Mitreid und die Verzweiflung und die Langeweile des Nichts aber ich bin der Wille der stolzesten Schöpfung des Seienden der Wille meines Gehirns bin ich schrie er triumphierend auf sank aber sofort wieder in sich zusammen eine krankhafte Ungeduld fing plötzlich an in Falk zu rasen sollte es länger dauern so würde er es nicht aushalten können das Fieber würde ihm das Gehirn zersprecken wenn der Mensch nur gehen möchte wenn es nur schnell zu Ende wäre die Sekunden wurden ihm zu Ewigkeiten er hatte Mühe ruhig zu sitzen er konnte es nicht abwarten eine Raserei von Ungeduld zitterte in ihm und sein Herz schlug so heftig als wollte es die Brust zersprecken plötzlich erhob sich Kotzki langsam ganz so als wüsste er nicht was er tue und ging wie im Schlaf an die Tür hier die Bersinnen stehen auf einmal wachte er auf du Falk glaubst du wirklich dass es Teufelsloschen gibt ich glaube nichts ich weiß nichts vielleicht in New York in Rom ich weiß nicht er raste vor Ungeduld Kotzki grübelte dann ging er langsam hinaus Falk atmete erleichtert auf aber plötzlich wuchs eine furchtbare Unruhe in ihm es kam ihm vor als hätte er jetzt erst eigentlich verstanden was Kotzki tun wollte er wollte nachdenken aber er konnte nicht nur seine Unruhe wurde mit jeder Sekunde größer eine tierische unreflektierte Angst stieg in ihm auf sein Herz blieb auf einem Moment still stehen er griff nach seinem Hut und legte ihn wieder weg dann suchte er nach Geld mit krampfhafter Hass durchwühlte er alle Taschen fand es endlich in der Westentasche rief nach dem Kellner warf ihm alles zu was er in der Hand hatte und lief auf die Straße von weitem sah er Kotzki an einer Straßenuhr stehen Falk drückte sich ängstlich an eine Wand dass Kotzki ihn nicht zufällig entdecke und wieder fühlte er die rasende Ungeduld dass es endlich einmal ein Ende nehmen möchte nun sah er ihn endlich gehen mit sonderbarer Deutlichkeit sah er jede Bewegung er studierte diesen eigentümlichen schleppenden Gang er glaubte berechnen zu können wann sich der Fuß erheben und wann er wieder zu stehen kommen würde er sah das Gleichgewicht des Körpers sich mit der Genauigkeit einer Maschine in derselben Bahn verschieben dann wurde er zerstreut er bemühte sich unhörbar zu gehen das machte viele Mühe und seine Zehen fingen an weh zu tun aber er wurde dadurch ruhiger er konnte nur nicht verstehen was diese quälend Neugierde und diese Ungeduld zu bedeuten hatte er folgte Kotzki die Straße entlang und sah ihn in einer Parkanlage verschwinden Falk wurde so schwach dass er sich an ein Eckhaus anlehnen musste um nicht zu fallen alles war in ihm so gespannt dass der geringste Laut ihm weh tat er hörte in der Ferne eine Troschgefahr dann hörte er ein Lachen er zitterte immer heftiger seine Zähne klapperten jetzt muss es kommen er schloss die Augen jetzt jetzt sein Herz schnürte sich zusammen er erstickte da fuhr es ihm durch das Gehirn er könnte den Schuss überhören das Blut brauste und wogte in seinem Kopf vielleicht könnte er gar nichts hören er urchte gespannt er wird sich vielleicht nicht erschießen dachte er plötzlich und bald in einem Paroxismus der Wut die Fäuste er wollte ihn nur machen er wird sich gar nicht erschießen wiederholte er in wachsender Raserei er kokettierte nur mit dem Gedanken in diesem Augenblick hörte er den Schuss ein jäher Schreck fuhr ihm durch die Glieder er wollte aufschreien seine Seele rang danach zu schreien grässlich zu schreien aber seine Kehle war wie zugeschmiert er konnte nicht einen Laut hervorbringen plötzlich fühlte er eine wilde Freude dass es zu Ende war aber ihm nun schlug seine Seele in einen wilden Hass um gegen diesen Menschen der ihm diese Qual bereitet hatte er urchte es war still nun fraß er sich mit jedem Nerven diese Stille hinein er konnte nicht genug urchen es war ihm als göße sich diese Ruhe in ihn hinein da fühlte er eine heiße brennende Neugierde den Mann zu sehen in seine Augen zu sehen den schwindenden Feuerwirte er machte vorsichtig einen Schritt vorwärts blieb stehen schöpfte tief nach Atem und mit einem Ruck packte ihn eine grauenhafte Angst es kam ihm vor als ob er einen Mord begangen hätte seine Knie zitterten das Blut staute sich zum Herzen er fing an zu gehen beben als wäre jedes Glied selbstständig geworden er ging unsicher stolperte wankte plötzlich hörte er Schritte hinter seinem Rücken er erinnerte sich mit einem Mal dass er sie auch schon vorher gehört hatte er wandte seine letzte Kraft an fing an schneller und schneller zu gehen und schließlich sinnlos zu laufen seine Beine überstürzten sich er konnte nicht schnell genug wegkommen etwas riss ihn zurück er lief immer schneller im Kopf brauste und klopfte es in der nächsten Sekunde würden alle Gefäße reißen in Schweiß gebadet kam er in den Flur seines Hauses und stürzte auf der Treppe zusammen wie lange er so lag wußte er nicht als er wieder zur Besinnung kam stieg er langsam und leise die Treppe hinauf kam geräuschlos in sein Zimmer hinein und warf sich auf das Bett plötzlich befand er sich wieder auf der Straße er war sehr erstaunt er wußte gar nicht wie er aus dem Hause kam die Tür war doch verschlossen er erinnerte sich nicht dass er sie zugeschlossen hatte aber auf die Handbewegung beim Umdrehen des Schlüssels konnte er sich sehr gut besinnen er blieb nachdenklich stehen er hatte doch sicher die Tür zugeschlossen sonderbar sonderbar und da an der Ecke ein neues Haus dass er es nicht früher gesehen hatte er las auf der Front eine Inschrift mit riesigen Buchstaben Trauermagazin er zückte zusammen er brauchte wirklich nicht das Haus anzusehen dazu hatte er keine Zeit nein wirklich gar keine Zeit er wunderte sich nur dass er so plötzlich unruhig wurde warum denn so plötzlich ein Mann ging vorüber er hatte einen langen Rock an dem der unterste Knopf fehlte das sah er ganz deutlich nun kam er über einen großen Platz auf dem viele Wagen hin und her fuhren aber er sah keine Menschen und hörte auch nicht das geringste Geräusch im Gegenteil es war eine Totenstille rund um ihn es wurde ihm unheimlich zumute eine namenlose angst war unaufhaltsam höher und höher hinauf von unten herauf von den Wurzeltiefen seines Rückenmarks Wurzeltiefen er wollte nachdenken aber die Angst paralysierte sein Denken in seinem Gehirn war ein wirbelnder glühender Wirrwarr um seine Augen tanzte die Welt in Kuborflocken zerrissen im nächsten Moment wurde er wieder ruhig er ging schnell vorwärts wohin ging er nun wohin da ja da war die Straße zu Ende und nun kam der Park er zuckte heftig die Angst und das Fieber schüttelten ihn er konnte nicht weitergehen seine Knie wankten und wieder flackerte die Welt vor seinen Augen in Millionen kreisender zerstiebender Kugelflocken zerrissen er wußte nicht was mit ihm geschah er schloss die Augen zu aber es zwang ihn etwas hinzustieren deutlich auf einen Punkt auf das entsetzliche hin da lag Krotzki jetzt empfand er keine Angst mehr nur eine grausame Neugierde übrigens sah er ihn nicht ganz deutlich es war nur der Kopf da die Augen waren geschlossen und der Mund war offen er starrte lange das Maskengesicht an aber plötzlich wurde er rasend weil er fühlte dass er sich nicht von der Stelle bewegen konnte er versuchte qualvoll die Hand hochzuheben es ging nicht nun musste er alle Macht anwenden um niederzusinken und auf den Händen wegzukriechen er konnte es nicht er konnte auch nicht die Augen wegwenden eine wüste Verzweiflung fieberte in ihn es war ihm plötzlich als ob die Lider der toten Maske sich zu einem Spalt öffneten und ihm bosauf zuzwinkerten das war krasslich aber die Augen blinzelten deutlich und nach und nach verzerrte sich der halb offene Mund zu einer scheußlichen Grimasse dann fühlte er wie die eiskalte Hand seine Hand streifte wie ihm die Leichengelte über den ganzen Körper blitzt er fuhr auf wie von einem furchtbaren Stoß und vorgeschnellt er sah sich vor um wo war er denn das war nur ein Traum das verfluchte Fieber wenn es nur nicht wieder geht die Angst zerrte an seinem Hirn er nahm mechanisch seinen Kragen ab der Hemdknöpfe heruntergefallen er suchte ihn mit einem seltsamen Eifer eine Zeit lang er wurde immer eifriger und wütender suchte ihn überall umher mühlte mit einer rasenden Gier mit den Händen auf dem Boden herum kroch unter das Bett suchte unter dem Schreibtisch mit wachsender Wut in einem Paroxysmus von Verzweiflung warf er die Gegenstände umher und schließlich packte ihn eine Art Tollhut er weinte und knirschte mit den Zähnen und riss den Teppich vom Boden da lag der Knopf nun war er zufrieden glücklich war er nie war er so glücklich gewesen er legte ihn behutsam auf den Schreibtisch sah noch einmal zu ob er wirklich da war und setzte sich mit unendlicher Befriedigung ans Fenster es war ganz hell plötzlich kam er völlig zum Bewusstsein das war also wirklich ein starkes Fieber sollte er vielleicht Isar rufen oh nein nein sie würde sterben vor Unruhe aber Morphium sollte er im Hause haben das war eine unverzeihliche Nachlässigkeit dass er sich nicht damit versehen hatte nun musste er mit aller Energie wachen dass er nicht bewusstlos wurde diese grässlichen Träume er stand auf und öffnete das Fenster aber die Kräfte schwanden ihn nur ein wenig Ruhe ein ganz klein wenig er legte sich wieder auf das Bett es wurde still tausend Lichter sah auf den weiten Moortriften aufflackern und wieder verschwinden die beiden am Wege stöhnten und ächzten wie sorggefagt Türen die auf alten verrosteten Angeln ruten Sorggefagt nein nein durchaus kein Sorggefagt es hörte sich an wie ein ferner Eisgang nein wie Räder rollen auf fernen Wegen er horchte vom nahen Dorfe hörte er einen Hund bellen ein anderer antwortete ihm mit langer winselnder Klage plötzlich hörte er denselben winselnden laut sich hinter seinem Rücken wiederholen sein Herz hörte auf zu schlagen noch einmal noch stärker ein grässliches verhaltenes schluchzen dann wieder ein gellender Schrei er drehte sich in krampfhafter Angst Agonie um es war nichts nichts war da aber er fühlte es dicht hinter sich er hörte es unaufhörlich winseln und schluchzen eine wüste Raserei stieg in ihm hoch was willst du schrie er ich war es nicht ich bin nicht schuld ich war es nicht schrie er sinnlos Marit Marit lass mich aber da war es ihm als würde er gepeitscht das feurige Striemen über seinen Rücken hinab liefen er schrie gellend auf und fing an zu laufen er musste es loswerden er musste aber der Boden war nach dem langen Regenwissen erweicht er kam nicht von der Stelle dann versank er in einen tiefen Graben keuchend arbeitete er sich hoch aber im selben Nu fühlte er dass ihn eine Faust von hinten packte sie riss ihn in den Schlamm zurück er tauchte unter es riss ihn nieder er erstickte der Schlamm goss sich ihm in den Mund aber im letzten Todeskampf riss er sich los kroch heraus und wieder fing er an zu laufen und wieder fühlte er es dicht hinter sich winselnd schluchzend er wurde von Sinnen seine Kräfte verließen ihn er konnte nicht weiter fuhr es ihm in grausiger verzweiflung durch den Kopf plötzlich blieb er wie angewürzel stehen ein alter Mann stand mitten auf der Markte und starrte ihn an er konnte den Blick nicht ertragen er wandte sich weg aber wohin er nur blickte sah er hundert grausame gierige Augen die an seiner Seele fraßen an seinen Nerven zerrten Augen die Rache spiehen und ihn wie einen glühenden Feuerkranz umstellten er duckte sich er wollte sich weg stehlen aber überall waren diese gierigen Augen verzweifelt sah er vor sich hin und sah den alten Mann Marits Vater Mörder schrie er ihm zu und mit einem Mal erhoben sie hundert Fäuste die auf ihm niederregneten und ihn tief in den Boden einstanken sollten mit einem wahnsinnigen Sprung flog er über die Menge hinweg lief in sein Haus hinein mit einem Satz sprang er die Treppe hinauf und warf die Türe ins Schloss er wartete dicht an die Wand gekauert eine Weile verging es war wie eine Ewigkeit er hörte sein Blut so heiß an den Schläfen klopfen dass er fürchtete es könne gehört werden und ihn verraten seine Kehle schnürte sich zu immer enger immer fester im nächsten Moment würde er nicht atmen können nun verließen ihn die Kräfte ganz und gar seine Zähne klapperten und er sank ihm die Knie er kauerte er drückte sich an die Wand noch enger die Wand musste ihn sicher festhalten es klopfte er schaute hoch seine Zähne klapperten hörbar das war Marit das war sicher Marit es klopfte noch einmal eine Ewigkeit verging da sah er wie sich die Tür langsam zu öffnen begann ein wahnsinniger Schreck streifte seine Kliebe er warf sich mit seinem ganzen Körper gegen die Tür er stemmte sich gegen sie mit der letzten Verzweiflungskraft aber er wurde immer weiter weggeschoben die Tür öffnete sich wie von selbst mit grässlichem Entsetzen sah er die Spalte größer und größer werden und da sah er zwei furchtbare Augen in denen ein Wahnsinns Schmerz geronnen war Falk schießt einen kurzen Gellenschrei aus vor ihm stand ein fremder Mann war es eine neue Vision war es Wirklichkeit ich bin wohl verrückt geworden fuhr es ihm wie ein Blitz durch den Kopf aber zufällig erblickte er den Hemdenknopf auf dem Schreibtisch es war keine Vision ein Besuch dazu er stieg vom Bett herab setzte sich in den Lehnstuhl und starrte ängstlich den Fremden an der ihn in einer Krankenruhe betrachtet sie sahen sich eine lange Zeit an es vergingen wohl zwei Minuten kamen sie daher brachte Falk mühsam hervor und zeigte auf die Tür der Fremde nickte Falk grübelte eine Erinnerung schoss ihm durch den Kopf ich habe gestern in dem Restaurant mit ihnen gesprochen ja sie kennen mich nicht aber ich kenne sie ich habe sie öfters gesehen verzeihen sie dass ich sie so überwumple aber ich muss mit ihnen sprechen ich glaube sie haben einen schweren Traum gehabt ich kenne es in der letzten Zeit ging es mir ganz ebenso sie schrien auf natürlich wenn man so plötzlich aufwacht sie sind nämlich ein sehr nervöser Mensch und so sagte ich mir ich muss sie anstarren dann werden sie gleich aufhören sie wissen vielleicht dass nervöse und kurzsichtige Menschen durch festes Anstarren aufgeweckt werden nun scheinen sie nicht kurzsichtig zu sein folglich müssen sie sehr nervös sein ich habe sie höchstens zwei Sekunden eingeschaut ich habe es übrigens gleich gestern gemerkt als sie mich fragten ob ich sie verhaften wollte sie ließen mich gar nicht zu Wort kommen ich suchte sie allerdings eine ganze Zeit aber gestern war es ganz ganz zufällig dass ich sie traf wie sind sie denn hineingekommen die korridortür war offen hier klopfte ich aufs gerade wohl und als niemand antwortete trat ich ein ich habe sie nämlich oft gesehen ein Mann hat viel von ihnen besprochen ich habe sie ein paar mal in seiner Gesellschaft gesehen aber was wollen sie was wollen sie von mir schrieb Halk ihm wütend zu der Fremde schien von seiner Aufregung keine Notiz zu nehmen ich habe sehr viel über sie gehört der Mann hat übrigens meine Frau verführt nein verzeihen sie man verführt nicht Frauen ich glaube dass man von den Frauen verführt wird was wollen sie schrie Falk fast besinnungslos wieder sah ihn der Fremde mit dem selben ruhigen Blick eine Zeit lang an unterbrechen sie mich nicht Herr Falk nein nein man verführt nicht die Frauen ich habe nämlich da eine eigene Theorie der Mann ist eine Laus ein Sklave des Weibes und der Sklave verführt nicht die Herren es gibt genug Kutcher die mit ihren Herren Kindern gezeugt haben warf ihm Falk mit boshaften Hohnen zu der Fremde schien es zu überhören das Weib hat den Mann geschaffen das Weib war das erste das Weib hat den Mann gezwungen seine Kräfte weit über sich hinaus zu entwickeln sein Gehirn über sich selbst auszubilden er verwirrte sich plötzlich und sah Falk mit ihrem unbeholfenen Lächeln an sehen sie sagte er nach einer Weile und rächelte geheimnisvoll wozu nahm wohl der U-Mensch zum ersten Mal die Keule in die Hand doch nur im Kampf um das Weibchen doch nur um seinen Rivalen totzuschlagen nicht wahr nein es ist nicht wahr sagte Falk nun sie werden natürlich sagen dass er im sogenannten Kampf ums Dasein die Keule geschwungen hat nein sie irren der Kampf ums Dasein kam erst als es sich darum handelte die Geschlechter zu befriedigen durch das Mittel des Geschlechtes hat die Natur den Menschen erst klar gemacht dass es sich lohnt überhaupt zu leben und den Kampf ums Dasein aufzunehmen er wurde plötzlich sehr blass und unruhig aber ich kam nicht um ihnen meine Theorien zu entwickeln es ist etwas anderes etwas ganz anderes er sah sich scheu um ich will ihnen etwas sagen aber nur ihnen allein weil sie einen so außerordentlichen Eindruck auf mich gemacht haben vielleicht das erste Mal als ich sie sah der Mann der meine Frau den meine Frau verführt hat sagte mir auch so außerordentliche Dinge von ihnen bald wurde sehr ungeduldig er verstand kaum die Hälfte von seiner Rede er fühlte abwechselnd Hitze und Kälte in seinem Körper zu Zeiten glaubte er der Ohnmacht nah zu sein vereilen sie sich ich bin krank ich habe starkes Fieber der Fremde sah ihn mit einem seltsamen Lächeln an ich kenne es ich kenne es genau ich habe es in der letzten Zeit sehr schlimm gehabt plötzlich wurde er noch blasser er wurde ganz grün im Gesicht und rückte Falk ganz nah er sagte mir dass ich zu ihnen kommen soll um sie glücklich zu machen heute als sie mir weglieben Falk lief ein kalter Schauer über den Rücken war es wirklich eine Vision eine rasende Angst gefiel ihn als er die Augen des Fremden unablässig auf sich gerichtet sah wie was was meinen sie ich will sie glücklich machen er schwieg und schien tief nach zu grübeln Falk sah ihn zerstreut an da trat ihm kalter Schweiß auf die Stunden er begann zu zittern an dem Rock des Fremden fiel der unterste Knopf wo hatte er den Mann gesehen gestern ja gestern aber dann war es doch nur ein Traum ein Fieber der Fremde schien nach Ausdruck zu nehmen kennen sie Herr Falk ein Gefühl der Ruhe nein sie kennen es natürlich nicht es ist eigentlich keine Ruhe es ist ein Gefühl von einer solchen absoluten Harmonie man fühlt keinen Schmerz man fühlt auch keinen Körper mehr man ist erlöst von allem Körperlichen man versinkt in etwas Unendlichem die Räume haben sich geweitet die Meilen werden zu Millionen von Meilen die erbärmlichsten Hütten werden zu Palästen sie wissen nicht mehr wo sie sich befinden sie kennen kein Weg und keine Richtung seine Augen glänzten in einer verzückten Ekstase wieder fühlte Falk langsame kalte Schau über seinem Rücken laufen in einer Sekunde können sie Jahrhunderte überleben auf einem Stück Erde können sie tausend Städte sehen oh und die glückliche Pracht die Pracht seine Augen wurden mit einem Mal ganz starr und sein Gesicht verzerrte sich schmerzhaft anfangs fühlte ich eine unmenschliche Angst wenn der Boden plötzlich unter mir zu wanken begann wenn ich mich plötzlich in fremde Städte versetzt fühle da kam es vor dass ich mich mitten auf der Straße auf die Knie warf und die vorübergehenden anflegte sie sollten mich festhalten ich bat sie mich nur an dem Saum ihre Kleider festhalten zu dürfen oh es waren schwere Zeiten der Prüfung leiden leiden Sie an Epilepsie die mächtigste die mächtigste Stütze des Geistes der ewig zweifel rissen sich grässliche Stimmen werden sie führen die Wände werden die Wände werden körperlich und werden auf sie zuschreiten um sie zu zerquetschen Qualen werden sie erleben wogegen die menschliche Gewalt eine Freude ein Genuss ist auf einmal verschwindet alles etwas führt sie hinaus das ganze Leben strömt vor den Augen in einer unendlichen Klarheit es gibt kein Rätsel mehr kein Geheimnis man kann in der Seele eines anderen lesen wie in einem offenen Buch warum kommen Sie gerade zu mir damit warum flüsterte Falk der Fremde hörte seine Frage nicht es gibt dann kein Qual mehr vor Erfurt keinen Schmerz keinen Hass ich liebe den Mann der mir das weit genommen hat ich bin ihm nachgegangen mit ihnen zusammen ich wollte ihn retten aber im Augenblick des Todes darf man nicht stören Falk fuhr es nun wie ein Blitz durch den Kopf es wurde ihm alles klar er erzitterte heftig und hielt sich an der Lehne fest um nicht umzusingen der Mann hat sich heute erschossen schrie er heiser der Fremde lächelte seltsam ja sagte er noch eine Weile Falk kam ganz außer sich was wollen sie von mir standet er fast gewusst los sie haben seinen Tod verschuldet Falk er war wie Wachs in ihren Händen sie waren sein Gott und sie haben seine Seele zerstört sie haben ihn zum Verbrecher gemacht an sich und an anderen hören sie auf mich folgen sie mir ich habe es nicht getan kann ich etwas dafür dass er an seinen Ausschweifungen zugrunde ging der Fremde sah ihn streng an oh wie ihr Herz verstockt ist sie wissen gut was sie mit ihm getan haben warum sind sie so bleich warum zittern sie er liegt auf ihrem gerissen wer wer Grotzki sagte der Fremde leise Falk stehnte qualvoll auf und sein Kopf sank ihm auf die Brust aber plötzlich kam er ganz von zu näher richtete sich auf und schrie ich bereue es nicht ich will die ganze Welt verderben und zerstören ich lache über ihre mystischen Offenbarungen ich brauche sie nicht ich brauche kein Glück ich spucke auf das Glück ich bereue dass ich zu wenig ich zerstört und verdorben habe verstehen sie mich er stutzte plötzlich der Fremde war ganz wie verwandelt seine Augen drückten eine unheimliche Furcht aus sie liefen und steht herum der Geist des Bösen der Geist des Bösen wiederholte er mit zitternden Lippen und einmal wurde sein Gesicht klar und seine Stimme mild sie sind krankreich ich will sie nicht stören ich bin ihnen nachgegangen ich hatte Angst um sie wie sie an der Ecke standen und zitterten und auf den Schuss warteten wieder wurde er unruhig er neigte sich weit zu feil vor seine Stimme zitterte heftig ich ich er stammelte mühsam ich bin ihnen gefolgt sie saßen lange mit ihm zusammen hat er nicht über mein Weib gesprochen er hat sie verlassen sie geht zugrunde nichts nichts hat er mir gesagt gehen sie nur sie töten mich gehen sie doch Falk fühlte dass er sich nicht länger halten könnte sie sind so krank Falk so krank er ging langsam zur Türe hinaus Falk hörte und sah nichts mehr ein schwindelgefühl erpasste ihn die Stube fing an sich um ihn zu drehen er sank und fiel in Ohnmacht Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von homo sapiens romantrilogie von staniswav pszpiszewski diese libribox aufnahme ist in der public domain teil drei im malstrom elftes kapitel er wachte auf ja wirklich er hörte deutlich eine melodie tiefe mystische bassmelodie und wie ein fernes echo ein ton und wieder ein ton vereinzelt winzelnd im diskant seine ganze seele warf sich in diese heilige melodie und saugte sich an ihr fest und wandte sich an ihren Po koch zusammen und weitete sich mit neuer Kraft es tat so unendlich wohl es war ihm als hätte sich alles schwere alles dumpfe und furchtbare in seiner Seele aufgelöst langsam aufgelöst und würde nun zu dem Wesen zu der irren weichen Sehnsucht dieser Töne nie hatte er eine so weiche selige Sehnsucht empfunden es war wohl Nacht er wagte nicht die Augen aufzumachen es war so unendlich gut diese Sehnsucht zu fühlen es war Nacht und er hatte eine selige, freudige Sehnsucht nach dem morgigen Tag dem heißen, kurzen, farben, brünstigen Herbsttage es regnete wohl auch draußen aber morgen, morgen kommt die Sonne und wird den Regen aufatmen und an den Blättern weiterfressen oh dies herrlich kranbe purer Geld war er wach war er es wirklich noch immer hörte er die Melodie immer weicher immer trauriger und er lag da aufgelöst in dieser Sehnsucht aufgelöst in diesem Schmerz der eigentlich kein Schmerz war nein ein Zurückfluten eine weichende Erinnerung ein irres Sehnen nach fremden weiten Ländern nach einer großen orgiastischen Natur in der jede Blume zu einem Riesenbaum auswächst jeder Berg sich in den Wolken verbirgt und jeder Fluss uferlos schäumt und rast da fing sein Herz heftig zu schlagen an er fasste es mit beiden Händen fest ja hier hier zwischen der fünften und sechsten Rippe fühlte er den Herzschock er fühlte die Herzspitze zuerst gegen die flache Hand schlagen dann gegen zwei Finger er drückte zuletzt seinen Zeigefinger gegen die Stelle fest wie das arbeitet ob Grotzki wohl zuerst sein Herz auf diese Weise betastet hatte er setzte sich im Bett zurecht und stützte seinen Kopf in beide Hände Grotzki hatte sich erschossen das war er was er ganz sicher wüsste er hatte sich erschossen weil er sterben wollte er starb mit Willen er starb am Ekel er wollte nicht mehr den jungen Tag sehen und das kranke Pupurgel aber wozu denn sollte er darüber nachdenken sollte er diese selige Harmonie in seiner Seele wieder zerstören aber was sagte der fremde Mann Falk, Falk, sie kennen nicht diese Harmonie das geht über alle Ruhe über alles Heilige über alles Seligkeit hinaus aber der Mann war ja verrückt Falk erschauerte deutlich sah er die irren Augen des Fremden er wühlte krampfhaft mit den Fingern in der Decke die Angst packte ihn von neuem aber im nächsten Moment wurde er ruhig es war kein Zweifel dass er nun endlich zum Bewusstsein gekommen war er war also im Lehnstuhl ohnmächtig geworden als der Fremde sich von seinem Zimmer wegstahl nun war er im Bett also musste er ins Bett getragen worden sein ja und der Knopf der goldene blinkende Knopf lag wirklich auf dem Schreibtisch er war also wach und bei vollem Bewusstsein er fühlte eine ganz unmittelbare tierische Freude dann fiel er wieder in die Kissen zurück und lag lange Zeit wie in Ohnmacht als er wieder zu denken begann war er aus dem Bett gestiegen und fing an sich anzukleiden aber er war doch sehr schwach halb angekleidet legte er sich wieder aufs Bett und starrte gedankenlos auf die Decke lächerlich wie schludrig die Decke bemalt war der Haken für die Hängelampe sollte eigentlich in der Mitte sein nun gut die Decke ist ein Parallelogramm nun ziehe ich die Diagonalen er wurde ganz wütend lächerlich das war durchaus nicht der Schnittpunkt das ganze Zimmer war ihm widerwärtig er war eingesperrt in diesem engen Raum in seiner dumpfen Qual und draußen war die Welt zu weit wieder empfand er die heiße Sehnsucht nur weit weg weit weg auf den stillen Ozean ja den stillen Ozean das war die Erlösung das war die Erlösung zur ewigen Ruhe zur ewigen Harmonie ohne Qual ohne Freude ohne Leidenschaften wie zitterte damals sein junges herz seine glieder wurden so schwach von der beständigen angst rings um die kirche auf dem rasen sah er menschen viele menschen die auf den knien lagen und gott um gnade anflehten er sah sie an sein herz schlug immer heftiger seine unruhe wuchs die sünde brannte auf seinem herzen wie ein feuermahl nun sollte er beichten einem fremden menschen die schändliche scheißlichkeit erzählen und in seiner verzweifelten seelenangst nahm er das gebetbuch und las fünf sechsmal mit zitternder inbrunst die litanei an den heiligen geist und ein friede kehrte in sein herz ein ein heiliges verklärtes verzücken seine seele wurde rein und weit wie der heiße mit tag um ihn her nun musste er hinein in die kirche da packte ihn die angst hat man nicht um die mittagszeit einen schwarzen reiter auf einem schwarzen hengst sich in der kirche tummeln sehen er schlich vorsichtig an die sakristeitür er horchte dann öffnete er langsam die schwere tür und taumelte im tierischen schreck zurück vor ihm stand der fremde sie haben seine seele zerstört sagte er feierlich ich träume ich träume schrie falk wachte auf und sprang aus dem bett isa fuhr auf ich bin es erik ich bin es kennst du mich nicht falk starrte sie eine weile an dann atmete er tief auf gott sei dank daß du es bist sag sag erik was fehlt dir fühlst du dich sehr krank ist dir besser ich hatte so entsetzlich angst um dich falk nahm sich mit aller kraft zusammen zum donnerwetter sollte er nicht das bisschen krankheit überwinden sollte er nicht endlich einmal seine kleinen lächerlichen schmerzen vergessen können fuhr es ihm durch den kopf ich bin gar nicht mehr krank sagte er fast munter ich hatte nur ein wenig fieber das blieb von damals ha ha in der heimat habe ich mir das fieber geholt nichts weiter sein kopf wurde plötzlich ungewöhnlich klar du bist krank erik du bist es dein körper glüht leg dich ich bitte leg dich heute morgen lagst du auf dem boden der arzt sagte du sollst ein paar tage liegen er wurde ein wenig ungeduldig aber so lass mich doch ich war schon seit langem nicht mehr so klar und so leicht wie gerade jetzt die ärzte sind idioten was wissen sie von mir ha ha von mir er zog sie an sich sein herz wurde plötzlich überfüllt von einer überströmenden herzlichkeit und liebe zu ihr wir werden einen wunderbaren abend heute haben du bringst Wein dann setzen wir uns hin und werden uns die ganze nacht erzählen erinnerst du dich ganz wie damals in san remo auf unserer hochzeitsfahrt sie sah ihn an ich habe niemals einen menschen gesehen der so stark wäre wie du das ist sonderbar wie stark du bist ich lag also auf dem boden du kannst dir nicht denken was das für ein aufruhr im hause war nun geh nur jetzt nachher wirst du mir alles erzählen aber war nicht ein fremder mensch hier fragte isa ein fremder nein dann habe ich wohl geträumt sicher sie ging falk kleidete sich an natürlich hast du geträumt teure isa du hast überhaupt sonderbare träume er lächelte zufrieden er überlegte ob er frack und weiße krawatte nehmen sollte es war doch das große fest des friedens das fest der ruhe der ewigen harmonie er war im zustande eines triumphierenden entzückens jetzt endlich habe ich mich gefunden mich selbst mich gott war er noch krank seine gedanken waren erhitzt die innere aufregung schäumte zitternd empor war es vielleicht nur ein augenblick einer physischen reaktion nach all dieser qual und angst was ging ihm das an er hatte jetzt alles vergessen seinen körper reckte sich in dem gefühl einer langen nicht gekannten seligkeit und energie ach isa bist du schon hier du machst da seltsame turnübungen ich vertreibe die krankheit aber etwas zu essen ja komm nur ins speisezimmer er aß aber ohne besonderen appetit ich bin wie neugeboren isa ganz wie neugeboren so verjüngt ich habe viel gelitten nein nein verstehe mich doch recht ich habe kein persönliches leiden gehabt nur der ganze jammer da draußen lastete auf mir und machte mich so elend sie sah ihn jubelnd an sonderbar sonderbar der arzt sagte doch du werdest mindestens drei tage liegen und ich habe lange schon nicht diesen ausdruck von kraft und energie in deinem gesichte gesehen du bist anders wie alle menschen ja ja das ist die neue kraft trink trink mit mir ich war so wenig mit dir zusammen trink das ganze glas aus sie tranken aus und falk füllte die gläser von neuem er setzte sich neben sie hin nahm ihre beiden hände und küßte sie wir sprachen schon lange nicht zusammen sagte er jetzt ist alles gut nicht wahr fragte sie zärtlich es wird gut werden wir reisen von hier weg was denkst du über island ist das dein ernst du machst so viele neue pläne diesmal ist es mein ernst weil es eben kein plan ist es fiel mir ein heute gestern ich weiß eigentlich nicht wann aber ich muss von hier weg isa strahlte sie wollte es ihm nicht sagen aber sie fand es unausstehlich in dieser langweiligen stadt denk so ein kleines fischerhaus am meer nicht wahr wundervoll und die herbstnächte wenn die wellen diese furchtbare ewigkeitsmusik am strand spielen aber du wirst dich nicht langweilen hab ich mich jemals mit dir gelangweilt ich brauche keinen menschen nichts gar nichts brauche ich wenn ich dich nur habe aber ich werde oft weg sein von dir sehr oft ich werde mit den fischen auf ganze nächt hinausfahren ich werde in die berge gehen und wenn wir zusammen sind werden wir im gras liegen und den himmel anstauen aber trinkt trinkt doch oh du kannst nicht mehr so trinken wie früher sie doch sie trank das glas leer und in dieser zweisamkeit du und ich du ein stück von mir und wir beide eine offenbarung der immanenten substanz in uns er stand auf isa wir werden den gott suchen den wir verloren haben sie war wie hypnotisiert den gott den wir verloren wiederholte sie halb unbewusst du glaubst nicht an gott fragte er plötzlich nein sagte sie nachdenklich du glaubst nicht dass man ihn finden kann nein wenn man ihn nicht in sich hat aber das meine ich eben gott finden das heißt gott fühlen ihn in jeder pfohre seiner seele fühlen die unmittelbare gewissheit haben dass er da ist die wilde übernatürliche macht besitzen die das gottesgefühl gibt willst du einen anderen gott suchen einen gott außerhalb wozu willst du diesen gott ich will ihn nicht ich brauche ihn nicht ich habe die unmittelbare gewissheit des gottgefühls ich fühle ihn solange du da bist ich brauche nichts höheres und ich will ein solches gefühl auch nicht bei dir dulden ich gehe da nicht mit er sah sie lang an wie du jetzt schön wurdest als wäre ein licht plötzlich in dir aufgeblüht mit einem mal verlor er das gleichgewicht und kam in eine seltsame begeisterung ja ja ich meine den gott der du und ich ist ich meine das heilige große mein du weißt du was mein du mein dunkles du ist das ist jahwe das ist um das ist tabu mein du das ist die seele die sich niemals im gehirn prostituiert hat mein du das ist die festtagsseele die selten über mich kommt einmal vielleicht wie der heilige geist nur einmal über die apostel kam mein du das ist meine liebe und mein verhängnis und mein verbrecherwille und meinen gott finden das heißt dies du erforschen seine weg kennenlernen seine absichten verstehen um nicht mehr das kleine das niedrige das ekelhafte zu tun isa wurde hingerissen sie fassten sich heftig an den händen und du willst mich lehren es in mir zu finden und zu erforschen ja ja er sah sie an als hätte er sie nie vorher gesehen und du wirst in mir sein ja ja ich bin dein deine sache und dein du bin ich es ja ja er fing an zerstreut zu werden wir sind arm isa sagte er nach einer weile ich habe das ganze vermögen verloren wirf auch den rest weg schrie sie im lachen zu und warf sich ihm an die brust angst stieg plötzlich in ihm auf du du wenn es morgen vorüber ist ich habe ein solches misstrauen zu mir dann werde ich dich mitziehen aber es ist vielleicht nicht nur eine übermüdung eine überreizte stimmung die uns in diese ekstase peitscht er fuhr auf ich lüge ich lüge sagte er plötzlich heiser ich habe zu viel gelogen jetzt er brach ab der gedanke ihr jetzt alles zu sagen alles haarklein zu erzählen fuhr ihm durch den kopf und wuchs zu einer großen maniakalischen idee aus isa er sah sie an als würde er sich in den grund ihrer seele hineinbohren isa wiederholte er ich hab dir etwas zu sagen sie fuhr erschreckt auf kannst du mir alles alles verzeihen was ich böses getan habe das geständnis drängte sich mit unwiderstehlicher macht über seine lippen jetzt könnte er es nicht mehr zurückhalten er fasste ihre hände alles 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 ja alles alles und wenn ich das eine wirklich getan hätte was sie wich entsetzt zurück dies mit einem fremden weib sie starrte ihn an dann schrie sie mit einer unnatürlichen stimme auf quäl mich nicht falk kam augenblicklich zur besinnung er fühlte schweiß über seinen ganzen körperinnen sie sprang auf ihn zu und stammelte zitternd was was er lächelte eigentümlich mit einer überlegenen ruhe im selben nu bemerkte isa daß er leichenblass wurde und da sein gesicht zuckte du bist krank ja ich bin krank ich habe meine kräfte überschätzt er sank im sofa zusammen und mit einem wilden wirbelstrom fuhren die erlebnisse der letzten tage durch den kopf er sah krotzki man muss es mit willen tun können zwölftes kapitel jetzt musst du zu geißer gehen und mit ihm alles ordnen dann können wir übermorgen fahren falk stand nachdenklich eine weile ja ja wir werden gleich fahren er lächelte zerstreut du hast ihn doch sehr lieb fragte er plötzlich wen nun geißer natürlich wenn mir ein unglück zustoßen sollte könntest du ihn heiraten nicht wahr er sah sie lächelnd an stirb erst dann werden wir zusehen scherzte isa nun dann auf wiedersehen aber komm nicht wieder zu spät ich habe jetzt solche angst um dich denk an mich ich werde verrückt vor unruhe wenn du heute wieder lange aus bleibst nein nein ich komme bald er trat auf die straße es war gerade feierabend die arbeiter strömten in großen scharen aus den fabriken ängstlich bog er in eine seitengasse es war überhaupt sonderbar was ihm jetzt alles zur angst wurde sein herz war ein fortwährender fiebertätigkeit hörte er ein geräusch an der tür so zuckte er zusammen und konnte sich lange nicht beruhigen er hörte den kleinen janik schreien und fuhr in höchster angst auf er konnte sich lange nicht besinnen daß er einen sohn hatte nein nun hatte er sogar zwei den kleinen janik und den kleinen erik zwei süße wunderbare kinder o dieses prachtvolle vater idyll wenn es nur nicht so unendlich komisch wäre er ging nachdenklich die leere straße entlang die vorgänge der letzten tage schwirrten ihm durch den kopf und verschwammen zu einem gefühl von einer unsäglichen traurigkeit es war ihm als müsste er ersticken er atmete tief und schwer was würde es auch nützen wenn er fliehen würde nicht reisen nur fliehen fliehen damit seine lügen nicht entdeckt werden er konnte nicht mehr mit all den ekelhaften lügen leben jetzt konnte er auch nicht mehr isa ruhig in die augen sehen ihr vertrauen ihr glauben quälte ihn demütigte ihn er fühlte ekel vor sich selbst qualvolle scham dass er sich am liebsten hätte anspucken mögen sonderbares weib diese isa ihr glauben hat sie hypnotisiert sie geht wie eine somnambule sie sieht nichts sie ahnt kaum daß er leidet das erwachen wird gräßlich sein es geht ja nicht weiter ihr glaube wird jetzt doch früher oder später gebrochen werden ich bin also ein doppelter verbrecher ich habe die ehe gebrochen und ihre bedingung den glauben gebrochen eigentlich bin ich nur ein verbrecher an mir selbst denn ich habe die wurzeln meines daseins zerschnitten ich kann doch nicht ohne isa leben wie ich auch denke und überlege es geht nicht und weil ich ich bin weil ich also gott bin denn gott ist jeder der alles um sich zu seiner sache macht und alles um mich ist meine sache so habe ich mich gegen gott verbrauchen also ein sakrileg begangen er sprach es halblaut mit tiefem nachdenken vor sich hin merkte es plötzlich und stützte sein ernst konnte das nicht sein er kannte ja kein verbrechen nein was er auch über seine hellen taten denken mochte der begriff des verbrechens ließ sich nicht heraus konstruieren das verbrechen postuliert einen gemütszustand der eben keine gemütlichkeit ist ha 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 gemütlichkeit ich wollte eigentlich sagen herzlosigkeit nun weiß der teufel alles andere bin ich eher als herzlos ich habe ja mehr mitleid in mir als unsere ganze zeit zusammengenommen also bin ich kein verbrecher er verlor sich in den subtilsten untersuchungen aber vielleicht ist jetzt ein gefühlszustand in bildung der früher nicht existierte und für den etwas als verbrechen gilt das früher durchaus kein verbrechen war ein gefühl des vergehens gegen zivilisatorische entwicklungen zum beispiel gegen monogamie sein gehirn war aber so ermattet dass er den gedanken nicht weiter verfolgen konnte es war ja auch gleichgericht das gehirn mit allen seinen advokaten kniffen war ja doch ganz machtlos gegen das gefühl wozu denn da weiter nachkrübeln er bekam plötzlich die sichere unmittelbare gewißheit daß nun alles vergeblich sei was er auch tue daß das furchtbare jetzt sicher unabwendbar und mit eiserner notwendigkeit über ihn hereinbrechen werde er erschauerte und seine knie wurden schwach er sah sich um keine bank in der nähe mühsam und verzweifelt schleppte er sich weiter sein gehirn wurde nun ganz zerstreut er vermochte es nicht mehr zu konzentrieren dafür sah er mit unheimlicher deutlichkeit die geringsten details so sah er daß an einem schilde ein buchstabe schief hing daß an einem gitter die stange nach auswärts verbogen war daß ein vorübergehender den charakteristischen gang eines menschen hatte dessen stiefel schlecht passen sein gehirn erschöpfte sich in diesen kleinigkeiten plötzlich schrie er leise auf der gedanke den er schon den ganzen tag in der untersten tiefe arbeiten hörte und den er so mühsam zu ersticken suchte brach auf er mußte grotzki folgen er hatte den selbstmord so oft theoretisch überlegt aber diesmal war es wie eine ungeheure zwangssuggestion er fühlte daß er nicht widerstehen könne es kam nicht von außen nein es kam von dem unbekannten heraus ein herrischer jeden widerspruch ersticken der wille er zitterte taumelte blieb stehen und stützte sich an einem haus er müsse es tun ganz so wie grotzki es getan hat den gehirn willen darauf interessieren ihn zwingen dem instinkt willen zu gehorchen auf einmal empfand er eine eigentümliche taube ruhe er zwang sich zu denken aber er konnte nicht er ging immer weiter gedankenlos versunken in dieser tauben inneren totenstille er stolperte und wäre beinahe gefallen das rüttelte ihn auf nein es war nicht schwer was sollte er sich noch länger quälen er dachte nach was nicht qual wäre aber er konnte nichts finden dann dachte er nach was nicht lüge wäre aber es gab nichts was es nicht wäre höchstens eine tatsache aber was ist eine tatsache sagte pilatus und wusch sich die hände nein pilatus sagte was ist wahrheit und dann hat er sich die hände gewaschen er fing an zu faseln aber als er vor das haus kam in dem der geißler wohnen mußte wurde er so unruhig er hatte das haus ganz vergessen aber hier mußte er doch wohnen er las alle schilder darunter ganz besonders aufmerksam walther geißler rechtsanwalt und notar aber er konnte sich nicht orientieren er ging in den flur hinein trat wieder auf die straße las wieder die schilder kam zur besinnung und wurde halb bewusstlos verangst sollte er verrückt werden das war doch eine augenblickliche sinnesverwirrung oh gott oh gott nur das nicht er fasste sich mühsam eine krankhafte scheu nur niemandem zu zeigen was in ihm vorgehe begann ihn zu beherrschen er richtete die größte aufmerksamkeit auf sein gesicht schnitt die sonderbarsten grimassen um den ausdruck der gleichgültigen alltäglichkeit herauszufinden fühlte sich endlich befriedigt und ging hinauf einen augenblick geißler schrieb als gelte es sein leben endlich sprang er auf ich habe nämlich wahnsinnig viel zu tun ich will nun meine advokatur endgültig an den nagel hängen und mich ganz und gar der literatur widmen das ist doch eine charmante beschäftigung und ich arbeite jetzt bis zur bewusstlosigkeit aber vorher wirst du doch meine affären ordnen geißler lachte herzlich auf da ist ja nichts mehr zu ordnen du hast auch nicht einen schimmer von deinen verhältnissen dein ganzes vermögen ist noch allerhöchstens 3000 mark nun gut dann werde ich morgen zu dir kommen du wirst mir das geld morgen geben können nicht wahr ich werde zusehen falk dachte plötzlich nach du brauchst mir eigentlich nur 500 zu geben den rest wirst du monatlich in 100 mark raten an diese adresse schicken er schrieb janinas adresse auf wie ist das fragte geißler oh ein unschuldiges opfer einer schurkerei so so du willst wohl nun in die wüste gehen und fasten vielleicht falk lächelte er gesandt sich plötzlich auf seine rolle und fing mit übertriebener herzigkeit zu lachen an denk dir nur ich habe sehr eifrig nach dir gefragt wo denn in einem wildfremden hause ich wollte einen spitzel irr führen und so fragte ich auf der zweiten etage sehr laut und mit großer emphase nach dir aber das ist ja gar nicht interessant na erzähl doch nein nein das ist entsetzlich langweilig falk begann in ein stumpfes grübeln zurück zu versinken geißler sah ihn verwundert an fehlt dir was eigentlich nichts ich habe nur einen schweren fieberanfall überstanden der donnerwetter geißler knackte plötzlich mit den fingern was sagst du zu grozki grozki ein heftiger schreck fuhr falk durch die glieder nun ja er hat sich doch erschossen erschossen fragte falk mechanisch das ist ja ein phänomenales stadtgespräch er hat die frau von einem maler entführt ist plötzlich zurückgekommen und hat sich erschossen die frau von einem maler ja der arme kerl ist verrückt geworden aber dieser grozki man sagt dass er sich aus furcht erschossen hätte aus furcht falk kam in eine unbeschreibliche verwirrung aus furcht man sagte dass er kurz vor einem monster prozess stand zu einer art von einem sensationellen fall wild falk lachte auf also deswegen erschießen sich die menschen und ich glaubte dass ihr wille so stark sei um über das leben gebieten zu können man sagt es nur so vielleicht ist es nur eine klatschgeschichte ich glaube nicht daran war doch ein phänomenal begabter mensch nun du kennst ihn doch am besten man erwähnt übrigens jetzt oft deinen namen meinen ja man will dich mit grozki in verbindung bringen falk wurde zerstreut will man das sonderbar geißler sah falk aufmerksam an die krankheit hat dich doch sehr ramponiert was du musst dich schonen aber wie geht es isa falk scharg auf du hast sie sehr geliebt nicht wahr bis zur gemütsblödigkeit und so ging es vorüber na na so ganz früher ist es nicht nicht falk empfand eine wilde freude du scheinst dich darüber zu freuen ich ordne die affären sagte falk in einer plötzlichen übermütigen laune was meinst du nun wenn mir ein unglück zustoßen sollte sprich doch keinen irrsinn bist krank solltest zu bett bleiben ja ja du hast recht er stand auf du kommst dabei zu uns sagte er zerstreut ja natürlich als falk in den flur trat erinnerte er sich plötzlich dass er mit geißler über die reise sprechen sollte aber er wusste nun plötzlich ganz sicher dass er nicht reisen werde als er auf die straße kam fing er an über abschiedsvisiten zu denken wenn man verreisen soll muss man doch abschiedsvisiten machen dachte er tiefsinnig der gedanke an die reise bemächtigte sich wieder seines gehirnes er wollte aber nicht weiter darüber nachdenken er fühlte plötzlich dass er aus dieser tatsache eine unmenge folgerungen ziehen müßte also zum beispiel wieder zu geißlern hinaufgehen und dergleichen dinge mehr die unfehlbar seine ganze kraft zerstören müßten er wollte jetzt frei sein von allen gedanken und jetzt zu olga der letzte gedanke erregte ihn wieder woher plötzlich der entschluss so ohne jegliche vorbereitung ohne jedes nachdenken ein wunder ein großes wunder folglich ist der wille ein phänomen nein mein du ist ein phänomen dann wunderte er sich dass ich in seine gedanken plötzlich die vorstellung eines chinesischen theaters eingemischt hatte ein aktor steht auf der bühne macht eine fußbewegung und sagt zum publikum jetzt reite ich sein gehirn kam wieder in bewegung grocki taucht wieder in ihm auf das ist doch sehr riskabel selbst nur zu begehen diese ekelhafte schniffelei nach den gründen er kam inzwischen vor olgas haus das ewig offene restaurant hatte etwas irritierendes er erinnerte sich dass ihn schon als knaben die ewige lampe in der kirche irritierte lächerlich dass sie nie ausgehen durfte ist etwa olga die heilige westalin die das ewige feuer in der kneipe zu hüten hat nun nun falk du wirst ein wenig abgeschmackt und banal er trat auf die treppe zog seine handschuhe an und drückte die krawatte zurecht er klopfte in olgas zimmer saß kunitzki in hemdsärmeln auf dem sofa der rock lag über eine stuhllehne er hat den russen im duell erschossen flog es wie ein blitz durch falks gehirn gleichzeitig erinnert er sich was man über grockis tot sagte und in dem nächsten sekundentausendstel schoss ihm ein entschluss auf sie sind wieder heiß lieber kunitzki wie gewöhnlich wie gewöhnlich falk lachte mit boshafter freundlichkeit kunitzki sah ihn finster an nun lieber kunitzki sie sehen ja aus als wollten sie in den nächsten zwei tagen die soziale harmonie einführen falk lachte noch freundlicher und drückte olga beide hände er sah sie strahlend an sieh sieh wie du schön aussiehst fasel nicht ich habe hier mit kunitzki sehr unangenehme sachen er ist wütend daß wir tscherski auf agitation geschickt haben vielleicht wollte er kunitzki reisen falk sah ihn an mit verbindlichstem lächeln das ist ja ein edler wettstreit kunitzki warf falk einen wütenden feindseligen blick zu und sagte aufgeregt ihre lächerlichen sticheleien gehen mich nichts an aber es handelt sich hier um die sache sie wissen ebenso gut wie ich daß tscherski ein anarchist ist kein mensch weiß es besser wie ich ich habe sehr lange und breit mit ihm darüber gesprochen um so schlimmer für sie sie können mir nicht übel nehmen wenn ich dem komitee die augen öffne über sie ich kümmere mich den teufel um ihr komitee brauchste falk auf er fiel ganz aus seiner rolle ich mache was ich will aber wir wir erlauben ihnen das nicht schrie kunitzki wütend sie zerstören durch tscherski unsere ganze dreijährige arbeit sie gehen nur darauf aus unsere arbeit zu zerstören ja bei der arbeit falk lachte höhnisch haben sie denn ganz vergessen was sie mit ihrer arbeit ausgerichtet haben vor anderthalb jahren haben sie mir einen schönen plan entwickelt aus dem zur evidenz zu ersehen war daß sie innerhalb zwei monaten alle schwierigkeiten die einem generalstreik der bergwerkarbeiter im wege stand beseitigen würden ich gab das geld dazu obwohl ich an ihre träumerei natürlich nicht glaubte aber sie interessierten mich damals ich brauchte einen menschen der mich überzeugen könnte daß gewaltige massensuggestionen tatsächlich noch möglich sind sie sollten mir das mikroskopische kunststück einer neuen kreuzfahrt vorzeigen nur mit einer veränderten devise läste mal bö ha 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 interessant genug war es ja zu sehen ob die menschen sich noch hinreißen lassen ich glaubte daß sie vielleicht dazu imstande wären aber nach einer woche kamen sie unverrichteter sache zurück ich glaube sogar mit bedenklichen körperverletzungen sie lügen schrie kunitzki wütend auf beherrschte sich aber sofort sie wollen mich lächerlich machen das können sie wenn es ihnen vergnügen macht ich verzeihe ihnen gerne ihre kindische und bei ihnen doppelt komische ha 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 aristokratisch ästhetisch nitschianische sehnsucht nach macht und größe kunitzki wirkte sich am absichtlich beleidigenden hohen gelächter ja ja bitte bitte wenn es ihnen nur vergnügen macht falk sah ihn boshaft an nein lieber kunitzki ich wollte sie nicht beleidigen und ich will es umso weniger als ich sehe wie stark die unglückliche um nicht zu sagen komische rolle die sie gespielt haben an ihnen wirkt sie irren sich sagte kunitzki falk labte sich an der mühe die kunitzki hatte sich zu bärschen ich verstehe ihre absicht nicht aber wenn sie glauben daß ein mensch wie sie mich beleidigen kann falk lachte lange und sehr herzlich ich verstehe sehr gut daß ich einen menschen wie sie nicht beleidigen kann das war nur ein wenig phrasenhaft ausgedrückt im verhältnis zu der mühe die sie haben um sich nicht beleidigt zu fühlen aber kommen wir auf chaski zurück ja sehen sie ich glaube nicht an das sozialdemokratische heil ich glaube auch nicht daß eine partei die geld im überfluss hat eine partei die kranken und versorgungskassen gründet etwas ausrichten kann ich glaube auch nicht daß eine partei die an eine behäbige vernunftslösung der sozialen frage denkt überhaupt ernsthaft in betracht kommen kann ebenso wenig wie der salon anarchist herr john henry mckay sie predigen alle einen friedlichen umsturz ein auslösen des gebrochenen rades durch ein neues während der wagen sich in bewegung befindet ihr ganzer dogmenaufbau ist ganz idiotisch gerade weil er so logisch ist denn er gründet sich auf die allmacht der vernunft aber bis jetzt ist alles durch die unvernunft entstanden durch blödsinn durch zwecklosen zufäll und sie schicken chaski damit er den blödsinn mache höhnte kunicki ich hoffe von der ganzen seele daß er etwas furchtbar blödsinniges macht ich hoffe es bestimmt und zwar in der überzeugung daß die paar revolutionäre die gehängt erschossen oder hingerichtet wurden tausendmal tiefer in das bewusstsein der unzufriedenen volksmassen eingedrungen sind als ihre partei mit dem theoretischen markster salch im wassersüppchen jemals zu dringen vermag kunicki lachte höhnisch und versucht recht spitz zu sein wissen sie herr falk nach alledem was ich jetzt von ihnen gehört habe könnte man sich ganz eigentümliche gedanken von ihnen machen gerade so wie ich sie jetzt sprechen höre habe ich einen lokspitzel in zürich eben gehört nun ist der augenblick da dachte falk glauben sie dass ich ein lokspitzel bin kunicki lächelte noch boshafter ich betone ja nur die allerdings sehr seltsame ähnlichkeit ihrer rede in demselben momente beugte sich falk weit über den tisch und schlug kunicki mit ganzer kraft eine ohrfäge kunicki sprang auf und stürzte sich auf falk aber falk bekam seine beiden arme zu fassen und umklammerte sie so fest dass kunicki trotz der wütendsten anstrengungen sich nicht losreißen konnte falk wurde sehr ärgerlich wir werden uns doch hier nicht prügeln ich stehe ihnen wenn sie satisfaktion haben wollen ganz und krasser verfügung übrigens bin ich stärker wie sie sie riskieren also sehr fatale prügel er ließ ihn los und stieß ihn zurück kunicki sah totenglas aus auf seinen lippen trat schauen dann zog er seinen rock an und ging ohne ein wort taumelnd aus dem zimmer falk setzte sich hin olga blieb am fenster stehen und starrte ihn an falk verkroch sich wieder in sein grübeln dies schweigen dauerte wohl eine halbe stunde plötzlich stand er auf er schickt mir doch sicher eine forderung es war wie ein stiller triumph in seinen worten du wolltest es haben du hast ihn provoziert du hast ihn dazu gezwungen und jetzt triumphierst du darüber du findest dass dies leichter ist wie selbstmord sie lachte nervös und streckte die hand aus du hast also keine kraft mehr du willst es doch und du sagtest dass du meine liebe liebst und ich glaubte dass du es um meiner liebe willen nicht tun würdest du hast gelogen du liebst niemanden ich liebe dich sagte falk mechanisch nein nein du liebst niemanden deinen schmerz liebst du deine kalte grausame neugierde liebst du aber nicht mich sie kam in immer größere aufregung ihre lippen bebten und die augen wurden unnatürlich weit ich liebe dich wie der rote falk tonlos lüg nicht lüg nicht mehr du hast mich niemals geliebt was bin ich dir hättest du meine tvillen leben können du sagtest bleib bei mir ich habe deine liebe nötig aber hast du einen augenblick daran gedacht dass ich nur um deine tvillen lebe du hast genug liebe um dich aber wen habe ich was habe ich außer deiner kalten grausamen neugierde die dich an mich fesselte dachtest du jetzt an mich ich denke immer an dich sagte falk traurig sie wollte etwas sagen aber ihre stimme brach ihr gesicht erstarrte und wieder sah falk die tränen über das stumme gesicht laufen sie drehte sich schnell nach dem fenstern aber im nächsten momente kam sie auf ihn zu und fasste ihn mit verzweifelter leidenschaft an den armen willst du sterben er sah sie an als hätte er sie nicht verstanden willst du sterben wiederholte sie in raserei ja ja schrie sie auf ja sie ließ die arme sinken ich liebe dich nicht ich liebe dich nicht wie ich dich geliebt habe warum gibst du mir nicht einen schilling wo du millionen bekommst bist du so arm bist du wirklich so arm sie trat zurück und sah ein mit qualvoller verzweifel an aber in diesem moment stürzte falk auf seine kniee faßte ihr kleid und küßte es mit langer inbrunst sie sank an ihm nieder sie faßte seinen kopf sie küßte ihn auf seine augen auf sein haar auf seinen mund sie konnte sich nicht sättigen an dem kopf den sie so unsorgbar mit all der qual mit all der schmerzlichen entsagung liebte plötzlich fuhr sie jäh auf und taumelte zurück du liebst mich nicht ihre stimme war müde und gebrochen falk antwortete nicht er setzte sie hin stützte den kopf in beide hände und litt so hatte er nie gelitten die impotenz seiner seele hat ihn nun ganz gebrochen es gab wirklich keinen ausweg mehr nun wurde seine seele stumpf nur hin und wieder blitzte irgendein gleichgültiger gedanke auf elga setzte sich auf ihr bett und sah ihn unverwandt an er erhob plötzlich die augen zu ihr sie starrten sich eine ewigkeit an er lächelte irre und senkte die augen nieder plötzlich sagte er wie zu sich selbst ich habe ihn geohrfeigt weil er nur eine laus ist du bist krank falk jetzt erst sehe ich dass sein kopf krank ist sie sah ihn mit wachsenden erstaunungen du warst immer krank du bist nicht normal nicht normal fragte er nicht normal du hast wohl recht ich habe mich oft gefragt ob ich doch nicht am ende irrsinnig bin aber mein irrsinn ist anders wie bei den anderen menschen ja mein kopf ist krank der ekel tötet mich er saß mit tief gesenktem kopf und sprach sehr leise der ekel vor mir der ekel vor menschen frisst an mir wie gangren ich hätte vielleicht etwas machen können aber die sinnlosen ausschweifungen haben meinen willen zerfressen ich ging und zerstörte und litt oh wie ich furchtbar gelitten habe aber ich musste es tun halb aus einem dämonischen unverständlichen drang die menschen unterlagen meinen suggestionen doch was soll ich davon reden ich habe genug geschwatzt am ende ist es nur meine eitelkeit die so spricht es freut mich eigentlich dass ich diese macht hatte ich brauche ja auch nichts vielleicht würde ich von neuem anfangen wenn ich von irgendwoher frische kräfte bekäme er stand auf jetzt werde ich gehen du tatest mir unrecht ich habe dich sehr geliebt er beugte sich über ihre hand und küsste sie die hand zitterte heftig an der tür blieb er stehen wenn es schlecht geht verstehst du kunitzki ist ein berühmter schütze ja willst du dann ab und zu bei janina nachsehen sie war so gut zu mir es ist schändlich dass ich so tief in ihr leben eingreifen musste er sah sie an und lächelte sonderbar willst du das sie nickte mit dem kopfe nun leb wohl olga und und ja wer weiß wir sehen uns vielleicht nicht wieder sie starrte ihn sprachlos an und winkte dann heftig mit der hand ja ja ich gehe Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von Homo Sapiens Roman Trilogie von Astanislaw Pschibiszewski diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Teil 3 im Malstrom 13 Am frühen Morgen wurde Falk geweckt ein Herr wartete im Salon in einer sehr wichtigen Angelegenheit aha sagte Falk und kleidete sich schnell an als er in den Salon trat sah er einen Menschen der sich steif und ungemein zeremoniell verbeugte von Kunitzki nicht wahr ja er horchte ungeduldig und zerstreut auf die wohlgesetzte Rede des Anderen schwerer Forderung ja natürlich geben sie nur ihre Adresse her ich werde ihnen meinen Sekundanten zuschicken nur um Gottes willen keine Steifheiten keine Zeremonien sonst sind mir die Bedingungen ganz gleichgültig und natürlich schießen bis zur Bewusstlosigkeit und nur keine Zeremonien der Fremde sah Falk befremdend an verbeugte sich und ging das ist ja prachtvoll prachtvoll Falk rieb sich vergnügt die Hände dann fing er an im Salon langsam auf und ab zu gehen plötzlich befiel ihn eine heiße Sehnsucht nach Isa ihr alles sagen sie auf seine Hände nehmen sie an sich pressen da sie eins würden in dem rasenden Elan der Liebe aber im nächsten Moment fesselte ihn ein Bild das über dem Pian der Himmel eine Reihe von breiten grellen Streifen die nebeneinander unausgeglichen lagen breite brutale Streifen das ganze wie ein wüster Verzweiflungsschrei und ein Strand mit einer langen Strandbrücke zwei Menschen auf der Brücke sie im weißen Kleide man sah eigentlich nur dies weiße Kleid und dieser weiße Fleck mitten in der Verzweiflungsorgie des Himmels sah aus wie etwas grausig geheimnisvolles etwas das die Nerven von Neugierde und Irrem Grausen krank machte er zog sich mit seiner ganzen Seele in dies weiße Kleid hinein das ist sie das verhängnis der weiße blitz die tanzende welt im chaos er sah weg und betrachtete mit gespanntester aufmerksamkeit eine verwelkte Orchidee er musste sich also nun einen Sekundanten suchen und natürlich Geißler er hatte ja keinen anderen nicht einen einzigen Menschen hatte er mehr er suchte lange nach seinem Hut ging an Isas Schlafzimmer horchte ging wieder leise herum nun musste er aber gehen sonst würde er Geißler nicht mehr zuhause antreffen kaum war er weggegangen als Isas in sein Zimmer trat sie hatte Fieber in der Nacht und Albtruck sie wollte mit ihm sprechen sich beruhigen sie war sehr erstaunt als sie ihn nicht mehr vorfand sie blieb traurig stehen setzte sich dann nieder und sah sich im Zimmer um das Zimmer erschien ihr plötzlich so fremd und so unbehaglich sie glaubte deutlich die kranke fiebrige Atmosphäre dieses Zimmers zu fühlen alles lag wirkt durcheinander auf dem Schreibtisch sah sie ein großes bunt bekristeltes Blatt Papier sie hielt das Blatt in den Händen und sah wie versunken vor sich hin das Blatt war von unten bis oben nur mit einem Wort in den verschiedensten Schriftarten beschrieben Anange eine unbestimmte Qual schnürte ihr das Herz zusammen es wurde ihr so schwül sie fühlte eine tiefe Traurigkeit es war ihr als wäre ihr ganzes Glück plötzlich vorüber sie verstand eigentlich nicht woher all diese Depression sie fing an sich selbst mit allen möglichen Gedanken zu zerstreuen aber sie konnte die irritierende Unruhe nicht loswerden sie raffte sich auf ging in ihr Schlafzimmer und kleidete sich langsam an plötzlich kam das Dienstmädchen herein ein Herr wünscht sie zu sprechen sie überreichte Isa eine Karte Stefan Krug Isa las und las die Karte aber das ist ja unmöglich war nicht Krug aus Deutschland geflohen er ist ja doch zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt eine wachsende Unruhe fing an in ihrem Kopf zu jagen ein Wirrwach von Gedanken vor ihr durchs Gehirn das Gefühl von etwas Ungewöhnlichem füllte sie mit jähem Schreck sie überhastete sich und war kaum imstande ihre Toilette zu beendigen als sie in den Salon trat saß sie Krug ganz ungewöhnlich blass mit wilden roten Augen Isa blieb erschrocken stehen was ist was ist fragte sie stammelnd wo ist ihr Mann sie hörte seine heiße Stimme heftig beben er ist weggegangen aber wie kommen sie denn hierher wie konnten sie sich nur dieser Gefahr aussetzen Krug sah sie an als wüsste er nicht wo er sei als hätte er sich selbst vergessen Isa wich erschreckt zurück ihr Mann ist ein Schurge schrie er rasend auf er hat meine Schwester geschändet Isa hörte noch ein paar Worte Matresse, Bastard, Verführer dann verstand sie nichts mehr Krug kam zur Besinnung er sah wie alles Blut von ihrem Gesicht gewichen war wie ihre Lippen blau wurden sie wankte er fing sie auf sie kam schnell zu sich mein Mann hat ein Kind jetzt vor ein paar Wochen mit ihrer Schwester ihrer Schwester Kind sie sah ihn abwesend an und stammelte unablässig das Wort Kind dann sprang sie auf ihn zu das ist unmöglich unmöglich sie fasste sie an den Kopf und ging ein paar Schritte ein Kind sie fuhr plötzlich auf ich muß es sehen es ist unmöglich nein nein sie lief herum warum sagen sie kein Wort sagen sie doch dass es unmöglich ist oh Gott oh Gott so suchen sie doch meinen Hut schnell meinen Hut wie ist das nur möglich er fragte mich was ich dazu sagen würde wie blass sie sind wie finster kommen sie nur schnell schnell sie wußte nicht mehr was sie tat und was sie sagte erst unten in der Droschke kam sie zur Besinnung sie sprachen kein Wort miteinander sie hatte das Gefühl eines schwarzen kühlen Schattens über ihren Gehirn sie lachte krampfhaft auf sank zusammen und wieder überkam sie plötzlich eine Lust zu lachen sie sah beinahe schelmisch an ich habe sie gleich erkannt ich sah sie zweimal in Paris oh wie sie sich verändert haben und wie grenzenlos blass sie sind sehr terrible sehr terrible sie sah mit irren blicken zum fenster hinaus plötzlich hörte sie das rollen einer anderen Droschke hinter ihrem rücken das geräusch betäubte sie sie sah nichts mehr und hörte nichts wiederholte nur ganz mechanisch sehr terrible endlich blieb die Droschke stehen und unmittelbar dahinter hielt eine andere Droschke an guck kam plötzlich in eine unsagbare unruhe in dem augenblick als isa aus der Droschke ausgestiegen war sah sie zwei männer sich auf grub losstürzen im namen des gesetzes grub zu blitzschnell den revolver aber in einem minu wurde er von hinterrücks auf die erde geworfen es entstand ein auflauf isa trat hastig in den hausflur sie stützte sich gegen die wand um nicht zu fallen ein schwindelgefühl raste in ihr sie suchte krampfhaft dagegen anzukämpfen dann sah sie starr das glänzende treppengeländer hinauf hörte ein geschrei auf der straße und sah ein paar kinder vorüber laufen sie sah sich verwirrt um was wollte sie denn hier erics mätresse besuchen ha ha großer gott erics mätresse sie raffte sich zusammen und trat auf den hof sie blieb wie gebannt stehen in einem fenster des hofpartells sah sie ein blasses verzweifeltes gesicht das mädchen trug ein kind auf dem arm die beiden frauen starrten sich an sel sagte sich isa halbleut sie sah wie die andere im höchsten schreck zurückwich isa ging hinein sie klopfte die tür wurde furchtsam und nur halb geöffnet aber lassen sie mich doch hinein sie stieß janina fast gewaltsam zurück ich will ihnen doch nichts tun nur das kind sie trat in janinas zimmer aber zittern sie doch nicht so ich will ja wirklich ihnen nichts tun sie lachte nervös messe drohl dies kleine mädchen erics mätresse ha 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 setzen sie sich doch sie sind blass sie werden fallen gott wie mager wie elend sie sind er hat ja ihr ganzes blut aufgesogen und das kleine das ist ihr kind falks kind sie lachte hysterisch und sah dann janina mit wildem hass an aber nur einen moment sie wußten natürlich nicht daß er verheiratet war wie er lügt ha 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 wie er lügt mit einem male verließen sie die kräfte janina warf sich auf das bett und schluchzte isa wurde sehr ernst sie stand auf habe ich sie beleidigt fragte sie kalt aber sie erwartete keine antwort sie ging an das bettende wo der kleine lag sah ihn aufmerksam an und blieb dann mitten im zimmer stehen aber weinen sie doch nicht ich wollte sie doch nicht beleidigen wie das kind schön ist und sie haben ja keine schuld sie sind ja nur ein kleines schwaches mädchen und wieder fing sie an zu lachen sonderbar dass sie ein kind haben wie alt sind sie denn eigentlich achtzehn neunzehn nun leben sie wohl und weinen sie nicht er wird schon zurückkommen er wird kommen versetzte sie rasend ich werde ihn zu ihnen zurückjagen gleich gleich quälen sie mich nicht schrieb plötzlich janina auf quälen quälen ha 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 ich werde ihn gleich herschicken tout de suite tout de suite auf der straße blieb's lang stehen ein paar straßenjungen gingen an ihr vorüber lachten sie frech an und warfen ihr unsüchtige worte zu sie sah sich scheu um und fing an zu gehen schnell sinnlos schnell nur nicht zurück nur nicht zurück nur nicht zu dem lügner zurück murmelte sie leise versichern aber mein gott was für ekelhafte menschen hier wohnen warum belästigen sie mich warum stoßen sie mich denn was habe ich ihnen getan sie knirschte in ohnmächtiger raserei mit den zähnen plötzlich empfand sie einen heftigen schmerz ein kerl hatte sie angerannt und sie brutal zur seite gestoßen da sie beinahe umgefallen wäre der schmerz brachte sie zum gewiss sein sie fing an langsam zu gehen wie sich dicht an die mauer sie wurde ängstlich wie ein kleines kind ein weinkrampf arbeitete sich mit aller kraft in ihr herauf sie würgte ihn mühsam nieder konnte aber nicht verhindern dass sie tränen unaufhaltsam über ihre backen rangen dann kam sie auf einen leeren platz setzte sich auf eine bank und beruhigte sich und nun erst flog ihr alles mit wisschenärer deutlichkeit durchs gehirn und ein wilder schmerz fing an in ihr zu rasen sie wurde von sinnen und im augenblick raffte sie sich auf geißler wird geld geben nur weg weit weit weg von ihm geißler wird geld geben geißler geißler wiederholte sie unablässig sie stieg in eine droschke und gab geißlersadresse an der schmerz raste immer toller als hätte sich eine hölle in ihr einfesselt diese großen buchstaben isaac isaacson nein wie komisch isaac isaacson ha 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 falk ist ein genialer mensch er muß die rasse verbessern es ist seine pflicht sein pflicht hier kann ich stoffe kaufen friedrichstraße einhundertdreiundachtzig und ja wie hieß er doch isaac isaacson und friedrichstraße einhundertdreiundachtzig da fühlte sie plötzlich einen unsäglichen ekel der mensch hatte sie genommen mit demselben händen hat er sie umarmt wie das mädchen da mit demselben mund hat er sie geküsst sie schüttelte sich eine krankhafte raserei überkam sie es wurde ihr unausstehlich eng sie hätte ihre kleider auseinanderreißen mögen der ekel wirkte an ihr immer heftiger warum hat er das weib nicht in mein bett geschleppt ha 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 er hätte es doch vor meinen augen tun sollen sie konnte sich nicht mehr beherrschen sie krümmte sich und kroch in sich zusammen und reckte sich wieder hoch sie fühlte einen unausstehlichen schmerz in der brust im kopf überall überall o keshe mal keshe mal mong ju keshe mal als sie in geisterszimmer eintrat wurde sie von einer plötzlichen lustigkeit befallen wie gut du mich ansiehst du bist ja wie ein kleiner verschämter knabe ha 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 und du hast einen so schönen weichen rock an nun sieh mich doch nicht an als wäre ich vom himmel gefallen ich bin doch eric falks gesetzlich gesetzlich verstehst du auf der magie des fünfzehnten augen des im morgens in paris gesetzlich angetraute gemahlin sie lachte herzlich geister sah sie erstaunt an da sie aber sehr herzlich lachte so lachte er mit denken nur walter wir haben uns ja gar nicht begrüßt sie behielt seine hand in der ihren wie deine hand groß ist und gut und so warm so warm du hast nicht unten ehre getroffen fragte geißler ein wenig unruhig eric falk mein mann sie wirkte sich vor lachen nein nein mein mann ha 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 sie sah sich um und setzte sich hin geißler sah sie ratlos an warum siehst du mich so traurig an ah ah sie stand wieder auf er war hier er hat dir alles erzählt geißler drehte sich um und machte sich mit den papieren zu schleppen hat er dir von seinem kleinen sohn erzählt und von seiner kleinen maitresse ha 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 wollte er bei dir sein herz erleichtern nun weißt du isa das brauchst du dir doch nicht so zu herzen zu nehmen du bist doch ein weib und dein mann ist doch ganz anders organisiert sie hatte sich inzwischen wieder hingesetzt aber plötzlich verspürte sie eine große müdigkeit sie war nahe daran in ohnmacht zu fallen gib wasser sie trank gierig ein großes glas aus ha ha ich habe meinen mann nicht gesehen nein nein je ne l'ai pas vu de plus cinq jours sonderbare vorliebe für meine muttersprache ich habe sie beinahe vergessen ich war in einem scheußlichen deutschen pensionat um fünf uhr mussten wir aufstehen aber wie du stark bist und deine hand so groß und so gut sie sah ihn plötzlich da an du brauchst gar nicht zu betrübt auszusehen ich will kein mitleid ich will geld haben gib mir geld sagte sie hart er sah sie erschrocken an wozu brauchst du es du bist ein netter gentleman ha 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 eine dame fragst du wozu sie geld braucht gib mir doch geld ich habe eine sehr schlimme affäre isa sei doch einen augenblick ernst du willst doch keine dummheiten machen was denkst du also hör mal isa du weißt ja sehr gut was du für mich bist bei euch gehen jetzt sehr schlimme dinge vor und da weißt du an wen du dich wenden sollst ich meine du wirst mich nicht missverstehen du kennst mich aber par des sentiments n'est pas wie viel brauchst du drei vierhundert ich werde dir fünfhundert geben sie verstand ihn nicht starrte ihn nur mit wachsenden entzücken an ihre sinne fingen an sich zu verwirren wie prachtvoll du bist und gib mir deine große warme hand ja so halt mich fest halt mich fest oh que je m'a que je m'a sie fiel in einen hysterischen weinkrampf vierzehntes kapitel falk falk trieb sich den ganzen tag ruhelos in der stadt umher er blieb endlich in einem café sitzen und verbrachte dort mehrere stunden er war so müde dass er keine kraft finden konnte aufzustehen und sich eine Zeitung zu holen einen kellner darum bitten nein es tat weh nur den mund aufzumachen ein bißchen freude empfand er doch wie schön sich alles arrangierte und kunitzki ist ja ein berühmter schütze morgen ist alles zu ende gut so er wunderte sich eigentlich dass die ganze sache ihm so gleichgültig war und es handelte sich doch um das leben das leben er kicherte vergnügt das leben endlich raffte er sich auf als er nach hause kam fühlte er sich so ermattet dass er sich gleich auf das bett legte er war im begriff einzuschlafen da richtete er sich jäh auf er musste doch mit isa sprechen wer weiß ob er morgen zurückkommen werde er musste sie doch auf jeden fall ohne ihr misstrauen zu wecken über die wichtigsten affären unterrichten das konnte er aber auch schriftlich tun und wieder legte er sich hin sie würde doch sonst auf schlimme gedanken kommen können nein besser einen brief zu schreiben plötzlich wurde er sonderbar wach sein gehirn war aufgerüttelt und kam ins arbeiten es wurde ihm jetzt endlich klar dass ihnen morgen sein todesgang bevorstehe ein leiser schauer durchfuhr seine glieder es war etwas wie angst ganz sicher angst und unruhe obwohl ja sonst die revolver helden keine angst zu haben pflegen der ganze vorgang wurde ihm in einer so ekelhaft aufdringlichen klarheit lebendig er wird ruhig dastehen müssen vor seinen augen wird die pistolenmündung wie ein schwarzer punkt flirren dann wird er deutlich den hahn knacken hören ganz deutlich ja vielleicht sogar als ein starkes geräusch kalter schweiß trat ihm auf die stirn mühsam schob er alles in sich zurück er gähnte aber sein gähnen kam ihm selbst affektiert vor er musste zu isa gehen und mit ihr piquet spielen das würde ihn beruhigen nachher könnte er sich ja die ganze geschichte überlegen aber die angst kroch in ihm hoch und sein herz schlug entsetzlich kunitzki hat ja den armen russen sofort über den haufen geschossen und dies alles zurücklassen isa und die ganze zukunft er stutzte woher kroch nur jetzt plötzlich die selbstlüge von der zukunft hervor das war ja eine lächerliche lüge wie man sich doch unbewusst belügen kann sonderbar natürlich wollte es in mir dann weiter so argumentieren alles sei ja nicht so schlimm wie es aussehe es könne ja alles noch gut werden und plötzlich fuhr er wie wahnsinnig in die höhe guck kann ja doch nicht nach deutschland zurückkommen er ist ja zu fünf jahren verurteilt er lief wie besessen umher dann kann der isa niemals es erfahren die briefe öffnete er ja immer selbst einen moment von einem so unmittelbaren tierischen glücksgefühl hatte er nie vorher gefühlt er kam ganz von sinnen vor freude eine entsetzliche lebensbrunst stieg in ihm hoch er dachte an nichts nur eine einzige fixe idee braust und wirbelt in seinem hirn nur jetzt schnell fort konitzki konitzki was geht mich konitzki an was kümmert mich die ehre was kümmert mich die schande jetzt schnell fort fort sein gehirn klammerte sich mit der letzten verzweiflungskraft an diesen strohhalm dann fing er plötzlich an in raserei und wut zu lachen ha 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 nun fang ich an vor mir selbst komödie zu spielen als ob mir das über den ekel und die lüge hinweg helfen könnte ha 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 es kann ja doch alles gut werden er dachte plötzlich an den komischen kleinen juden von dem er einmal geld brücken wollte der jude hatte natürlich kein geld aber falk solle sich trösten es werde ja alles gut werden und da kam über ihn eine so herzliche heiterkeit wie er sie schon lange nicht mehr empfunden hatte ja so konnte er nun zu isa gehen er war ja wirklich fröhlich und heiter als er in den salon trat fiel sein blick zufällig auf das bild und diese wahnsinnige verzweiflungsorgie des himmels aber er war fröhlich und heiter in der speisestube wurschte er auf von isas zimmer kam ein schluchzen und stöhnen es durchfroh ihn wie ein blitz er taumelte zurück sein herz blieb stehen er trat an die türen klopfte furchtsam keine antwort nur ein jäher heftiger schrei er klopfte nun heftig und rüttelte an der tür isa isa schrie er verzweifelt ein tiefes stöhnen war die antwort er wurde in einem nuvi besessen eine unerhörte raserei bemächtigte sich seiner mach auf schrie er wieder keine antwort da packte ihn eine tierische bunt die sinne schwanden ihn er warf sich plötzlich mit seiner ganzen kraft gegen die tür brach sie auf und fiel taumel ins zimmer hinein isa sprang vom sofa auf wild und verstört was willst du hier geh doch geh doch zu deiner matresse schrie sie rasend falk stand und zitterte so heftig dass er sich am tisch festhalten musste geh doch geh doch schrie isa und lief verzweifelt auf und ab als fürchtete sie dass er sie fassen wollte isa vermochte er endlich hervorzubringen lass mich lass schrie sie sinnlos und verstopfte sich die ohren mit den fingern ich will nichts hören geh doch ich kann dich nicht sehen ich habe ekel vor dir falk stand da und starrte sie irrsinnig an er hörte nur diese heißere schreiende stimme in der ein hysterisches lachen und weinen durcheinander kämpfte es fiel ihm ein daß er isa nie vorher schreien gehört habe isa kam in raserei sie stampfte mit den füßen schrie ein paar unartikulierte laute dann lief sie um den tisch herum der tür zu falk kam zur besinnung er hielt sie an den armen fest sie rang verzweifelt mit ihm aber er hielt sie immer fester biss sich förmlich mit seinen fingern in ihre arme lass mich los schrie sie mit einer unnatürlichen stimme er ließ sie los und stellte sich vor die tür ich werde gehen aber erst sollst du mich hören brauste er müdend auf ich will nichts hören ich hasse dich ich bitte dich ich habe ekel vor dir du beschmutzt mich geh doch zu deiner mätresse plötzlich fiel sie rücklings aufs sofa in einem wilden weinkrampf in sinnloser angst sprang falk auf sie zu der schlanke schmächtige körper zuckte und wandte sie in seinen arm als würde er von einer fremden macht geknetet aus der kehle des gequälten weibes kamen stoßweise schreie und schluchzen die unnatürlich waren als hätte sie ein tier ausgestoßen falk trug sie auf dem balkon fasste eine karaffe wasser benetzte ihre stirn und schläfe aber plötzlich erhob sie sich wieder und stieß in wüten zurück im nächsten moment sang sie zusammen sie warf sich auf das sofa atmete schwer die kräfte schieben sie zu verlassen denn sie kroch immer mehr zusammen da warf sie sich wieder mit jedem ruck in die höhe und stellte sich stolz und kalt vor falk was willst du noch nichts nichts mehr er stammelte und sah sie mit ihren verglasten augen an nichts nichts wiederholte er leise du musst dir klar machen dass zwischen uns alles aus ist dass ich nicht eine stunde länger mit dir zusammen unter einem dach verbleiben will ich will nicht schrie sie rasend lass mich doch gehen sie warf sich auf ihn und wollte ihn von der tür weg bringen es wurde ihm ganz dunkel vor den augen er war nicht mehr seines tierischen wultanfalls er packte sie und warf sie mit ganzer kraft auf das sofa sie sprang auf wollte fliehen ihre haare hatten sich aufgelöst er fasste sie an den haaren zerrte halb verrückt an ihnen und schleppte sie wieder zurück ich werde dich töten ich werde dich töten grinste er in einer sekunde von völliger sinnesverwirrung sie sträubte sich nicht mehr alles brach in ihr sie wurde einen augenblick stiller falk fuhr in gräßlicher angst in die höhe plötzlich hörte er sie weinen und schluchzen müde leise herzzerreißend wie ein kind wie konntest du das nur tun wie konntest du es nur jammerte sie falk sank vor ihr hin er faßte ihre hände hielt sie krampfhaft an seine lippen und fühlte tränen über ihre hände fließen wie konntest du das nur tun er sprach kein wort sondern presste noch krampfhafter ihre hände an seine lippen steh auf steh auf quäl mich doch nicht bat sie flehend er stand auf er schien plötzlich ruhig zu sein nur sein körper zuckte geh nicht von mir stammelte er plötzlich ich habe dich zu sehr geliebt da hielt er ihnen nein das durfte er ihr nicht sagen aber es kam unwillkürlich über seine lippen ich habe den verstand verloren der mann stand immer vor meinen augen er stand immer zwischen uns sie starrte ihn erschreckt an schien aber nichts zu begreifen was wer ja fragte falk mich auch nicht und besann sich wieder nein nichts er wich ein paar schritte zurück habe ich etwas gesagt nein nein du sollst nur nicht gehen du kannst mit mir machen was du willst nur geh nicht seine stimme versorgte es hilft nichts mehr sprach sie müde und wehrwesend du bist mir ein fremder mensch das was ich an dir liebte ist zerstört jetzt bist du mir ebenso lächerlich wie die anderen lächerlich bist du mir mit deinen tierischen begierden du bist auch nur ein tier eine bestie wie die anderen männer und ich glaubte aber quäl mich nicht geh jetzt ich verachte dich ich habe ekel grenzenlosen ekel für euch allen lass mich gehen bat sie lass mich sie wandte sich zur tür falk vertrat ihr den weg er bekam wieder einen wutanfall du darfst nicht gehen du musst bleiben bei mir du musst ich gefehle es dir ich werde dich zertrümmern zerschlagen wenn du gehst er ging auf sie zu sie wich zurück er wollte sie fassen sie riss sich los sie lief um den tisch herum in entsetzlicher angst bist du wahnsinnig schrie sie gellend endlich faßte er sie und preßte sie in wahnsinniger leidenschaft an sich sie wehrte sich aus allen kräften aber er preßte ihre arme fest seine leidenschaft wuchs über sein gehirn hinaus eine kranke gier eine bestialische lust das weib zu besitzen kam über ihn lass mich schrie sie fast ohnmächtig aber er hatte sich nicht mehr in seiner macht er schleppte sie eng an sich gepresst da gelang es ihr eine hand frei zu machen sie bäumte sich weit zurück und schlug ihm mit der faust ins gesicht er ließ sie los in einem nu fühlte er sein inneres zu eis gefrieren er sah sie nicht er starrte nur auf etwas das wie ein schwarzer abgrund vor seinen augen gehende als er zu sich kam sah er ihr gesicht und ihre augen er sah sie aufmerksam an sie stand wie versteinert nur in ihren augen ein fressender ekel sie liebt mich nicht mehr jetzt hatte er es verstanden du liebst mich nicht mehr er sagte es mit einem eisigen lächeln eigentlich war es ja gar nicht nötig zu fragen nein sagte sie kalt und bestimmt er lächelte ohne es zu wissen ging an die tür schob mit den füßen die zerbrochenen holzstücke zur seite und wollte hinausgehen isa fuhr plötzlich auf in wildem hass und dieses mädchen schließe ihm nach er blieb stehen und zuckte auf dies mädchen sie fing an krampfhaft zu lachen dies kleine mädchen das du ertränkt hast ha 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 zufällig beim baden zufällig lautete nicht so das offizielle bulletin ah wie du blass bist wie du zitterst was hast du gemacht du schrie sie plötzlich ein jahr nach unserer hochzeit was hast du doch für alten baden verrichtet du stolzer monogamer mann hast du da noch ein paar mädchen ha ha sie ging herum hielt sich den kopf mit beiden händen und sprach über vor sich hin oh diese lügen diese lügen nun ja sie schrak hoch es ist nun vorbei geh geh es wird gut sein wenn du dich des mädchens ein wenig annimmst sie ist sehr elend und sehr mager adieu monge marie je ne plus ranger datier adieu falk hörte nichts mehr er fühlte auch nichts nur sich irgendwo hinsetzen ganz still für sich unaufhörlich still sitzen es klingelte falk ging mechanisch an die korridortür und öffnete sie er sah den dienstmann gedankenlos an und wartete sind sie herr falk ja ein brief an sie er nahm den brief ging in sein zimmer legte den brief auf den schreibtisch setzte sich hin und betrachtete ihn lange gedankenlos endlich stand er auf und öffnete ihn mechanisch es dauerte lange bis er sich zwang den inhalt zu verstehen er war von geißler er schrieb ihm er würde ihm morgen um sechs uhr abholen sonst alles in schönster ordnung falk setzte sich wieder hin und sah so regungslos die ganze nacht er hatte das bewusstsein der zeit verloren er war auch nicht schläfrig nur hin und wieder wenn er lust verspürte zu rauchen holte er sich eine zigarette und wunderte sich dass er gar nicht denken könne er war chemisch gereinigt von gedanken chemisch gereinigt wiederholte er sinnlos als geißler zur bestimmten zeit kam sah er ihn verwundert an ist es schon zeit natürlich aber hast du nicht geschlafen nein sagte falk apathisch er nahm seinen alten filzhut aber du musst doch den zylinder nehmen so formlos kann es doch nicht vor sich gehen so so meinetwegen kann ich den zylinder nehmen geißler sah ihn unruhig an falk wurde wütend warum siehst du mich so misstrauisch an glaubst du dass ich angst habe aber er verfiel gleich in seine frühere apathie als sie ankamen wartete schon kunitzki mit seinem sekundanten und noch einem dritten herrn der dritte ist wohl der arzt dachte falk tiefst nicht alle formalitäten waren schnell erledigt falk sah mit einem stumpfen ruck kunitzki nach seinem kopf zielen kunitzki hat die überlegenheit eines menschen dem die sache eine art sport ist schoß es ihm durch den kopf sonderbarer sport aber wie reimt sich dies zusammen kunitzki ist doch ein sozialdemokrat das ist ja gegen alle prinzipien ha 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 un citoyen cosmopolitique citoyen du monde entier die citoyen du monde setzte sich in seinem gehirne fest begleitet von einer sonderbaren heiterkeit in diesem moment hörte er den hahn knacken sah rauch aber die kugel flog an ihm vorbei er war nun ganz und gar von der eigenen fixen idee besessen der citoyen kosmopolitik mit dem hinkenden prinzip und solle selbst hinken falk lachte in sich hinein er hatte mühe seine heiterkeit zu beherrschen gleichzeitig zielte er sehr ruhig und schoss ein förmlicher lachkampf wirkte ihn dabei im halse der schuss traf kunitzki in die kniescheibe er flog auf und fiel hin donnerwetter gebt mir eine zigarette schrie er wütend auf wird er hinken fragte falk geißer als sie in die stadt kamen die idee hatte von seiner seele totalen besitz abgriffen weiß nicht citoyen kosmopolitik mit den hinken prinzipien ha 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 gottes finger nun wird er selbst hinken geißer wurde sehr unangenehm berührt aber falk fiel urplötzlich in seine apathie zurück die satisfaktion die man dabei kriegt ist doch eine verflucht minimale sagte geißer um das peinliche schweigen zu unterbrechen falk sah ihn an wir waren gute freunde er ist ein scharfer kopf sagte er sind er hat rotbertus widerlegt sie schwiegen wieder ist isa schon abgefahren fragte geißer sollte sie denn fahren nun ich glaubte geißer erhob sich unruhig du wirst gehen fragte falk ängstlich ich muss jetzt falk sah plötzlich zu ihm auf und lächelte gutmütig du bist unruhig ha ha geh nur ich werde mich jetzt auch schlafen legen fünfzehntes kapitel falk presste sich nach enger an die wand er saß auf dem sofa im zimmer war es ganz dunkel angst packte ihn er hörte stimmen auf dem korridor er horchte die gnädige frau ist mit dem knaben heute weggefallen der herr sitzt in seinem zimmer schon den ganzen tag erst wohl krank er will nichts essen und nicht antworten er hörte wieder klopfen er rührte sich nicht aber dann sah er dass die tür aufgemacht wurde ein breiter streifen licht fiel ins zimmer dann wurde es wieder dunkel die tür schlössig falk hörte er olga rufen pst still still wo bist du hier sie tappte sich zu ihm vor was machst du fragte sie erschrocken es ist jemand gestorben wer sie sie setzt sich nur hier hier was hast du in der hand fragte sie ein brief von mir sie ist weg kommt nie wieder also ist sie gestorben sie saßen sehr lange und hielten sich an den händen die geheimnisvolle stille das dunkel verwirrte ihren kopf bist du irrsinnig fragte sie ängstlich und leise jetzt ist es vorüber aber ich war es sie schwiegen wieder lang es ist gut dass du kamst ich wäre es heute geworden er atmete erleichtert auf und was nun er antwortete nicht sie wagte nicht weiter zu fragen nach einer langen zeit wollte sie ihn wieder fragen da merkte sie dass er schlief sie wagte sich nicht zu rühren aus angst ihn zu erwecken selbst im schlafe hielt er ihre hand fest so verging eine endlose zeit plötzlich setzte er sich zurecht ich werde vielleicht zu czaski fahren kommst du mit ja wie flümmenete kicherte er leise und vergnügt kongswinger norwegen mai juni juni ende von abschnitt 20 ende von teil 3 im malstrom ende von homo sapiens romantrilogie von staniswav pszczewiszewski gratul